Wo sind die Tattoos hin? Werden die nicht gespeichert? Achso, fuck. Assalamualikum! Ich bin's! Big Peanut in the Building! Let's go! Oh, shit. Here we go again. Baby, baby. Who's that? Welchen haben wir heute, Peanut? Heute ist der 18. Hull ihn da holen. Aber who's that? Who's that? Geht nicht rein, Arschloch! Hallo, Auto. Ich hab dich vermisst. Schön, dass du nicht abgeschleppt wurdest. Ja, ja. Ich muss gleich mit den Taxi-Dinger schon mal aufmachen. Jetzt muss ich das gleich machen, hier. Dem Kabumms! Taxmax, Taxmax, Peanuts, Smalls. Baby, baby. Geht eine Einladung nur, wenn die ersten 10 Gold in die Gildenkasse gehen. Verträge werden von mir aufgesetzt. Die 10 Gold krieg ich aber dann. Ich brauch immer Gold in Guild Wars. Ich bin noch jeden Tag beim Jack am Betteln. Soll ich mir scheiß Infusionen kaufen können. Wo sind meine Freunde? Oh, guten Morgen, mein Schnucki-Hase-Buff. Hallo, Schöne. Bist du gerade erst aufgestanden? Ja. Oh, bist du noch ein Mude? Ein Mütchen. Los, Pinsel, Action Jackson, let's go! Wo treffen wir? Oh, warte mal. Geht's dir wieder besser nach dem Unfall? Ich hab die letzten Organe erzielt. Ich hab meine Zahnbürste aus der Sehne runtergeschluckt. Komplett? Ja. Beim Zähneputzen. Ich hab so dolle Hunger. Und die Zahnpasta hat so gut geschmeckt. Dann willst du halt, dass Cody's aufmacht, oder? Ja. An meiner Zahnbürste waren auch nur so zwei Borstenbahnen. Weil ich die schon 17 Jahre lang benutze. Ja, ist so Quatsch. Meine ist auch schon Jahre alt. Ja, oder? Die Borsten, die sind schon so zur Seite gedreht, dass ich nur noch das Plastik... Egal. Lass aus deiner Zahnbürste mal eine Waffe bauen. Theoretisch kann ich ja Messer rausmachen. Die beim Tätowierer haben mich beschissen, ne? Warum? Ja, weil das war nur ein Mandala. Das war kein echtes Tattoo. Ist seins abgegangen? Ja, nach dem Duschen. Ich guck so runter an meinen Madonnes Körper. So guck so an meinem Schwanz vorbei. Ja? Mit dem Spiegel und auf einmal unten der Boden alle schwarz. Ich denke so... Ach du Scheiße. Was ist denn jetzt los? Habe ich auf den Lami-Fühler gebissen? Ist da ganz alles weg? Sind deine Taltus noch da? Ja, tatsächlich schon. Haha! Du bist tätowierend asozial. Du gehst in Gefängnis. Oh nein, hast du mich beschissen? Nein, ich nicht. Der Tätowierer aber... Oh. Vielleicht müssen wir es zum anderen. Ja, nein. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Okay. Sollen wir was machen? Okay. Twinkie ist immer noch oben. Bist du unten? Wenn du Twinkie siehst heute, ne? Ja. Dann sag, boh, du hast aber ein bisschen abgenommen. Ja, mach ich. Weil die hat sich im Teleshopping-Kanal so ein Ding bestellt. Okay. Ein Mixer. Die püriert sich, die essen nur noch. Okay. Da soll man abnehmen. Mixer. Wo bist du? Beim Haus. Welchen? Bei unserem Haus? Ja, das. Ja, das. Soll ich dich abholen? Wenn du willst. Ich hab mein Auto hier. Na dann. Okay, dann bis gleich. Mich frei. Der hat schon gar keinen Bock. Sterni, danke für den Prime im 19. Und Faxi, danke für den Wieser im 36. Der weiß genau, was heute auf die Zukunft. So. Los aus dem Weg, Geringverdiener. Düm, 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 düm. Wo wohl nicht nochmal? Hashtag Support Small Streamers. Die Hammer. Die großen Streamer regen sich nämlich mittlerweile bei Twitter auch so. Voll ernst gemeint. Boah, ich hab da schon wieder auf Twitter vor allem. Mein Gott, Alter. Leute, hast du was reinfallen? Nee, Feder, wir haben doch noch mal im Hotel geschlafen. Oder was? Meinst du, das müsste eigentlich oben stehen? Nee, nee. Die großen Streamer sind so asozial. Ich hasse Streamer. Scheiße, wo wohne ich nochmal? Die bösen kleinen Streamer, die den großen Streamer in die Sub wegnehmen. Sowas aber auch. Wie? Ach so, wegen dem Verwaltungsgedöns. Nö, ich mach das nicht. Ich weiß, das ist zwar Vorschrift auf dem Server, aber das juckt mich nicht. Ich wohne jetzt da unfällig. Und wenn da so Hausbesitzer kommen, die sagen, ich hab aber das Vorverkaufsrecht hier, weil ich hab sieben Tage mein Auto hier abgestellt, dann kriegt der eine geknallt. Ich weiß nicht, warum gar nicht einen, meinen Auto einzustellen, wie so ein Idiot, Alter. Ich hab die Dinger eh nicht gerufen. Willi hat über den Zaun gespannt. Was? Was hat der? Über den Zaun gespannt, der drüben. Stell euch mal beide nebeneinander, bitte. Äh, und dann? Aufwärts, ja. Ich bin der Typ von der Army. Ja. Damit ich euch beide auf einmal umarmen kann. Oh Gott. Oh, geh ich. Zweimal ist einmal zu viel. Über Captain. Warte mal, soll ich mal, ich guck mal, ob meine aus Friesenarme rumkommen. Nicht so fest, du weißt. Ja, das passt. Wieso nicht so fest? Also, wacht jetzt. Mein Bauch. Da war doch was, ne, wenn man da vorsichtig drauf drückt. Nicht. Nicht? Ich hab mir was überlegt, Pensel, ne? Ja. Ja. Wir machen das nicht mit dem Fahrzeug vor die Tür stellen und irgendwelche Anträge. Nee, wir meinen um Schörnzip. Warum? Ich hab nen Schlüssel für das Haus. Und du auch für deine Bruder. Warum sollten wir da noch irgendwelche Papierkram machen? Du hast vollkommen recht. Soll sich mal einer trauen, hier hinzukommen und zu sagen, das gehört jetzt mir. Der kriegt einen Schlag im Nacken. Der steht noch ein Schlag im Nacken. Der steht dann auch davor. Schlag mal den zu Brei. Jawohl, besser Rede. Spar mir Geld. Ja. Du musst. Ich zahl Miete. Ich nicht. Ja, aber ich zahl deine Miete mit. Danke. Du bist mein allerbestester Freund. Oh. Und du Willi ist auch mein Freund. Ehrlich? Dankeschön. Ihr seid auch meine Freunde. Ja, aber nicht so gut wie Pensel. Du bist so Stufe 2. Pensel ist legendary friend. Okay. Oh, ich fühl mich so geehrt. Ich bin nur epic. Na, du bist... Was war das denn jetzt? Das war Freude. Ach so. Was bin ich? Was wolltest du sagen? Du bist ein seltener guter Freund. Okay, dankeschön. Dich lege ich im Verteidigungsmodus. Ja. Und Pensel ist meine Fallenkarte. Ich bin so das mit dem orangenen Rahmen und du bist lila, Willi. Ja. Nein, lila ist aber episch. Oh. Kommt aufs Spiel. Willi ist grün. Oh, danke. Nein, nein, nicht grün, blau. Vielen Dank. Okay. Ich geh mal arbeiten, die Arschlöcher. Hau rein. Wie willst du wegkommen? Genau. Mit meinem Auto. Welche? Welches? Die da in meinem Hof stehen. Aha. Der Pensel war doch bei mir am Gelände. Hör dich, ich stehe da so eine Box, eine rote. Da steht doch jemand vor der Haustür. Wo? Ach, schon okay. Das ist nur ein Gamer. Ja, okay. Ja. Ich klicke mal. Es zuckt immer auf den Kopf. Ja, ja. Ja, ja. Da fliegt der mal so im Auge. Heute war mal entspannt, oder? Heute ganz ruhig. Heute ganz entspannt. Heute ganz ruhig. Bitte nicht. Ich muss euch was erzählen. Ja, erzähl mal. gestern. Ja, der war gut. Danke. Ja. Gestern bin ich Taxi gefahren und da habe ich von so Leuten, die Fahrräder waren, gefahren. Und also bei der hat gesagt, ich soll mich bei denen entschuldigen. bin ich da hingefahren und habe gesagt, also ich bin nur hingefahren und da hat der eine gerufen, Ronny, steig aus, wir stechen dich ab. Warte. Warte, pass auf, da bin ich sitzen geblieben. Ja. Und dann hat er gesagt, es war im Krankenhaus, und dann hat er gesagt, der andere, wir wollen mit dir reden. Aber nach der Drohung steige ich nicht aus, da bin ich weggefahren. Ja, richtig. Das ist auch richtig, genau. Und dann ist Folgendes passiert. Achtung, über den Korb, Röber. Siehst du das? Was? In meiner rechten Schulter hier. Oh. Der hatte mich vom Fahrrad, nachdem er mich professionell gepittet hat. Du hast einen Punkt. Der hat mich abgeknallt mit einer Kugel durch die Schulter. Was hat der dich? Der hat durch meine Schulter geschossen. Oh mein, wo war das? Und mich mit dem Messer abgeschossen. Wo? Wer war das denn? Kanntest du nie? Ich weiß nicht, nee. Waren das die Abuchakus? Das waren vier auf dem Fahrrad. Vier auf dem Fahrrad? Ja. Das sollte ja nicht schwer zu finden sein, wohnen ja nur 500 Leute hier in der Stadt. Ja. Bitte. Aber ich weiß, wie die aussehen. Ich meine fünf Millionen, nicht 500. Ja. Das hast du versprochen, ne? Ja. Ja. Oh, Scheiße. Wo war das denn? Am Krankenhaus. Hatten die gelbe Trikots an? Nee, der eine war lila angezogen, der andere hatte schwarz-weiß. Ja. Einer hatte grün und einer hatte pink mit weiß. Okay. Sollten wir dem auf die Schläge gehen? Lieber nicht. Weil ich will nicht angeschossen werden. Nee, aber ich brauche auch eine Verteidigung. Dann müssen wir dir was besorgen. Ein Schlägerchen oder so. Ich habe den verboxen mit meinem Leseschwert. Aber weißt du was? Ja. Wir wollten, Twinkie und ich, wollten uns letztes Mal bewaffnen. Mit einem Schlagstock oder so. Aber? Das ist sehr teuer, ne? Ach so. Wie kostet das? Der wollte für so einen Basebeschläger aus Aluminium 5000 Dollar haben. Was? Was hat das denn für ein Aluminium? Ja, hat Twinkie auch gesagt. Twinkie hat gefragt, ob der Krebs sein kann. Ich habe den, ich habe, ich habe zu fairerweise, aber ich bin, komm mal mit, ich zeige dir mein Geheimversteck. Hattest du nicht gesagt, du hast eine Rohrzange-Peanut? Die habe ich weggeschmissen, als ich ins, na gar nicht, ich habe die, boah, ich habe die beim Alex, ihren komischen Freund im Auto getan. Dann habe ich die nie wieder gesehen. Dann hol mal einfach im Baumarkt eine neue. Da habe ich jetzt schon in so einem Schlagstock oder so. Ja, dann, äh. Ich habe auch versucht, mir einen Faustring dazu holen. Aber? Hat nicht gepasst. Ging nur bis zum Knücheln. Für den ersten? Ja. Okay. Warum sind die Dinger so eng? Ja, die sind nicht, ähm. Wie sagt man? Wenn, wenn alle, egal. Gut, haben wir das? Also sollen wir uns nur Schläger besuchen? Ich kann mir einen geben. Du hast noch einen? Ja, ich habe ganz viel. Ich habe das alles gemobst. Ja, okay, dann kannst du mir einen geben? Ja, dann müssen wir da hinfahren. Wohin? Ähm, ich mache es dir im Navi. Du machst es mir im Navi, okay, komm. Ich bin's Cockpit. Und Willi, du gehst arbeiten? Boah, eigentlich nicht. Ja, dann komm mit. Aber ich wollte heute auch arbeiten, ne? Sonst macht der Chefärger. Warum soll der denn Ärger machen? Ja, weil wir nicht arbeiten, komm. Wohin? Kannst du da auch mal eine Auszeit nehmen? Ja, aber ich brauche Geld. Ich muss ein bisschen Geld verdienen. Jo. Gim was. Wieso? Um Ginging zu kriegen, Jo. Jo, sag mal nicht. Ginging? Déjà vu! Da, 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 da. Was ist denn, Zirkelkass? Da kannst du Autos... Da zocken die dich ab. Da kannst du Autos kaufen, ja. Autos. Ach, ist das ein Gebrauchtwagenhändler? So was, ja. Warum kaufe ich da einen Neuwagen? Oh mein Gott. Ich weiß nicht. Du, Power! Ui, da war eine Banane. Koopa wieder, der Arsch. Ich sag, Donkey Kong ist so entspann. Was? Donkey Kong, die schmeißt Bananen. Hat die nie Mario Kart gespielt? Doch. Ich hab das gezockt. Ich? Auf meinen Super Nintendo Playstation 1. Jo, ich auch auf der Gamecube Wii. Luke nicht. Oh, heute wär alles ruhig. Okay. Heute alles chillig. Ja, dann schrie ich gerne chillig rum. Hast du die nicht schon? Déjà vu! Oh, wir sind zweit. Andersrum. Da. Der Heimgang. Oh, wohin? Woop 300 Standpoint. Ja. Oh, vielleicht hat uns niemand gesehen. Ist das deine Garage? Nö. Ist das dein Auto? Nö. Und was sollen wir hier? Ausschein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Heute ruhig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Guck mal, ist doch hefty, hefty. Was heißt Tarn? Zwei Schnorr? How to schnorr. Ich sag, alles, was da drin ist, hab ich geklaut. Ich seh da gar nichts auf der Ladefläche. Jo. Weil da ist ne Plane drüber. Ach so. Da ist ne Plane. Ja. Oh mein Gott. Tarnfarben. Oh mein, was, wo hast, oh mein, was, 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 wo hast denn das alles her? Wenn die das Auto offen lassen, muss ich es privatisieren. Klaut? Ja. Jo. Und davon hab ich schon das Dreifache verkauft. Darf ich mir den Schläger daneben? Ja. Okay. Wow. Jetzt bin ich gefährlich. Ja, stimmt. Vielleicht hol ich mir auch was mit. Wie wär's mit... Ne, der ist mir aber zu unhandlich, der Schläger. Der ist groß. Also ich teste ihn mal. Hau auf das Auto gegenüber. Was? Ach so. Was brauchst du denn auf dein Auto, Peanut? Ja, ich muss den doch testen. Warum brauchst du deins? Das wirst du nicht haben. Ich muss den Schläger doch testen. Aber in dem anderen Auto. Das war nicht... Ach, okay. Hey, warum ist... Das erklärst du Twinkie. Du warst das, Pinsel. Nee, das war die Gangster, die mich erwischt hat. Bam. Bam. Wem gehört das? Bam. Bam. Und auf den... Reifen. Ja. Ich bleib hier stehen. Bam. Nee, der ist so unhandlich. Okay. Bin ich schon am schwitzen. Wirst du was anderes? Ich glaube, ich kaufe mir eine Rohrzange. Oder ich mache es für den Laser-Schwert. Runter da. Laser-Schwert? Ja. Nee. Ich tue das wieder hier unter die Pläne. Ja, danke. Weil sonst klaut es nur einer. Was hast du noch da? Nee, das ist alles viel zu gefährlich. Da bluten die Menschen ja. Müsst du zum Baumarkt? Oh. Oh, oh. Oh, ich will sie reden. Die Weckung. Meinst du, die haben Kameras hier? Oh, wie schnitt. Dann müssen wir immer schon die Pläne rüber machen. Okay, ich glaube, die sind weg. So, was haben wir hier? Ähm, ich könnte sonst... Na klar, dass der sich wieder hinsetzen muss. Der alte Sack. Das könnte ich sonst mitnehmen. Nö, kein Plan. Was dann? Nimm du doch einen Schläger. Nee. Ich habe mir einen Laser-Schwert. Zeig mal. Du hast kein echtes Laser-Schwert. Doch, ich habe das zusammengebaut. Oh, ist die Sammlung wieder vergrößert, Ronny. Ja, zeig doch mal. Wie leuchtet das denn? Das ist bei der Polizei. Der hat es mir abgeschoben. Ich baue Land ab. Ich baue einen Laser-Schwert. Morgen habe ich eins. Okay. Du hast das Auto kaputt gemacht. Wo ist denn im Baumarkt? Äh, Southside. Hey, du Arsch. Die Türklemmen. Du hast genau auf den Griss gehauen. Ich schaue dir gleich einen auf den Griss. Griss? Warte mal, stimmt. Das Fenster ist ja offen. Kletter durchs Fenster. Okay. Ich mache es einfach. Der Southside. Deja vu. Gib mal einen im Navi, Ronny. Was? Ja, du sollst die Southside in Jewe. Wo ist die? In Jewe. Ist das eine Straße hier? Warte. Ja. Haben wir gefahren? Klar. Ja. Oh mein Gott. Gar nicht. Das ist eine Einkaufsstraße. Ja. Oh mein Gott. Wie du siehst, ist keiner von den fünf Millionen Menschen da. Oh mein Gott. Festeiten. Gib nicht so viel Gas. Oh mein Gott. Leck mich, Fetto. Oh, Beleistungstest. Ui, 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 ui. Ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ha, ha. Gott. Ist ein Neuwan, der kann gar nicht kaputt gehen. Wie traurig. Genau. Handbremse. Deja vu. Oh, klappt heute nicht so gut. Na. Hat ja auch nur Frontantrieb, die Kappe. Bestimmt, weil zu viel Gewicht vorne ist, der muss ja auch nicht zu mir nach hinten kommen. Ja. Ich hab das gehört, ne, Willi? Wart dann? Ja, Gewicht. Ich mein ja auch den Ronny. Warte ich nicht lächerlich. Hab ich ruhig. Ja. Immer wieder einredet, ne? Aber wenn Pinky da ist, ist es vorbei. Nichts, Pinky, Twinky. Oh. Ich hab dich schon wieder angemault. Warum? Oh mein Gott, wenn man vom Zeufel redet. Oh Gott. Oh Gott. Scheiße. Hallo, Pultingbäckchen. Oh Gott. Du Scheiße. Was hast du? Es ist schlimm. Was denn? Es ist so schlimm. Ja, bist du wieder um, oder? Ich hab keine andere Wahl gehabt. Was hast du gemacht? Oh oh. Hier, Baumarkt. Ich komm zum Hotel. Ja, warte, Twinky. Nein, warte. Wo bist du? Oh, es ist schrecklich. Späckbäckchen. Ich hab den Manager umgeboxt. Den Hotelmanager. Wen hast du umgeboxt? Den Hotelmanager. Tengabu. Oh mein Gott. Oh, der war super. Halt dich, komm. Ich hab die Minibar leergeräumt und unsere Sachen. Also, wir können jetzt weg. Hast du die schon runtergebracht? Ja. Zum Glück hab ich ja jetzt eine Elfen dabei. Oh Gott. Mach schnell, bevor der wach wird. Aber den Manager darf man nicht verkloppen. Ich hab's getan. Frisch, Mann. Der hat mich erwischt und es ist einfach, keine Ahnung, so dumm gewesen. Ich komm um die Ecke gerade. Um die Ecke. An der Ecke. An der Ecke. Ach, da. Guck jetzt, ich durfte. Deja vu. Oh mein Gott. Wenge. Kein Zentimeter hat dich bewegt. Nicht ein Millimeter. Ja, da war Vertrauen zu dir, aber. War nur ein Spettbeckchen. Ich bin hier. Ja, ich seh dich. Wo sind die ganzen, wo sind die Koffer? Ja, die stehen im Gebüsch da irgendwo. Ja, steig ein, zeig. Ja, ja, warte. Fahr erstmal näher ran. Boom. Die haben gerade ganz viel Körper. Die haben eine Kieße. Das ist nicht so einfach. Halt, Winkie. Hallo. Hallo. Oh, ich muss mich hier auflegen. Oh, auflegen. Wo? Diese Fettfinger. Oh, guck, guck, schau. Oh, ja. Wo sind die Koffer? Da hinten, da hinten, da hinten. Fahr, fahr da. Wo? Da. Sag mir, wohin. Jetzt hier rechts weiter. Hier? Ja, nee, nicht darunter. Ach so. Auf dem Gehweg. Ja, ja. Da darf man nicht fahren. Jetzt hältst du an. Ja. Und hier im Gebüsch. Warum hast du dir da ins Gebüsch gelegt? Ja, weil... Warum schreit du schon wieder? Ich schreie doch gar nicht. Mann, Speckbeckchen. Ja, okay. Ich geh kurz die Koffer holen. Wie viele sind das? Das sind drei Koffer und ne Tüte mit dem Minibadzeug. Ja. Okay. Ja, wartest du hier? Okay, aber bitte, bitte. Ja, warte. Ich muss sowieso... Mein Gott. Äh, welchen Gebüsch. Warte hier. Da vorne nicht. Oh, da ist noch Creme drin. Was für eine Creme? Ja, so ne... So ne Testcreme. Komm. Weißt du... Oh. 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 Ich sag ja, ganzer Körperinsatz. Oh. Pff. Warum hast du dir die hier im Gebüsch geschmissen? Ja. Ja, was soll ich denn machen, wenn er rauskommt? Hier. Na ja. So, ich hab den einen Koffer und die Tüte. Sehr gut. Ist das unser Stock? Nee, nee. Der war schon da. Ich hab den Koffer. Der gehört irgendwie. Okay. Ja, nimm den anderen Koffer doch auch noch. Das ist doch nur einer. Ja, nimm den doch. Ja, okay. Ich hab die alle hierher gebraucht. Mann. Ja, ich hab zwei. Oh. 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 Hasbeth ruft an. Oh. Oh, nee. Ich sitze nicht in einem Taxi. Okay, verstaut. Du brauchst ein Taxi? Ja, das sieht gut aus. Komm, wir fahren zum Baumarkt. Wo ist mein Taxi? Ich weiß nicht, ist das repariert? Was machen wir beim Baumarkt? Ich wollte mir einen Rohrzangen kaufen. Warum? Damit ich Sachen reparieren kann. Und mich wehren kann, wenn mich jemand verprügeln will. Oh, so. Können wir also Peter von A nach B fahren? Wie sehen wir so aus? Wir haben volles Auto. Du hast so Augen im Kopf. Ja, schwierig. Sir? Ja, doch. Da muss aber jemand irgendwo warten. Ja, wir sind auf dem Weg. Wo müssen wir hin? Taxi, gib uns fünf Minuten. Tschüss. Den Chef darf man nicht warten lassen. Die haben den Chef sein Leben gerettet. Ja. Der ist uns für immer dankbar. Wer ist einer mit meinem Taxi unterwegs? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich geh kurz rein. Und hol mir den Rot sagen. Braucht noch jemand was? Tüte Gummibärchen. Oh ja, die will ich auch. Ja. Gummibärchen. Bist du schon drin? Lass mich so. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich wurde gerufen? Von wem? Ähm. 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 Danke für den Prime im 19. Und Faxi, danke für den We-Sub im 36. Und Christy Fini, danke für den 5-Gifte-Zapf. Und Vic Verdi, danke für den We-Sub im 21. Was macht denn Sachen? Zocken, hallo Sojik. Und Motson, danke für den Prime im 22. Giant, danke schön. Du Yadi für den We-Sub im 5. Gerne Sau, küss mich. Und Schmuhmann, danke für den Prime im 10. Und Rende, danke für den We-Sub im 17. Zapf, nix oder nix. Es wird ruhig heute. Die hatten keine Gummiböhrchen. Oh, schade. Was soll ich gegeben? Die Gummiböhrchen. Aber Twinkie, ich hab was für heute Abend mitgenommen. Oh, was denn? Warte, aber nimm das kurz. Da. Hä? Hä? Ich hab die nach vorne geworfen, die Gummiböhrchen. Wo ist mein... Wo ist meine Rohrzange? Schau mal in deine Hosentasche. Ja. Wo ist mein Rotz... Hä? Wartet mal. Verdammte Scheiße. Ähm. Wer hat die Gummiböhrchen? Fuck. Man kann nix kaufen. Warum kann man nix kaufen? Warum kann... Hä? Ach, weil ich außer... Ah, okay. Ja. Da wollte er mich doch glatt über den Tisch ziehen, der Typ an der Kasse. Mäh. Doch, Twinkie, ich hab hier was. Für heute Abend. Was denn? Fällst du davon? Wovon? Oh, ich hab... Hast du's nicht gefangen? Wolltest du das hier in diesem Auto weitergeben, na? Das funktioniert nicht. Offensichtlich. Jungs, wer hat es her damit? Wini. Wat? Du hast es. Die Gummiböhrchen? Du hast sie, die Gummiböhrchen zurück. Die sind meine und die hab ich ihr geschenkt. Mann, ey. Ich hab die... Ich hab die... Volles Verhalten, wieder mal, Willi. Echt super. Wer hat denn die Kabelbinder... Er hat denn die Kabelbinder... Er hat denn die Kabelbinder jeden auf die Rücksitzbank geworfen. Ey, die sind für heute Abend. Ja, dann hier. Oh, danke. Entschuldigung, Twinkie. Guck mal, Willi, guck mal. Was machst du denn? Guck mal, Willi, guck mal. Möchtest du Mr. Gurke einen Kuss geben? Mr. Gurke. Was ist Mr. Jürkchen? Das kleine Ding, oder was da drinne? Ja, aber geht auch für den Nähmaschen. Genau. Lass den in Ruhe, das ist ein Knoppers. Komm, auf die Taktiker. Und ist ja ein Knoppers. Weil das hier ein Kischchen... Ist ja gut beschichtet. Ja. Hat der Dreckslein hier schön auf? Äh, die machen erst um 9 Uhr auf. Ach so. Ich weiß nicht mal, wie spät das ist. So, jetzt Schäfer... Schäfer holen? Ja. Äh, ja. Oh, stimmt. Beim Taxi. Ja. Déjà vu! Oui. Boah, es geht mit so viel Gewicht im Auto nicht. Und wer steigt gleich aus, kurz? Immer der, der fragt. Aber wenn der doch beim Taxi ist, warum fangt der nicht selber? Äh. Ja, dafür hat er doch Personal. Dafür ist er doch Chef. Ah. Saule Sau. Vielleicht ist der auch schon weg. Wie? Ich weiß nicht. Der ist ja immer sehr auf Druck. Oh, mein Gott, diese Gehkraft. Nein, wir sterben. Wir sterben nicht. Ich bin ein super Fahrer. Ja. Bin ich auch. Ja. Fahr schon gar nicht mehr gegen Lampen und so. Sei bloß vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Pass auf. Ja, pass auf. Oh, mein Gott. Ei, ei, ei. Déjà vu. Oh, mein Gott. Das ist nur ein Game. Wo ist der? Warum hast du den Kaffee gemacht? Also jetzt. Guck mal. Wir müssen die Koffer gleich dann noch nach Hause bringen. Ja. 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 Wir gehören die super Spitzenkarreformen. Das ist meine. Das ist nicht deine. Mit dem Knicker. Der Flachwichser. Der Porsche mit der Frittentheke hinten dran. Super Auto. Ja. Hier, Twinkie. Boom, boom. Fang. Oh. Ja, du hast ihn da hinten geschmissen. Hab ich überhaupt nicht. Oh, fang. Da, Twinkie. Dankeschön. Danke. Danke. Ich glaube, er wurde gekidnappt. Sag mal, Ronny. Mal, Ronny. Weißt du, wie ist eigentlich der Porsche im Crash-Test? Was? Chef. Geht nicht am Telefon. Gekidnappt. Wo wollte der denn hin? Weiß nicht. Warum weißt du überhaupt irgendwas pinselt? Habt ihr Durst oder so? Sollen wir mal gucken, ob im Taco-Van was ist? Ja. Hä, du nicht. Ja. Du machst das Ding wieder leer. Wow. Oh, hast du einen Schlüssel dafür? Ja. Komm. Okay, Ronny, du darfst auch. Ich auch. Na, Puddingbäckchen? Na, mein Speckbäckchen? Passt das noch? Ja, das geht. Geht noch zwei Meter. Komm, lass da ganz knapp. Nichts zu essen mehr drin. Doch, sie haben Schickenburger. Ja, lass auch ein paar Chickenburger. Vielleicht hat die Twinkie Hunger auf Chickenburger oder der Peanut. Hey, mein... Der Zettowierer hat mich doch nicht beschissen. Wie viel Rohrstein hast du dabei? Was? 20. Ich bin tätowiert. Äh, der Ronny hat's mir schon erzählt. Schick. Siehst du mein Tattoo? Ja. Oder ein Gesichter. Jodus. Ich sehe dein Tattoo. Ich sehe es auch. Aber Twinkie, wo ist dein Tattoo? Oh, oh. Twinkie? Ja. Wo ist dein Tattoo? Hab ich verkauft. Kannst du nicht verkaufen. Klar. Kannst du nicht. Ich kann alles. Boah, wie viel nimmst du noch daraus? Ich hab auch Hunger. Mann, Speckbäckchen, jetzt beruhig dich mal, ja? Ich hab echt Hunger. Ja, ich hab auch Hunger. Ja, aber hast du schon was gemacht heute? Ja. Ich hab Manager-Hunger. Ich hab Pinsel abgeholt, alles. Ja. Ja. Toll, drei Burger nur noch. Ich hab auch noch einen Burgers. Drei Burger nur noch drin. Warte, ich hab nur einen guten. Gib mir einen, her. Gib her, Twinkie. Oh, ich bin schreit. Nein. Gib her. Lass das los. Oh, Scheiße. Lass das los. Lass die los, die röten Irrschen. Du hast so viel. Gib her. Nein. Schlau, Ringer. Guck mal, die weißen. Gib her. Gib her. Nein. Weißt du dann? Nein. Gib mir auch den Reinen. Lass die Pfoten. Lass die Pfoten. Lass die. Aua. Aua. Boah, erstick doch dran. Erstick du. Ich hab nur drei Burger und du hast 15. Ja, auch nur drei. Lass mich in Ruhe. Ja, teilst nie mit mir. Ach, teilst du deine drei Burger mit mir? Nee, du hast doch mehr als ich. Nee, ich hab auch nur drei. Ja, ja. Deshalb kämpfst du auch so, als würdest du um dein Neugeborenes gehen. Dann verhungere ich eben. Hier, bitteschön. Nimm doch. Nimm doch. Hier, da. Alles, was ich habe. Bitte. Ach, Pudding-Teilchen. Nee, komm. Du nicht. Oh mein Gott. Geh mir bloß aus den Augen. Nein, komm, komm. Du kannst froh sein, dass ich nicht wegrennen will. Arschloch. Also sowas hier. Weißt du? Fuck you then. Nein, nix, fuck you there. Du solltest doch nur teilen mit mir. Ja, ja, teilen. Drei Burger hast du. Drei. Wie viel habe ich dir gegeben? Zwei. Von meinen drei. Ich habe ihm auch zwei gegeben. Du, ach, oh. Hab ich gar nicht gemerkt, wenn du mir die in die Hosentasche getan hast. Ja, ich kenne nicht. Komm, Pudding, ich teile auch mit dir. Nee, ich will gar nicht. Guck mal hier. Wir können uns den noch teilen. Nee, ich will nix. Doch. Nee, wie sollst du denn die Scheibe kaputt machen? Ja. Kunde. Mach A. Ja. Ja. Schmeckt? Au. So. Ich packe den nächsten aus. Mach A. Hier kommt der Helikopflugzeug. Ja. 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 Geil. Hat geschmeckt? Ja. Ja. Danke. Und jetzt ich. Jetzt so. Man soll langsam essen, ne? Langsam? Mhm. Ja, dann drück mir den Denise nicht so in die Kehle. Aber ich weiß doch, dass du schnell isst. So, was sollen wir machen? Sollen wir arbeiten? Oder machen wir Familienausflug? Oh ja, dann wird schön. Aber wohin? Familienausflug. Wollen wir uns ein Haus angucken? Angucken? Wir haben doch eins. Oh ja, stimmt. Wollen wir die Koffer nicht da abstellen? Das können wir tun. Wenn man anfängt. Dann kann der Chef später einen Kofferraum, wenn was ist. Ja, stimmt. Unter dem Handschuhfach. War der schon mal im Norden? An dem See? Nee. Das ist total schön. Oh mein Auer. Geht's euch gut? Wir sagen einfach, der Ronny war das. Ja. Also wohin jetzt? Ja, die Koffer erstmal wegbringen, oder? Okay. Und dann fahren wir zum See? Ja. Ich hab aber keine Schwimmbose dabei. Das ist nicht schlimm. Ich auch nicht. Ich mag das Polizei-Agewinne nicht. Dem, 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 dem. Meinst du, der Chef wurde gekidnappt? Der ist nicht am Handygang. Ruf den nochmal an. Okay. Ja, scheiße. Dann kriegen wir kein Geld mehr. Das stimmt. Oh nee, wir haben ja noch ein Chef. Willi kriegen wir eigentlich Grundgehalt? Hallo, bist du gekidnappt worden? Ja, ja. Also Grundgehalt am Wochenumsatz. Und wie viel ist das? Weiß ich. Äh, ich glaub, ein normaler Mitarbeiter 50 Prozent. Wann? Und dann steigert sich das. Aber wir sind noch Praktikanten, oder? Ihr seid noch auf Probe, ja? Dann sind's, glaub ich, 40 oder 45. Wie lange sind wir auf Probe? Ah, sechs Minuten waren wir da. Wie lange seid ihr jetzt schon im Taxi? Eine Woche oder so. Ja. Deja-bu! Oh Gott. Normalerweise. Oh mein Gott, ich bin der beste Fahrer. Wir haben den Krakowent geplündert. Die Probezeit ein bis zwei Wochen. Ein bis zwei? Aber ich kann ja mal mit dem Herrn Knicker reden. Nö, nö, nö. Gefunden. Ich will ein vollwertiges Mitmütig sein. Wer ist denn da? Vollassi. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich fahrs Tür. Aua. Äh. Also so wird auf jeden Fall kein anderer reinkommen. Ich schmeiß die kurz rein. Ja, mach da. Oh, das ist ein bisschen zu hängen. Oh je. Der Chef ist sauer. Warum? Weil wir den Tagowang geplündert haben. Hä? Ja, da waren doch gar nichts mehr drinnen. Ja, aber das weiß er nicht. Twinkie, wo kommen die Tüte hin? Mit dem komischen Zeug. Ins Bad. Ins Bad einfach. Ja, ja. Mach mal. Ins Bad im Zimmer. Okay. Ich leg das erst mal im Flur. Ja, ja. Ja. Äh, hörst du? Ja. Ich glaub, das ist sicherer für uns alle. Okay. Ich glaub schon. Du fährst? Ja. Lachgetriebe vorbereiten. Fährst du vor was Graf? Oh, guck mal, was ich gelernt hab, Twinkie. Oh, du Scheiße, pass bloß auf. Also, wir fahren jetzt zu nem See. Schnell mich besser an. Ja. Aua. Oh, gib mal. An dem See fahren wir denn? Mit dem Großen. In Sandy Shores. In Sandy Shores. Wo ist denn da ein großer See? War ich überhaupt schon mal da? Ähm. Ich glaub, wir waren noch nie in Sandy Shores. Hey, doch. Du bist noch Sandy Shores. Waren wir schon? Keine Ahnung. Oh. Du musst auf jeden Fall auf den Highway. Highway. Zu hell. Knock, knock, knockin' on heaven's door. Dum, 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 dum. Familienausflug. Ja. Ja. Heute ruhig. Heute ist gut. Heute ist es auch mehr. Ja. Ja. Und ein schnell. Ja. Hier vorne ist die Fahrschule. Wo? Hier links. Auto School. Guck mal, haben die Bock zu leeren. Die holen die dann vom Flughafen scheiß da drauf. Ja, ne? Aber warum ne Fahrschule, wenn jeder einfach einreisen kann und einen bekommt? Das ist doch blöd Sinn. Gibt's ne Fahrschule am Flughafen? Ne. Glaub nicht. Ich hab keine gesehen. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Hedda. Was für ein Problem? Dick heiß. Dicker heiß. Ach, das ist ein dicken Hals. Hast du kein... Twinkie, Twinkie? Ich würde schon sagen. Oh mein Gott. Ich dachte schon, du brennst das gerade aus durch. Ne, immer schön vorsichtig. Pass auf, pack auf der Schaf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du wart interessiert in den Häuschen. Habst du dir nicht diese Heiztabletten holt für Dinger? Doch. Die sind so, wie wenn du auf ne Qualle weißt. Oh mein Gott. Was? Auf ne Qualle? Ja. Ich hab noch nie auf ne Qualle gebissen. Ja, aber jetzt weiß ich, wie es wär. Twinkie, denk da. Du musst jetzt schnell fahren. Schnell fahren. Ja. Druck auf die Tube, Ernie. Druck auf die Tube, Ernie. So schalten für dich? Ja, klar. Wohin mit dir? Ich fahr Auto. Ja. Oh mein Gott. Oh Gott. Ist Sandy Shores in Paleto? Hä? Sandy Shores ist Sandy Shores. Paleto ist da drüber. Ja, super Beschreibung. Danke. Jetzt finde ich's. Fahr einfach. Geradeaus. Blödsinn. Oh Gott. Alles gut. Ich bin hochkonzentriert. Oh, da war ein Sheriff. Auf dem Moped. Wo? Auf dem Moped. Boah, ich hab's nicht gesehen. Ja, der ist, äh, an den Fahrbahnwesen. Nicht anhalten hier. Ja, ich wollte auch nur gucken. Okay. Was geht ab, Loco? Boah, was für schöne Künstler. Danke für den Primum 24. No name. Danke für den Primum 9. Komm rein, ist kaputt. Oh, ganz toll. Danke für den Primum 12. Ich glaub, zum Mount Chiliad schaffen wir das jetzt nicht mehr, oder? Zum Sonnenuntergang. Doch, Druck auf Tube. Gibt's verliebt? Ja, aber den... Nee, wir müssen da hochlaufen. Oh, der ist bestürlaufen. Wollt ihr da hochlaufen? Auf gar keinen Fall. Sieh so aus. Wirst du dich über mich witzig machen? Nein, würde ich nicht tun. Und wenn du dank für den Wissen am 17. Was ist so ein Problem? Dann kannst du gleich aussteigen. Was? Oh mein Gott. Crick, du bist nur ein Ding. Direkt aus. Wer? Steig aus, Ronny. Es tut mir leid. Nein, Ronithan, steig aus. Ronithan? Nein, wir können den Pinsel... Nein, Pinsel! Lauf, lauf! Lauf! Oh mein Gott, oh mein Gott! Steig ein! Ja, was denn jetzt? Wer jetzt? Ich kann den Pinsel nicht in der Wildnis aussetzen, Twinkly. Oh, okay. Ich bring den noch zur Tankstelle. Warum dürfen wir den nicht mitnehmen? Der ist unser Freund. Nein, der ist gemein. Warum? Das ist Mobbing dritten Goddess. Aber das hast du gemacht. Nee, komm, du redest darüber, wie ich rede. Wo ist dein Problem mit mir, Ronny? Ich dachte, du wärst Freude. Hey Pinsel, da haben meine Tötchen uns eingebracht. Ich habe schon so viel Essen gemacht. Ja, ich dachte mir, Herr Freude. Du bist genauso wie Anneliese in der Grundschule. Wie war die? Diese verdammte Pennerin. Was hast du mit meinen Tötchen gemacht? Ja, mein Kuchen geklaut und das nennt sich Freundschaft. Ja, ja, so fängt's an. Erst klauen sie dir den Kuchen und dann den ganzen Burger. Oh. Wait, what? Ja. Du hättest dir links abbiegen müssen. Ach, warum sagst du das denn nicht? Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich hatte Angst vor dir. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Twinkly. So was macht du nicht auf meinem Weg. Guck dir mal die Bremsspur auf den Boden. Ach Gott, ey. Trotzdem ist der Sheriff nicht hier. Übermorgen kannst du direkt wieder zum Chef fahren. Neue Reifen. Oh Gott. Ja. Hier, ja? Ja, richtig. Okay. Ne, halt ruhig. Ja, ist doch ruhig. Ja, stimmt. Ist keine Sau hier. Oh mein Gott. Und jetzt gleich die nächste rechts, bitte. Dexter, danke schön für den Horst und wunderschönen guten Abend dann, die Leute. Und danke für die Wüste beim Elfen. Ja, ich habe auch bitte gesagt. Ja. Was wollten wir nochmal hier? Hier vorne rechts, bitte. Ich kann es. An, an das Wasser. Das ist eine Chance. Yes. Äh. Kannst du ruhig noch weiterfahren? Entweder fährst du hier rechts oder wir fahren hinten. Warte mal, ich war doch schon mal hier. Ehrlich? Wir haben doch jemanden abgeholt. Oh mein Gott. Mein Schender für mich hin. Oh, wer fällt da? Was? Was? Da fällt ein Hund. Was soll ich das machen? Sind die Streuner bestimmt, die hier rumlaufen? Ich habe es gebaitet verstanden. Ja auch. Was ist da denn für asociales Wasser? Oh Gott, oh Gott, hier ist Wasser. Oh je. Magst du kein Wasser? So schon. Ja, warum regst du dich denn auf? Wir haben doch gesagt, wir fahren hinten singen. Wir fahren mit dem Auto um Wasserwagen. Mach doch mal weiter hier. Und ich sein für ein asociales Hofer. Ja, deswegen, wir fahren mal an die andere. Ich hasse Strände mit Schein, das tut weh. Fahr mal hier wieder auf die Straße, bitte. Hier wieder auf die Straße, bitte. Ja, links. Hier links. Ja. Da vorne rechts. Da vorne rechts. Oh mein Gott. Jetzt sind wir wieder auf der Straße, wo du sagst, das ist die oder die nächste rechts. Hanna, danke schön für den Pflichtgift den Zapf. Vielen Dank. Und hier kannst du rechts in den Weg fahren. Oh guck mal, voll Licht. Oh, da geht die Sonne unter. Ja, deswegen. Schön, ne? Guck mal. Aber das ist der Mond. Das ist all massiver. So, halt mal an. Ich glaube, wir hier irgendwo hängenbleiben sonst. Wie, wieso wir hier hängenbleiben? Hier ist kein Haken. Aber ich glaube, hier kommt die Elbe und die Flut. Quatsch. Ich hab'n Hund gehört. Du hast recht. Das ist sogar kein Vollmond. Ja, sag ich doch. Hier sind Streune. Ach. Ist da auf der linken Seite nicht besser? Wo? Da links. Ist hier kein vernünftiger? Da ganz hinten links bei die Steine. Kannst du auch auf die andere Seite des Sees. Da ist so ein kleines Fischerdorf. Ne, das ist doch zu weit. Ja. Kannst du eigentlich schwimmen, Twinkie? Klar kann ich schwimmen. Ich bin ein richtiges Seefährtchen. Ja. Du bist ein Seestern, bist du? Ja, auch. Ja. Mein Ex-Freund hat gesagt, ich könnte verwandt mit Patrick Stark sein, aber ich... So wär's das. Sei bloß vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Okay, wie schnitt. Wo fahren wir übrigens hin? Wir sind dran vorbeigefahren. Oh. Ich hab doch die Menschen kennengelernt, die zwei Stunden brauchen, um zum See zu kommen. Obwohl der See 50 Meter entfernt ist. Ja, Linus. Ja, da vorne links, bei der blauen Hütte. Ja, gut, und dir? Hier links jetzt. Hier. Ja, hier links. Oh ja. Kannst du mal, was ist, ist heute wieder? Ja, links, links, links. Ja. Rechts. Links. Stopp. Aua. Oh mein Gott. Ja. Okay. Bist du besoffen, Twinkie? Nein. Äh, ja, kann ich. Ich fährst du Auto. Oh, du mal auf, Sand. Ich, wo, ich hab' wer gefahren? Komm, wir... Ja, was? Ja. Ach, das ist schon weit weg. Ich muss das Auto noch... ... noch ausmachen. Boah, so schön. Oh. Hey, Jill. Jill. Oh, hey. Ich hoffe, ich geh' mein Tattoo jetzt schnell ab. Beertig. Und der meins ist auch noch dran. Okay. Aber Twinkie, wo ist dein Tattoo? Mein Tattoo? Ja. Ja. Ja, weggelaufen oder so. Aufklebenbild? Ich hab's überschminken. Ich schäm' mich. Ich schäm' mich. Das ist der fleißige Judas. Auffallend mit dem Kost. Nein, nein, nicht ins Wasser. Nicht ins Wasser, Twinkie. Nicht ins Wasser. Ach, deine Hose ist nass unten jetzt. Was? Deine Hose ist nass. Deine Hose ist nass. Du, mir ist alles trocken. Nein, das Wasser. Du bist Wasser. Ja, Menschen bestehen noch so was aus Wasser. Ja, richtig. Pass auf, wegen der Abundflut. Ja. Jetzt geht das Wasser zurück. Ja. We are family. Family. Das ist wunderschön. Weißt du noch, wo wir im Zoo waren, Twinkie? Ja, was war da? Bei dem Orca-Gehege, als du dieses Geräusch gemacht hast und der Orca zur Scheibe kam. Ja. Kannst du das hier auch machen? Vielleicht kommt hier noch ein bisschen. Das Wasser kommt. Oh, Wasser kommt. Oh, das Wasser kommt. Toll, meine Füße sind nass. Kannst du die 또 werden? Ooh. 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 12ursal. Ooh. Ooh. love. I love Spa. Amen. Emergency. I love の makes sense of representa lift. Two, Tudo. What's up, next slopeória? Und, siehst du schon was? Ich glaube, ich habe da was gesehen. Warte. Ich habe Hunger. Nur als Antwort. Oh, das ist der Wehwurf. Ich kriege so ein Schwer. Du musst das mit Gefühl machen, Twinkie. Oh, Gott. Wie lange hat er jetzt gebraucht, seine Schuhe auszusehen. Wir versuchen, Orcas anzulocken. Okay. Ich gebe ihr mein Bestes. Versuch es mit einem anderen Tier. Kauquappen oder sowas. Aber Kauquappen machen noch keine Geräusche. Kauquappen sind ruhig. Oh, mein Gott. Was machst du da? Ich schlock die Kauquappen. Das ist noch keine Kauquappen. Oh, mein Gott. Jeder weiß, um Kauquappen anzulocken, muss man ins Wasser pinkeln. Ja. Dann, Ronny, los. Vielleicht verbindet ihr eure Geräusche Geräusche und dann kommt irgendwas anderes. Warten. Weiß nicht. Kommt schon was. Jetzt klingt ja so, als hätte es eine Musche gefunden. Pinsel. Dann willst du dich gut mit der verstehen. Ja, ich glaube, hier gibt es keine Orcas. So eine Enttäuschung. Schade. Oh, mein Gott. Ich habe was gehört. Was denn? Was denn? So ein Ii. Eine Seanamone. Ich glaube, da war eine Ii. Oder so. Das ist die Muschel. Ja. Die raucht schon eine. Wie soll man denn rufen? Ach, man. Wer kriegst du da? Oh, mein Kopf. Ich bin seit zwei Stunden erstes unterwegs. Ich kann das schon nicht mehr. Oh, filterst du die Fische? Twinkie. Bitte dich gleich Arschloch. Ich kriege gleich wieder Ärger, weil ich auf den Tisch komme. Hallo? Twinkie. Ja? Ich dachte, du hast nur ein paar Brotkümmel in der Osten-Tasche. Geht's dir gut? Können wir nie wieder so weit wegparken? Das sind fünf Minuten. Enos? Ja? Wollt ihr beide morgen mitmachen? Crash-Turby? Ja, klar. Ja, klar. Die gibt's schon nicht wieder, wenn die Loser-Teams da sind. Die Jutta? Welche Loser-Teams? Die sich anderen zusammentun. Nein, die sitzen zu zweitem Auto. Ja. Ja? Steigt ein. Steigt ein. Steigt ein einfach. Boah, ich will unbedingt meinen Orca wehen. Was hast du mit Kohle gesagt? Ich hör nix. Hallo? Ja. Bist du noch dran? Also. Barney? Der will das Geld eintreiben. Ah. Der sagt, zum Mitmann quäschte habe ich 10.000 Gewür. 10.000 für was? Ja, ist doch immer so, weißt du doch. Ja. Der stimmt. Oh mein Gott. Alex, danke für die Wiesbem-Siebten. Und Sarah, danke schön für den Zappen. Herzlich willkommen. Danke. Ach ja. Da hat's kurz gekippt. War das jetzt verblan? Warum sind wir zum See gefahren, wenn wir nicht schwimmen gehen? Du willst schwimmen? Nee, aber warum fährt man sonst... Hier, bitte. Danke. Warum fährt man sonst im See? Weil's so romantisch ist. Hier. Danke. Aber wir haben keinen Orca gesehen. Pipo Salt. Ja, ich hab wirklich mein Bestes gegeben. Was soll ich denn noch machen? Ja. Was heißt, du ging Pipo Salt? Pogger. Nichts. Nichts Effektives. Ja. Ja, Kappa. Ja. Oh. Äh. Hallo? 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 Hier ist die Twinkie. Danke. Danke. Brauchen Sie Hilfe? Hey, geweckter Pinsel. Bist du bescheuert? Das ist ein Gangster, der ist tätowiert. Pass auf. Schlimm, wie ich mich vorher es gemerkt habe. Ich habe aber nichts genommen. Ist alles okay. Hallo? Der Herr, das ist hier kein Parkplatz. Vielleicht versteht der nur Orkisch. Oh, Herr Knicker? Nein, hast du die Muscheln nicht genommen Pinsel? Okay, ich lasse mich fahren. Ja, bitte. Ich habe ein paar gesammelt. Äh, könnt ihr mich mal beim Taxi rauslassen? Ja. Wir können eigentlich auch arbeiten gehen. Arbeiten? Ja, wir brauchen Geld. Hallo? Wir haben keine Möbel. Ja, hallo? Wir pengen auf Europaletten. Ja, ich bin im Tunnel. Wannst du mich hören? Hallo? Was hat der gesagt? Ist sehr schlecht. Ist das ein Wichser? Hallo? Ist das ein Wichser? Entschuldigen Sie? Ronny? Ronny? Ja. Was? Wer war das? Hä, wie machst du das, Pinsel? Pinsel? Ja? Wie machst du das mit dem Pinsel? Ronny ist okay. Beruhig dich. Wir treffen uns am Taxi. Bye. Lassen wir ihn nicht mal. Oh mein Gott, was war das denn? Ich glaube, wir sind über einen Hund oder so gefahren. Was? Wir sind über irgendwas drüber gefahren. Was? Ja, doch. Bei mir ist halt auch kurz hochgesprungen. Doch. Das Auto ist kurz hochgesprungen. Wir sind über irgendwas... Ja, Asti, hi. Ich glaube, da ist nichts. Vielleicht ist es weggekommen. Oh, du warst das? Ja, das ist bestimmt... Pinetsch. Ja, alles klar. Ich sag's ihm, Ronny, wenn du nur einmal in sein Auto greifst, dann bist du im Kopf kürzer. Nein, ich hab bestimmt was gehört. Äh, weiß ich noch nicht. Wer war das im Auto? Ich weiß auch nicht. Oh. Oh mein Gott. Oh Gott, Deja Vu. Oh nein, nicht schon wieder. Stimmt, ich... Deja Vu. Ich frag den Nefi einfach mal. Wir sind sicher. Frau Schnecke, bleib schade. Okay, bis dann, Asti. Tschöö. Hauptsache... Oh mein Gott. Äh, zum Taxi, ne? Wer war das in dem Auto? Ach so, ja, stimmt. Wer ist die, eine von L... vom Security-Dienst? Ähm... Twinkie? Ja. Fährst du hin? Zum Taxi. Müssen wir nicht hier hoch dafür? Weiß nicht. Aber das ist die Gegenfahrt. Oh mein Gott. Fahre einfach rückwärts hoch. Oder schnell. Ich will ein Orca als Haustier. Ein Orca? Ja. Okay. Wo ist eigentlich mein Lavo? Oh mein Gott. Oh Gott, das wollte ich doch gar nicht. Das ist lebensgefährlich, was wir grad tun. Naja, sie hat alles schon in der Kontrolle, würde ich sagen. Oh Mann. Positiv, was? Ja, tief? Substantiv. Advertiv. Konstantiv. Oh, wir werden verfolgt. Oh mein Gott. Zurück auf die Tube. Oh. Oh nein, zurück auf die Tube. Das ist, wo der Pinsel was geklaut hat. Ich hab nichts gemobbt. Na klar. Pass auf, ich mach super Manöver. Oh mein Gott. Das war super. Oh guck, der hat das nicht gemerkt. Ey, das war gut. Ja, ne? Oh Gott. Oh mein Gott, pass auf. Oh. Alles unter Kontrolle. Alles unter Kontrolle. Geh weg! Äh, Ronny. Oh Gott, lass dich. Wir wollen warten, bitte. Ja, wie packst du denn? Aua. 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 Stopp, stopp. Bleib stehen. Perfekt. Super. Zum Glück arbeitest du nicht beim Taxi. Aha. Doch. Doch. Oh mein Gott. Oh nee. Oh ja, das ist die Strecke. Da, wie ist es? Warum war das Schluss von deinem Platz getroffen? Ja, du selbst. Ja, immer, ne? Immer gut. Wer ist dein Freund Willi? Bitte? Ah, das ist der, äh, Manni. Manni, das ist der Peanut und die Twinkie. Ja, Manni. Das ist der Manni. Ja, ich bin im Krankenhaus gesehen. Hallo. Manni bis zu den Mandeln, heißt er. Ach, du musst es dieser Kran ausfutzen. Ja, ja, genau. Ja, ja. Du siehst aus. So, Herr Knicker, was ja wird. Genau. Ja, du kommst. Ja, gut. Und ihr fahrt morgen mit, äh, im, im Aspo-Derby, ja? Gib ihm deine Uhr. Wir zahlen hier gar nichts. Wir zahlen nichts. Wir zahlen nichts. Wir zahlen nichts. Nee. Gib her. Was soll das denn jetzt? Nee, was soll das denn jetzt? Da sind Bonbons drin, ich kenn die Uhren. Die kann man aufmachen. In den Uhren sind. Gib deine Uhr. Los. Also. Gib her. Gib. Ronny, was, warum wollen die meine Uhr? Was ist los da? Da sind Bonbons drin. Also, ich dachte, die bespielen jetzt viel rum. Du gibst mir jetzt ganz unbefällig die Uhr. Und ich, äh, Ronny, willst du das jetzt hier zahlen oder nicht? Was? Ja, das Aspo-Derby, dass du da mitfährst, oder nicht? Boah, Twinkie, sag du morgen. Wo bin ich fahren? Aspo-Derby morgen. Hast du es doch gesagt, du willst mitfahren? Ich fahre mit dir. Hallo. Hallo. Ich will hier mitfahren. Hallo. Ja, das macht dann einmal los. War mein Kopf warum schön, Ronny? Hör mir zu, ich rede mit dir. Hallo. Mann. War mein Kopf warum schön? Ja, und voll. Ich verstehe so wenig. Aber nicht für dich, die Frau schon. Haben nicht so gut. Haben nicht so gut. Ich habe nur geguckt. Ja, ja. Meine Bomben aus der Uhr. Da steht kein Wort. Yo. Ja, was, yo. Wieso quatsch ich dazwischen, verdammte Scheiße? Ja, das ist eine gute Frage, Pinsel. Ja. Hast du dem die 20.000, die du denen aus dem Kofferraum geklaut hast, wen angegeben? Wären da 20.000 drin gewesen, hätte ich das gewusst. Aber leider nicht. Oh, ist der dumm. Und wenn die drin waren, dann gibst du sie her. Du Scheiße. Da waren natürlich keine drin. Also wenn, dann wüsste ich selber nicht davon. Oh, pass auf, da kommt der Knick, alter Flachwechser. Oh, Achtung, das ist schnick, das ist... Hast du mich gerade Flachwechser genannt? Natürlich nicht, Chef. Absolut nicht. Natürlich nicht. Hey, warte mal, ist Ronny eigentlich bei euch eingestellt? Nein, der hat nur Takti-Schlüssel von uns, weil... Okay, dann haben wir euch eingestellt. Wisst ihr, dass Mitarbeiter gerne in den Kofferraum schauen? Nein. Der wollte nur gucken, ob alles okay ist. Und hat nach dem Erste-Hilfe-Koffer geguckt. Ja, da war sogar einer drin. Weil er auch im Kofferraum ist. Wir sind einfach sehr neun. Wir sind im Klimatzufach. Na klar. Geht er nicht, da sind wieder Fahrgäste drin. Ja. Die nicht reden. Ja, was ist los? Gehen wir arbeiten? Ja, also, Ronny, wie sieht's aus jetzt? Gut, sieht's aus. Noch ne Frage? Möchtest du Bargeld zahlen oder nicht so? Also, ich bin erst bei Derby. Aber ich möchte, nein. Ach, warte, Sie haben mich angerufen, ne? Ja, ja, Sie haben mich letztes Mal weggedrückt. Habe ich nicht weggedrückt. Verbindung war weg. Ach so, also. Ja, Sie wollten da auch mitfahren, nicht? Ja, aber ich zahle keine 10.000 Dollar, um da mitzufahren. Ja, dann fahren Sie nicht mit. Dann fahre ich trotzdem mit. Ich zahle nur nicht. Ich auch. Ich will schein' nur meine Oma. Also, ihr wollt nix zahlen und mitfahren. Ja, ich kauf mir einfach ein Schrottauto, so ein Leidding und dann bombe ich da rein. Ja. Also, trage ich euch beide aus, oder warte? Ja, 10.000 Dollar sind zu viel. Wir machen unser eigenes Crash-Derby und das wird umsonst sein. Genau. Ja, dann mach das. Hey, du musst jetzt nicht angepisst sein. Nee, nee, ist nicht. Aber dann sage ich anderen Leuten Bescheid. Die wollen da auch bescheiden. Ja, aber 10.000 Dollar sind viel zu viel. Außerdem wird bei eurem Derby-Ding immer geschummelt. Ach so, ja, okay. Weil die Leute nicht zusammenhalten. Ja, gut, das sind halt Teams, ne? Es gibt halt fünf Teams. Ach ja, und beim letzten Event haben auch die ohne Dings auch zusammengehalten. Obwohl es keine Teams waren. Nein, du brauchst dich gar nicht rausgehen, Marc! Marc? Der ist Marc nicht. Der ist Spani. Ist doch alles das Gleiche. Das stimmt, das auch, oder? Das finde ich jetzt einfach unverschämt. Ich auch. Das finden wir alle. Ja. Ich fand dich besser im Dino-Kostüm. Genau, Barney. Äh. Ja, was mache ich jetzt mit euch? Du kannst uns die 10.000 Dollar vollstrecken. Ach so, ja, die kriege ich nie wieder. Das kenne ich vom Roddy. Na klar, Ratenverahnung. Ja, ja. Ich habe mein Handy auch auf Raten geholt. 2 Dollar, 76 Monate. Äh. Ja, Roddy, was schlägst du vor? Ich habe nicht zugehört. Es dauert mich zu lange. Perfekt. Ja. Ich würde mitfahren. Ah, ho. Wir würden mitfahren, aber 10.000 Dollar sind schon viel Geld. Ja. Sie können ja auch einfach Mitfahrer sein. Sie müssen ja nicht selber fahren. Dann zahlen Sie ja gar nichts. Was? Was? Ja, wenn Sie Beifahrer sind, dann zahlen Sie nichts. Dann zahlt nur der Fahrer. Also. Und was ist, wenn ich ein Auto besorg, was das Lenkret aufrecht zahlt? Dann wäre ich ja praktisch auch nur Beifahrer. Haha, so schlau. Na, das, äh. Ha, reingefallen, doch. Ein Gerücht. Ich komme mit deinem Auto aus England. Mhm. Und ich. So, komm. Ich habe das Gefühl, wir werden hier heute irgendwie nicht schlau auseinander. Kann das sein? Du kannst bei uns nicht fast schon abziehen. Genau. Wieso abziehen? Übers Ohr hauen. Du willst uns natzen. So nicht. Wieso will ich euch natzen? Weil du bist frech. Du willst uns nackig machen. Ach so. Und lass dich mal den Anstand, uns voll zum Essen einzuladen. Ja. Ach so, das auch noch. Und dann noch Muscheln willst du bestimmt auch nicht. Ich glaube, wenn ich euch zum Essen einlade, zahle ich mehr als 10.000. Bist du gerade auf unsere Figur gegangen mit deinem Diss? Nein. Habe ich nicht gesagt. Doch, hast du. Du hast gesagt, wenn du mit uns was essen gehst, hast du mehr als diese 10.000. Ja, pass bloß auf. Pass bloß auf. Ja. Weil ihr vielleicht ins Fünf-Sterne-Hotel gehen wollt. Ja, na klar. Wo ist denn hier das Fünf-Sterne-Hotel, Sir? Ja, das weiß ich nicht. Aha. Na, sieh, Sir. Was? Oh. Hat der gesagt, äfft deine Mutter? Ich habe gesagt, in deiner Mutter. Er hat doch gefragt, wo das Fünf-Sterne-Hotel ist. Da ist es definitiv nicht. Nun, ich will jetzt auf jeden Fall arbeiten. Ja. Ja. Kommst du mit, Roni? Ja. Weil wir arbeiten nicht für unser Geld, anstatt Leute abzuziehen. Genau. Okay, gut, dann wünsche ich noch weiter. Das war doch der Richtige. Wir wünschen einen eigenen Auto. Wir sehen uns noch. Wir sehen uns noch. Du einst Gauener, du. Wir wünschen einen Aspo kaufen, einfach mitfahren. Ja, eben. Vielleicht fährt er ja nicht auf. Eben, und wenn nicht, dann verkloppen wir ihn in den Herr Jutta. Herr Jutta. Ich schließe ab. Sag mal. Ähm. Wie viel kostet so ein Aspo? Hat der Schoro gekifft? Was kostet ein Aspo? Ja, das ist ja die Frage. Sollen wir mal gucken gehen? Vielleicht gibt es einen günstiger. Nein, wir fahren einfach hin mit einem, wir holen uns einen Gebrauchtwagen. Panzer. Ja. Wir holen uns einen Gebrauchtwagen und dann crashen wir die Party. Nimmst du Leitstattel von? Ich schon besetzt. Soll ich uns eintragen? Ja, mach mal, bitte. Okay. Welches Taxi nehmen wir Cup 01? Ist nicht 04 dein? Nein, 1 ist meins. Aber 04 ist das mit den Felgen, oder? Welches? Vom Tommi. Nein, 04? Ich bin mir nicht sicher, ich glaube 4. Was ist 1 oder 4? Ich glaube 4, aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht, ich glaube 4. Ich glaube, ja, dann ändere ich das gleich. Guck mal. Wir gehen erst mal gucken. Nimmst du 1? Ja, das ist mir hier. Dann müssen wir 04 nehmen. 04 ist bestimmt da. Ähm, lass mich kurz schauen. Okay. 2, 3, 5, 6, 7 und 8 und 9 sind da. Ach nee, wir hatten doch einen Unfall mit dem Vierer. Oh. Das wird noch nicht abgeholt dann. Ähm, dann nehmen wir meins. Okay. Nee, das hat du gefällt. Okay, egal. Welches ist das? Den Schlüssel habe ich. Ja, welches ist das? Herr Kuh. Herr Kuh? Ja. Sehe ich nicht. Äh, dann findest du es schon nicht. Aber ich kann dir helfen. Warte mal. Dann trag du ein. Du Pindichro. Schreib dir das halt einfach hin. Okay. Hast du den Schlüssel davon? Warum hast denn du dein eigenes Taxi? Du bist auch ein Betrüger. Ja, weil ich selber meistern verdammt gut. Und betrügen? Ja. Das ist unfair. Gut. Hammer. Dann. Let's go. Ich glaube, der kennt uns nicht. Aber sollen wir dann beim Taxmox einfach eigenes Taxi nehmen? Wie meinst du? Na, aber da steht ja nicht das Taxi von ihm. Doch, der hat doch Herr Kuh eingetragen. Jaja, aber beim Taxmox steht das nicht. Äh. Ja, dann nehmen wir das 04 einfach. 04? Ja. Okay. Okay, komm. Komm, Pulling-Tail-Chan. Du läufst vor, okay? Ich lauf vor. Ja. Dann soll ich mal mehr Platz machen, du. Ich hab schon Bauch eingezogen. Ich glaub, irgendwann ist das einfach nicht mehr möglich, den Bauch einzuziehen. Na, Paul. Oh. Oh. Oh, komm, mein Lieber Hubser. Ich hab schon abgeschlossen. Wo ist dein Taxi? Ähm, folgendes. Ich hab grad mal überprüft. Und Cap 1 und Cap 4 sind hier. In der Garage. Aber wer hat den Schlüsselnummer von Cap 4? Weiß ich nicht. Der hat, ich glaub, eine Medizin, aber du hast so den Twinkie. Nein, nein. Ich mein, ich weiß nicht, irgendwer hat den abgenommen für mich. Ja, aber ich glaub, der Holländer, oder? Ja, oder der Knicker, ich weiß nicht. Ja, dann müssen wir, wir müssen die Schlüssel, boah, ich ruf den an, den Knicker. Ja, mach dich. Ey, der steht doch und vor der, wir können da hin. Also, ich lauf jetzt wieder nach vorne. Ja. Nein. Ja, Pina? Jeff, hast du den Schlüssel für Cap 04? Äh, bestimmt, ja. Den hast du letztens von Twinkie bekommen nach dem Unfall. Weil der war nicht im Schlüsselkasten. Ich hab den von Twinkie bekommen? Ja. Nee, ich hab den nicht von Twinkie bekommen. Ich hab nämlich nur einen. Oder von wem hast du den denn bekommen? Ich hab immer alle Schlüssel dabei. Aber dann fehlt der Schlüssel, als wir den Unfall gebaut haben mit Cap 04. Äh, wo Ronny auch dabei war? Ja, ich glaub, der Holländer hat den angenommen. Ähm, entweder der Holländer, oder, äh, ihr habt den bei irgendeiner Werkstatt gelassen. Nee, nee, der wurde abgeschleppt und irgendeiner hat gesagt, gib mal den Schlüssel. Dann hat der Holländer den. Und der hat den nicht im Schlüsselkasten geworfen. Das gibt ja gar nicht. Das ist schlecht. Jetzt nehmen wir dann erstmal ein anderes dann. Jo, mach das. Wenn ich den Holländer sehe, frage ich den. Und sag dann, wir müssen schön. Und wir sind im Dienst, falls du das Leitstellentelefon hast. Hm, nee, das... Das Leitstellentelefon hat Ria. Musst du mal ins Datenblatt gucken, da ist die Nummer von ihr. Okay, die Ria hat das. Okay. Genau, dann bin ich bei euch. Tschüss. Die Ria hat das Leitstellentelefon. Okay. Die müssen... So viel. Ich bin... Ich hab jetzt schon Burnout. Wer ist denn Ria? Elsa. Wie ist die Nummer? Elsa. Da steht doch auch ein Datenblatt drin. Ach, da Ria. Ria. Wenn du vor siehst. Ich hab schon. Okay. Boah, die ruft uns eh nicht an. Die klaut bestimmt alles. Ja. Unser Jobs. Ja. Ich dachte, da kommt was. Ich wollte mich in die Hose pusten. Ich ruf die an. Dann spupst du ja immer in die Hose. Was zuckst du da jetzt, Schnee? Kack sie da und dann, okay? Ria, hallo? Lass mich da auch nicht järgern. Ähm... Oh Gott, sag, du bist ihr Vater. Ria? Hallo? Ja. Ähm, wir sind im Dienst, okay? Es ist Peanut, Twinkie und der Pinsel. Okay. Ich dachte mir grad, wer redet mit mir da. Okay, ich weiß Bescheid. Speicherst du die Nummer und gibst uns auch Arbeit? Ähm... Ja, ich geb euch gerne, aber... Ja, 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 genau, genau. Ich weiß bloß nicht, ob ich die Nummer schweichern kann, weil du bestimmt grad auf Leitstelle angerufen hast, oder? Nein, ich hab auf Privatnummer angerufen, auf dem Datenblatt. Okay, dann müsste ich die Nummer dann drin haben. Okay, äh, du warst Peanut, ne? Ich bin Peanut. Aber mach dir keine Hoffnung, ich bin verheiratet. Ich hab keine Hoffnung, ich bin auch vergeben. Okay. Also bist du mit Hans-Peter zusammen? Nein, ich bin nicht mit Hans-Peter zusammen. Mit wem ist die zusammen, Pinsel? Mit jemand anderem. Mit Sebastian. Nein, mit Sebastian. Du bist in Holländer zusammen? Nein, bin ich auch nicht. Ach, du heilige Scheiße. Ernsthaft? Genert, bin ich auch nicht. Gott, noch krank. Bin mit jemandem zusammen. Pinsel sagt, du bist in Holländer zusammen. Pinsel erzählt jeden Quatsch. Und er soll mir erst mal mein Messer wieder zurückgeben. Pinsel, du sollst das Messer zurückgeben. Sonst gibt's Ärger mit meinem Freund zusammen. Sonst gibt's Ärger mit ihrem Freund, mit dem Holländer. Nicht dem Holländer. Ich hab kein Messer. Okay. Der hat kein Messer, sagt er. Ja, ja. Der weiß ganz genau, dass er ein Messer bei mir gestern aus dem Drafter genommen hat. Ich durchsuche den gleich. Hat er bestimmt weggetan. Okay. Okay. Okay, ich weiß Bescheid. Okay, tschüss. Tschüss. Du hast dir im Drafter ein Messer geklaut, sagt die. Nein. Doch, hat die gesagt. Ja, dann hat sie gelogen. Ich war das nicht. Hey. Ich krieg deinen Rucksack nicht auf. Ich hab auch keine Ahnung. Hey, deine Hose ist zu. Mach mal die Hose auf. Aber dann muss ja erst die rotliche Musik laufen. Dann komm ich dir dann. Ich krieg den Rucksack nicht auf. Warum? Weiß nicht. Da ist kein Klettverschluss. Das ist schwer. Ja. Holst du jetzt ein Taxi? Die ruft uns an, wenn die Arbeit hat. Da stehst du. Guck mal, ist schon ganz klein. Ach, das hab ich nicht gesehen. Wer fährt? Du. Nö. Twinkie, du fährst, okay? Du. Ihr. Hör doch mal auf, Gildos zu spielen. Hör auf damit. Ich drück einfach auf GameStone. Hör auf. Hör auf. Jetzt hab ich für 500 Diamanten Strapse gekauft. Kannst du ja deinen Charakter anziehen. Aber Twinkie hat keinen Schlüssel. Oh. Was ist mit dem Wagen passiert? Ähm. Warum? Weißt du noch mal Schüssel? Was? War, ähm. Los, schieß. Ja, gewehr. Ja, der steckt. Aber Schattenwolf, nur Leute ab. Ist hier ab. Und Bucky, danke für die WeSAP-19. No clue. No clue. Oh, geil. Die gibt uns eh keine Jobs, die Ria. Nee. Ja, frag mal, ob du die Leitstelle kriegst. Nee, die ist doch schon um Arbeiten. Die arbeiten den ganzen Tag. Wo fahren wir überhaupt hin? Weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Zum Kunden. Servus, Weigy. Wir können ja mal gucken, ob wir jemanden finden, der einen Taxi braucht. Ja. Mir wird übel. Nein, nein. Oh mein Gott. Hier tut es ja gut. Wir können auch zum Burger- Oh mein Gott, pass auf. Oh Gott. Zum Burgerladen. Mit Kleinigkeit essen. Ja, der schon auch. Und Kunden akquirieren. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Das kennen wir doch, oder? Was ist denn da raus holen? Was? Nur mal gucken, was im Handschuh verräts. Aber wutig nun. Hoffentlich kommt der Typ jetzt nicht da rausgesprungen. Da ist eine Bischole drin. Ja, lass sie mal, die mal da drin. Okay. Ich glaube, der ist nur kurz, ähm... Ja. Hände, Augen waschen. Wir kommen nachher wieder. Wenn er dann da nicht... Wenn er nur da steht, dann... Grabsch ich rein. Kannst du bei mir grabschen? Was? Ja. Nein. Ich wusste, du bist vom anderen Ufer. Gar nicht. Wir waren dann nur mit den Füßen im Wasser. Oh mein Gott. Boah, Twinkie, Alter. Irgendwie schockt mich das schon. Wir waren fast in die 4.17 Uhr. Wir wollten Burger essen, ne? Ja, richtig. Ich bin in London. Ist heute Feiertag? Nee, höchst du in der Schacht. Scheint nicht so viel los zu sein. Oder ist wieder ne Party, wovon wir nix wissen. Na, dann fahren wir zum Puff. Da waren wir doch grad vorbei. Da sind auf jeden Fall die Assis da hinten. Los, los. Oh mein Gott. Du, Inki, passt auf. Oh Gott. Ey, geht schlafen und danke noch mal. Wir sind gelandet. Ach du... Du hast... Oh mein Gott. Doch, das fällt gar nicht auf. Nö, fällt nicht auf. Bekchnittchen einfach nix sagen. Was hat denn dafür ne Brille auf? Mein Handy hier? Der hat ne ganz komische Brille aufgehabt. Oh. Ja, hi, ach, Orny. Was geht? Ihr schuldet mir zwei Laserschwerder. Zwei Laserschwerder? Ja, bedrängen Sie mich doch nicht so. Ist doch Platz für die Gegend da hier. Okay, ich warte genau hier. Ich will mein Laserschwerdschirm. Ich stelle dir nix zu essen. Das ist für mich. Was denn? Was für ein Laserschwerd? Ich lieb's in deinen Haaren noch für Töse riechen. Ich sag dir aber nichts zu. Hi. Was darf ich Ihnen denn bringen? Ja, hallo. Ich hätte gerne... Ich hätte gerne sechs CK-Burger. Sechs CK-Burger, ja. Ähm, dazu zwei... Zweimal Corn Dogs. Äh, zweimal Corn Dogs, ja. Ein Good Cheese Sandwich mit extra Cheese. Jo. Ähm, ein Schinken-Sandwich, wenn geht da auch nochmal Käse drauf. Kann ich machen, ja. Hast du jetzt echt durchgefunden, ob die Laserschwerder haben? Ich hab das gerade nicht verstanden. Zwei Blueberry Muffins. Okay. Ähm, dann nehme ich zwei meiner Sprung und... eine, zwei Liter Cola, bitte. Kann ich hier bestellen? Für mich auch alles das Gleiche. Ich hätte hier einen Ronny Minut. Und das alles bitte zweimal, also doppelt. Okay, mache ich euch sofort. Nimmt Platz. Ja, danke. Bring euch das Essen. Habt ihr schon Actionfiguren? Noch nicht. Ronny, was geht? Was möchtest denn du? Ich hab schon bestellt. Sollen wir Ketchup klauen? Ketchup? Ach, ich schieb dich mal auf den Stuhl. Ja, danke. Sonst fällst du gleich wieder hin. Haha. Quatsch. Kann ich mich auf deinen Schoß setzen? Sei bloß vorsichtig. Oh, du sitzt auf meinen Schoß. Ach, wirklich? Ja, jetzt sind alle neidisch. Und so, dass alles hier ist gerade eine ganz schöne Ansichtssache. Wir machen das hier. Ja, genau. Gezüßel. Loser. Hallo Schwandlappe. Guten Abend. Und setzt er sich denn auf den Boden? Ist der ein bisschen dumm? Oh, Junge, du schaffst das. Hinsetzen, einfach hinsetzen. Ach, er denkt sich jetzt, ich steh lieber. Jetzt würde ich mich hinsetzen. Ach, nö, du, weißt du. Ich will lieber stehen, obwohl. Weißt du. Ach, ich rede mal mit der. Alles klar? Oh ja, mir geht's gut. Oh, das freut mich. Willst du dich nicht hinsetzen? Nee, ich will gleich bestellen. Ach so, ja dann. Willst du dich nicht hinsetzen? Nee, ich krieg's nicht hin, weil ich zu dumm dafür bin. Versteh nicht, was du meinst. Ich stelle mir vor, wie das Gespräch hier läuft. Was für ein Service hier. Schon mal raus. Was denn? Ja, ich lege jetzt auf. Ich bin wütend, Sir. Was ist jetzt schon wieder passiert? Ja, die haben mir gestern meine Leseschwerte eingezogen. Deine Leseschwäche haben die dir eingezogen? Meine Leseschwerte. Was für ein Leseschwerte? Ja. Was für ein Leseschwerte? Na, die ich nicht zurückkriege. Und er sagte zu mir, als ich anrufe, ich zeig dich an, weil du blockierst die Leichtschel. Ja, das ist für ein Notruf. Dann gehen wir da hin und holen uns die gleich. Aber du darfst nicht fliegen kann, Pinsen. Danke, Frau Schwenker. Ja. Du hast wirklich Laserschwerte? Ich schwör's. Original getreu? Nein, ich hab die selbst verbaut. Aber so wie bei Star Wars. Ja, so sehen die aus. Mach das so. Hier, Frau Schwenker. Mach das so, Pinsen. Was dir schmeckt. Ja. So was hat Twinkie auch. Aber es leuchtet nicht. Oh. Aber macht das so? Ja, das ist ein Laserschwerte. Kleine. Nein, hör auf! Mann. Ich glaub, irgendwo ist Party und wir wissen nur nicht, wo. Warum fragt wir nicht? Warum fragt uns keiner, ob wir auch hinkommen? Uns will niemand. Warum nicht? Weil wir sind besser als die anderen. Oh, Alter, willst du dich nicht aussetzen? Und auch, weißt du, ich schaff's einfach nicht, mich halt hinzusetzen. Die Gelenke. Ja, der ist ein bisschen dumm, hat er gesagt. Ja, ist so. Aber das solltest du nicht weitererzählen. Oh, jetzt mach mich bloß nicht so. Also wirklich. Ich schmier. Dann verspreche ich gleich mal meine Arme. Ach, komm, halt sie mal. Das macht man nicht, Twinkie. Was? Wenn die uns ärgern, kriegen wir uns auch raus. Ich ärgere nicht. Woi. Ich stelle mir nur vor, wie Gespräche hier laufen. Nee, die laufen anders. Was Ronny denken. Wie laufen die denn, Pinse? Ein Gespräch hier? Ja. Na so. Hallo. Hallo. Und? Und was? Alles gut? Ja. Klar, und bei dir? Was? Was? Ja. Boah, ist das anstrengend. Ja, aber so reden ja, wir haben kein Witz. Wenn du Glück hast, kommt ein Rapper und legt dann einfach eine Station hin. Und wenn der dann richtig krass war und fertig ist, dann macht die Crowd so. Cool. Echt gut. Weißen die nicht alle? Äh, so. Ja, weil das mit unserem Essen. Das können wir gleich gut bringen. Ja, und was mit den Actionfiguren? Gibt's noch nicht. Warum? Immer noch nicht. Frag den Zoll. Wer ist der Zoll? Oder fragt Cody. So, äh. Und wer ist Cody? Der Chef. Wo ist der? Da drin, aber ich bin gerade beschäftigt. Nein. Das wollen wir ja mal sehen. Guck mal. Ich würd gern mal den Manager reden. Karen, äh, Twinkie. Ähm. Nee, ich würd gern mal reden. Wie sieht's denn langsam mal aus mit den Actionfiguren hier? Äh, ja, kein Problem. Ähm, ich kann Ihnen da eine Adresse geben. Da können Sie Ihre Beschwerde hinreichen. Ja, bitte. Die macht das wirklich, na? Ja, ist ja kein Problem. Ich will auch ja nicht mal meine Actionfiguren. Ich zahle immer den vollen Preis und krieg nie mein Pöppchen. Ihr Pöppchen? Ich zahle sogar mehr. Haben Sie denn wenigstens Bilder davon oder so, dass wir uns sowas mal angucken können? Nee, die sind alle, äh, an die Firma geschickt worden als Prototypen. Leider, keine Fotos mehr. Dann müssen Sie einmal zum Rathaus. Das ist Carverway. Da können Sie einfach hin. Und dann müssen Sie gucken, ob Sie da einen Mitarbeiter treffen vom Gewerber. Und dem müssen Sie mal einen ordentlichen Einlauf geben. Aber Ihr Mitarbeiter hat gesagt, der Zoll ist schuld. Zoll, Dings, alles, was hier die Kontrolle hat. Ich liebe diese Muschel. Was? Was hast du da gerade getan, Ronny? Lass uns lieber würfeln, um diese peinliche Situation zu umgehen. Okay. Höchste Zahl gewinnt, ich fange an. 1000 Dollar, ja? Okay. Aha! Das ist nun! Ja, okay. Ronny, die Reihenfolge der Zahlen war richtig. Okay. Wo habt Ihr die Würfel her? Dankeschön. Ja, kein Problem. Ich will auch würfeln. Dafür, Du belastest mich nicht. Ich will auch würfeln. Ja. Aber ich habe mich erst mal auf mein Essen. Wo ist mein Leben? Ich will jetzt sofort mein Püppchen. Was? Ich will auch Ihnen einen würfeln, okay? Ja, okay. Ich hatte eine Blinde auf. Ich hatte eine Sprichlisse Anzeige. Bitte schön. Du hinkst die Dutzung. Bitte schön. Bitte schön. Kriegst du das nicht wieder? Warum? Weil du die Schraftat begangen hast. Und? Bitte schön. Deine Fähigkeit als Würfel-Schmitzer werden gelangt. Das macht 940 Dollar. Machen Sie eine 1000 Dollar. Mein Würfel soll blau sein. Wir müssen nachher zu Precyphern. Einen, der weiß, wie ihr in den Job geht. Okay. Wegen deinen Laserschwerter? Ja. Warte mal, flirtest du gerade mit meinem Pudding-Tagchen? Nee, nee, ich habe eine Freundin. Sie sind die Ohren lang, meine Kinder. Er hat seine Nummer auf die Rechnung geschrieben. Das wäre mir neu. Das war das Geld, was du bezahlen musstest. Ach so. Wie viel hast du bestellt? Du schnitzt ihn selber Würfel. Sie können dann sagen, wie die ausziehen sollen. Dann müssen Sie nach Ihren Wünschen zubereiten. Okay. Zubereiten. Dankeschön. Wie sagt man denn beim Schnitzen? Sagt man zu schneiden? Verarbeiten. Hinde Salamit im Schnitzen. Verarbeiten. Verarbeiten, uh. Die Polizisten können gerne zur Kasse zu mir kommen. Das ist Kasse 3. Boah, habt ihr auch mal Fachpersonal hier? Den haben wir übernommen, ne? Ja. Wir sind ja auch ein soziales Unternehmen. Wir nehmen auch die Leute aus der Psychiatrie und bieten denen eine Möglichkeit. Das ist ein Klopi. Das ist ein Klopi. Nicht so laut, Mann. Klopi. Deshalb arbeitet er so. Ich dachte schon, der tut Hunger. Ja, nee. Der kriegt schon ab. Das kommt von den Medikamenten. Wissen Sie, der kann seinen Mundfinkl nicht mehr behalten, weil nicht nur der Kopf betäubt ist, sondern auch die Mundfinkl. Okay. Oh, dann entschuldige ich mich. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht beherrigen. Ja, kein Problem. Ja, kein Problem. Ja, kein Problem. Kein Problem, oder? Okay. Warten Sie mal, ich kann Ihnen doch noch Prototypen zeigen. Wo? Hält mir gerade ein. Ja, Prototypen. Aber nachdem Sie sich gerade am Arsch gekratzen haben, kann ich Sie nicht mit durch den... Nein, das war ein Schlüpper. Nein. Kommen Sie mit, wir gehen raus. Ja, wo war es? Ja. Das ist aber weit, ne? Das ist Taktik, dann essen Sie gleich noch einen Burger. Wurde das hier so konzipiert? Wurde das so konzipiert, dass die Leute länger drin bleiben? Ja, wenn die Leute hier dann irgendwann genug Kalorien haben, dann bewegt man sich mit denen wieder gemeinsam, damit die da wieder Hunger haben. Harry? Hi. Harry, hi. Hi, Pinat. Was machst du hier? Ich habe Durst. Ich muss ganz schnell rein. Ja. Okay. Hallo. Dummes Arschloch. Das war der Harry. Ich weiß. Ich kenne den. Ich auch. Der ist aber mein Freund. Ich habe mit dem neulich bewertet ein Outfit gespielt. Warte mal, warte mal. Ich gehe da nicht da vorne hin. Das ist gefährlich. Da müssen wir auch nicht hin. Wir müssen nur hier links in den Hintereingang, damit wir nicht durch den Hygienebereich laufen. Warum dürfen wir nicht durch den Hygienebereich ziehen? Weil ihre Begleitung sich gerade am Arsch gekratzt hat. Das ist am Schlüpper. Das ist meine Tür nach meinem Geschmack. Oder wollen sie gerne mal an einem fremden Schnupper schnuppern, lecken, wie auch immer. Das ist aber nicht fremd. Das ist von meinen Perlen. Oh mein Gott. Wow. Ist hier drin. Ähm, wie Crips. Oh mein Gott. Warum ist denn der Kühlschrank leer? Bitte nicht an die Waren. Rondi. Finger weg. Sorry. Einfach bitte einmal folgen. Einmal folgen. Einmal folgen. Ist da die Tür aufgetreten? Da, Emre. Hey, hier dürfen nur Zauberstäbe rein. Wow. Hallo. Hier dürfen nur Zauberstäbe rein. Ja. Ist sie zu dick für die Tür? Nein. Wow. Guck die in der Mitte links. Beckschnute, guck mal. Die sieht aus wie... Also, Rondi, du bist in der Mitte links, bist auf jeden Fall du. Die ist voll kawaii. Das bin voll ich, oder? Guck mal, wir sehen eins und eins aus wie Zwillinge. Und ich bin da ganz recht im Kummer. Guck mal, Millie ist in der Mitte oben. Da oben ist der Willi. Das ist nur sein Rücken. Ich bin der ganz oben links. Ich bin die in der Mitte links. Nein, ich bin die in der Mitte links. Nein, du bist gar nichts. Die mit den Rosen, die voll kawaii ist? Das bin ich. Ja, du bist mein Waifu. Ich verstehe das nicht. Nein, ich geh auf, Rondi, hör auf. Pinsel. Ich krieg's nicht auf. Rondi? Da ist eine Scheibe vor. Hm. Hm. Der muss ja auch gesichert sein. Und wer ist der seltenste davon, der da oben rechts bestimmt, ne? Der seltenste? Ja, der goldene. Ja, momentan sind ja alle selten. Einzelstücke. Und was kriegt man, wenn man die ganze Kollektion gesammelt hat? Ähm. Es haben tatsächlich schon Leute 5.000 Dollar Preisgelder ausgesetzt und so. Ja, aber was kriegt man dafür, wenn man alle gesammelt hat? Ja, 5.000 Dollar. 5.000 Dollar. 5.000 Dollar. Hm. Gibt's auch Sticker? Sticker? Warte mal, eine kostet doch 1.000. Letztend neun. Ja, und dann hast du neun Figuren und 5.000 Dollar extra. Und Rondi, vielleicht kannst du die irgendwann dann verkaufen, weil es gibt ja nur 300 pro Monat. Das ist Tommy. Nur. Weißt du, wie viele Menschen in der Stadt wohnen? Hast du mal geguckt, wie hoch die Häuser sind? Ja, 500. Nein, ich hätte hier neunmal Menü eins. Hallo, Dria. Hallo, Pina. Ihr hättet einen Kunden an der Taxizentrale. Okay, willkommen. Okay. Ja, gut. Danke. Bye, have a good night time. Dankeschön. Wir haben Kunden an der Taxizentrale. Ich will das nicht daheim gehen. Ronny, nicht durch die Küche. Schnell, die Küche ist. Da war Staub auf der Flasche. Sag mal, ist hier immer offen? Hm. Okay. Ich bleib hier drin. Oh, da wurde geschossen. Pass auf. Können wir hier bleiben? Komm, Pinsen. Schnell weg hier. Da wurde geschossen. Wir haben nichts gehört. Als ob ihr jetzt wegfahrt. Ich hab extra den Herrn in der orangen Hose hergeholt. Der hat euch Würfel geschnitzt. Wir haben einen Kunden. Beckschnütchen. Ja, wir haben Kunden. Wir kommen nicht wieder, okay? Uff. Ah. Ronny, du hast echt Freunde gefunden, ne? Du hast das Unmögliche wahrgemacht. Ich hätte nie gedacht, dass du Menschen findest, die dich wirklich gern haben. Aber die scheinen dich gern zu haben. Das ist mein bestester Freund. Die Herrschaften wollten Würfel kaufen. Ja, wir wollen vielleicht auch einen Kunden abholen. Dann können sie den einen Kollegen schon mal da lassen, der hier ein Ding gepinkelt hat. Das wird einmal öffentliches Nachbarn. Nein, das ärgern ist. Was? Du willst mir jetzt sagen, dass ich in 0,2 Sekunden irgendwo gegengepinkelt hab, du Knallkopf? Na da. Das hat er hier gesehen. Keine Beleidigung. Ich hab in 0,2 Sekunden wo was gegengepinkelt. Sag mal, ich stand da. Der hat gar nichts angepinkelt. Der hat seinen Schritt gepackt. Der hat seinen Schwanz gezeigt. Achso, wenn du... Ja, selbst das ist... Ja, ist mir wohl. Ja. Du hast gerade gesagt, dass er seinen Schwanz ausgeleitet. Schnell ab. Schnell. Tschüss. Verdammte Bulli-Zirzen. Irgendwie hab ich das Gefühl, dass die Sheriffs hier nicht ganz auf Höhe sind. Nee. Wo müssen wir hin? Was ist denn? Ach, nichts. Alles Gute. Mindestens zum Taxi-Zentral. Der Kopf kommt noch auf. Ansichtssache. Kannst du nicht drüber reden? Ich bin Batman. Ja. Wir haben ein M&M-Auto. Trink, hast du dich ans Auto gelehnt vorhin? Warum? Wieso? Wieso denn? Oh mein Gott, nicht so schnell. Na ja, vorsichtig. Dann sag warum. Nein, wieso? Du lässt das also jetzt schön neu. Na toll nicht. Ach ja, und warum fragst du dann? Hä? Ich will jetzt wissen, warum du fragst, sonst fahren wir nirgendswo mehr hin. Ich hab nur gefragt, ob du dich an das Auto angelehnt hast. Wieso kommst du da rauf? Ja, weil die Scheibe bei mir hinten kaputt ist. Ja, weil du die Eige hauen hast, du Idiot. Das ist mir dann auch reingefallen. Du brauchst es gar nicht in meine Schuhe zu schieben. Tut mir leid. Und wenn, dann hast du dich ja wohl dagegen gelehnt. Ja, könnte gut wirklich sein. Oh mein Gott. Pencil sind die Scharres immer hier, so? Die sind bescheuert. Weißt du, gestern, ich kriege die Schusswunde, werd verkloppt und abgestochen, wehre mich mit meinen Laserschwerten und daraufhin wollen sie mich in den Knast stecken. Dann wurde das geklärt. Oh mein Gott. Und jetzt sagt er, weil ich mit meinen Laserschwerten geboxt hab, krieg ich die nie wieder. Das war ein notwendig, Idioten. Oh mein Twinkie. Das ist der Kunde. Oh, Bauernweiter. Hallo. Hallo. Hallo, steigen Sie einfach ein. Geht leider ein. Ja, jetzt geht's. Natürlich gehe ich. Ich muss einmal zu der Ranch vor der Gerthanks. Und was? Das ist, glaube ich, oben, oder? Das ist nicht weit von hier. Das ist... Pinsel, mach mal Navigation. Ja, bitte. Wohin? Gerthanks. In den Gerthanks. Hier. Das ist hier über der Rennbahn, wenn sie da gerade hoch sind. Oh Gott. Kommen Sie von Baustellern? Ich komme nicht von Baustellern. Weil Sie haben einen Bauarbeiterhelm auf. Ja, es ist zum Schutz, wissen Sie? Ah. Wovor? Ja, von den Breitern. Ich weiß, was auf den Kopf fällt. Warten. Der Mond? Ja, weiß ich. Mehlsäcke. Oder vielleicht fahren wir jetzt demnächst auch gegen eine Wand. Oh mein Gott. Ich weiß ja nicht. Besser anschneiden. Ja, ich merke schon. Oh mein Gott. Oh je. Ja, schauen Sie, ich habe einen Bauernhelm an, ja? Ich habe auch einen Hulldauf. Bauernhelm ist kein Bauernhelm. Ronny. Hallo Ronny. Wir sind schon mal miteinander gefahren. Es fährt sie übrigens Twinkiesmalls. Rede ich, aber bitte nicht mit der Fahrerin reden. Geh besser nicht, ja? Ich bin Piener. Oh mein Gott. Ist der dumm, wie fährt der? Gott. Alle fahren hier so verrückt. Oh, pass auf, pass auf. Sie können mich auch einfach hier auslassen. Einfach hier auf der Seite. Ja, genau. Wer rechnet ab? Drei. Sie. Ich mach schon. Komm. Was macht es denn? Das macht genau. Lassen Sie mich das kurz checken. 990 Dollar. Allerdings das Trinkgeld fliegt. Machen Sie 1.200. 1.200. Natürlich. Wie Sie wollen. Ist ja nicht nötig gewesen. Alles gut. Ach, verdammten Zweck. Da können Sie vielleicht nochmal einen Fahrkurs oder so machen. Ich hab einen Führerschein vor dem Flughafen. Mal in den. Ah, okay, okay. Herr Witt, bin nie ein. Ich würde das ja immer sagen. Ich glaube, ich Ihnen das. Ja, ja. Den kriegt man da einfach in der Erkrankung. Ich bin zwar auch nie gefahren. Ach so, okay. Wenn den gefahren ist. Ja, ja. Dankeschön. Dankeschön. So, super, danke. Dann noch einen schönen Abend. Ja. Gotti, pass auf dich auf. Ja. Hast du Hau rein, Bro, gesagt? Ja. Weißt du, dieses Brüderliche ist sehr wichtig mit Kunden. Dann geben sie mehr. Wir müssen nochmal zurück zum Börgelein und unsere Würfel abholen. Ich hab die Würfel bekommen. Hast du eine Schüssel? Ja, hab ich. Warte, ja, hab ich, hab ich, hab ich. So, hier, zack. Okay, Freunde. Haben wir noch einen Kunden? Nee. Oh, mein Gott. Was können wir denn machen? Wo ist denn Willi schon wieder hin? Gott, du Scheiße, die Flösse. Das sieht von hinten aus wie Titanic. Nicht, dass das Taxi gleich in der Mitte durchbricht. Oh, mein Gott. Twinkie. Ja? Geht's dir gut? Ja und dir? Ja. Noch ja. Danke, aber. Hallo, Zimmer. Ich weiß, ich hab gelernt, mehr Gas zu geben. Ich merk schon. Somit kriegst du die, also, somit nimmst du die Kurven nicht so hart, weißt du? Ich weiß, wir könnten, oh mein Gott. Wir können zum Sheriff wegen dem Laserschwerter. Hier vorne. Ja klar, oh, warte, zu weit. Immer, Schattenwolf, immer. Oh, alles schon wieder voll hier. Du willst doch nicht hier ein Ernstes hier parken. Weißt du, wie weit wir denn laufen? Ach, vorne. Okay. Hier stehen aber Autos, ne? Oh. Wir dürfen doch überall parken, oder? Ja. Außer auf dem roten Bügelstein. Oh mein Gott, Twinkie. Das haben die gesehen. Das haben die gesehen. Was denn? Aber anscheinend juckt die das nicht. Sag mal. Was machen Sie mit unserer Ampel? Ich versuche hier dann einzuparken, bitte. Ich brauche Konzentration. Einparken. Ach du, bitte. Ich hab ein bisschen Angst. Oh, geht doch. Also. Okay. Äh, wie? Easy. Oh, ich hab so einen Punkt gerade nicht gemacht. Easy. Du musst abschießen. Das ging doch super einfach. Du musst abschließen noch, Dizzy. Ist doch. Boah, schrei mich nicht an. Mann, lass mich im Ruhe. Hi. Hallo. Ich hab Fragen. Ich will dir meine Lazy-Schwenne abholen. Oh, Holly. Ich hab Antworten eventuell. Bitte? Ich hab Antworten eventuell. Bitte. Ähm. Bitte. Wir brauchen Sie. Was machen Sie? Wie fahren Sie auch? Lazy-Schwenne. Na, wie soll ich denn fahren? Ja. Ich war gestern hier von außen. Ja, so nicht. Ja, wie? Schrei nicht hier rum. Ja, äh. Sie haben eine Laterne umgemäht. Ja, das wird immer eine Laterne umgemäht. Die Laterne hat auch Gefühle. Also bitte. Statt doch da habsichtlich. Ja, richtig. Statt da habsichtlich. Äh. Lazy-Schwenne. Die hat hell gemacht. Da musst du dich bei diesem Grunde nachvollziehen. Ja, das ist, das ist richtig. Das haben wir gut ja fast. Ja. Ja. Ja, wir haben das alle jetzt festgelegt. Ja, das finde ich auch. Das ist top. Ich stecke die gleich wieder in den Boden. Weiß ja nichts. Wann, 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 wann. Ich stecke die Laterne gleich wieder in den Boden. Vielleicht zähle mal Fragen oder so. Äh, jo, ich muss. Ich hab auch Kleber dabei. Ich, ich muss, ich hab, ich hab, ich muss los. Frau Schnecke, was meinst du jetzt? Ich kann aktuell auch gerade nicht. Ich muss hier gerade in einem einschätzen. Können wir bitte unsere Laserschwerte wieder haben? Okay. Okay. Geh, geh, geh rein und erkundet mich. Bitte, Frau Schnecke. Ich habe nichts damit zu tun. Ich weiß nicht, um was zu sagen. Komm, wir müssen los. Laserschwert, sofort! Geh rein und frag Trin. Ja. Geh, wir sollen Trin fragen, wer ist Trin? Ja, wollen wir noch rein, oder wie? Ja, komm. Das sieht ja echt voll aus, ne? Ja. Wir haben eh nichts zu tun. Das ist einfach so. Heute ist ruhig. Ja, das ist echt schön, oder? Guck mal da. Kucka! 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 Hey, du Arsch! Spreng nicht! Selber Arschloch. Ich kenn dich doch. Ja, ja, ich hab dich beschützt in die Krankenhaus. Ja, genau. Wer, das sagt man nicht. Ach, das, äh, ja, sag ich ja auch nicht. Oh, da liegt einer. Hallo, wo sind die Flachpfeifen? Nein, lass da. Mmh. Hi, geht's dir gut? Hör nicht auf, mach weiter. Brauchst du einen Krankenwagen? Nee, mir ist nur langweilig, weil niemand kommt. Boah, das hört sich ja sehr viel. Dann gehen wir einen suchen. Sonst sind wir die Letzten. Oh, der Pinsel hat aber Corona. Gut, der geht einfach dahin. Die haben alle keine Lust zu arbeiten. Hallo! Oh mein Gott, die sind alle gegen die Wand gesprungen, was der geklopft hat. Die haben sich erschrocken. Die sind so scheiße. Das sind aber schreckhafte Rehe. Boah, das sind solche Flachzangen. Guck mal. Warum springen die gegen die Wand? Deswegen sind die auch dahinten, weil sie Angst haben. Ich glaub, das ist Herdenverhalten. Komm, wir gehen auch einfach dahin. Ich kann euch sehen. Pusht von rechts, Jungs. Rasch sie, rasch sie. Wissen schon, dass das mit der Scheibe ist, ne? Wir können euch sehen. Hört auf, euch zu verstecken. Ihr habt das Rollo nicht runtergemacht. Boah, kennt ihr das, wenn man so gegen die Scheibe pustet und die Backen so dick werden? Nee. Nee, ich meine es nicht. Ja. Boah, Alter, welche Lippen wacheln da. Alter, ich leck hier einfach an der Scheibe rum. Hallo. Boah, hoffentlich macht das nicht. Mh. Ich will meine Leseschwerte abholen. Alle beide. Ich will nicht Geld. Lass mal alle Zombie-Geräusche machen. Dann krieg ich Angst. Ja. Oh, was war da? Können Sie auch von der Tür übergehen? Ja. Klaro. Sollen wir ihn jetzt voll gut an der Tür behalten? Cool, der geht einfach weg. Ich spucke jetzt den Bonsai an. Dann suche ich einen anderen. Boah, guck mal, Twinkie sind Duftkärten. Wow. Kannst du ein Foto mit mir und dem Adler machen? Ja, klaro. Warte. Einen Moment, warte. Mhm. Wie geht nochmal der albanische Handzeichen? Okay, ich speckbieren. Nein, warte. Ich speckbäckchen. Wenn du... Wie geht nochmal der albanische Handzeichen? So. Adler. Coco. Okay. Sag Cheeseburger. Cheeseburger. Hast du ein paar gute? Ja, sieht super aus. Na dann. Wo ist denn der... Der Apf. Pinsel. Ups, da wurde jemand Apf genommen. Wo ist denn der Pinsel jetzt? Und wo sind unsere Laserschwerter? Das ist die Frage. Was für ein Pinsel? Unser Pinsel, unser Freund. Okay, keine Ahnung, weiß ich nicht, wer Pinsel ist. Der wollte sein Laserschwerter abholen. Äh, der Hobbs, meinen sie? Oh, nicht Hobbs. Ja, Hobbs. Weiß ich nicht, wo das ist? Unser Nunchak und Niener Sterne. Und wer? Seine Laserschwerter. Genau, wir machen nämlich Star Wars Cosplay. Ja. Ich geh als Baby-Oder. Okay. Ich bin R2D-Zug. Ja. Cool, cool. Macht Spaß? Ja. Baby, Baby. Du kannst das echt gut schwingen. Ich bin Baby-Bubub. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Da hinten gibt's Donuts, ne? Wo? Wenn du da hinten durchgehst, dann links. Okay. Dann gibt's Donuts. Da durch und dann links. Aber durch die Hacker. Die haben sogar Selbstbedienung an den Getränken. Wow. Die sind voll reich. Die haben sogar eine Regenbogenmaschine. Ich hab die Tür gefunden. Boah, die haben eine Mikrowelle von Pepega. Warte mal, hast du grad Obst gegessen? Ja, ist egal. Du sollst dich nicht da drunter hängen. Oh mein Gott, ich hab Lust darauf. Du musst dir ein Becherchen nehmen. Ein Becherchen, natürlich. Ja. Ich glaub, wir dürfen sogar hier sein. Oh, wir wurden entdeckt. Doch nicht. Kannst du mir auch einen Becher Fanta machen? Natürlich. Fanta? Ja, Fanta. Okay. Oder haben die Piepsi? Haben die Piepsi? Piepsi, haben die Leid. Ne, kein Leid. Kein Leid. Okay. Dann das Normale. Ja. Trink Fanta, sei Bambucha. Ja. Ja. Danke. Okay, Luder. Was? Ja. Man kann hier so viel trinken, wie man möchte. Da sind Donuts. Lass mir auch noch einen übrig. Ja, ja. Oder zehn. Das kommt aufs Titelblatt. Von Manself. Oh, die sind köstlich. Oh mein Gott, das hab ich gebraucht. Das ist das Poster von Lefibo. Kann ich auch rein? Okay. Kann ich auch rein haben? Okay. Wandel. Ja. Ja. Die sind ja alle angebissen. Ja. Ich muss doch einmal durchprobieren. Ja. Welches soll ich jetzt essen? Ja, Alpha. Bis morgen. Na, probier dich auch durch. Ich nehm den rein. Den nehm ich. Der ist noch nicht angebissen. Dose. Ach, jetzt. Jetzt ekelst du dich sogar von Tee. Nein, ich nehm doch auch die angebissen sind. Ach, komm. Ich werde dich fotografieren. Nein, auf der Mech. Diesen Moment werde ich nie vergessen. Lecker. Boah, da ist doch eine Mitfüllung. Veränderung. Veränderung. Was ist denn jetzt dein Problem? Du. Warum haben die ein Bild von uns hier hängen? Wo? Da. Da, bist du blind? Bist du dumm? Das ist ein Bild von Essen. Nein, guck. Ich bin links. Du bist rechts. Du bist so ein Dummkopf. Gar nicht. Oh. Oh, da hinten liegt, glaube ich, ein Stück Käsekuchen. Oh. Doch nicht. Oh, hier ist noch ein Topf. Twinkie. Twinkie, hier ist ein Topf. Hier ist ne Pizza. Ne Pizza. Kann ich auch ein Stück? Aber es gibt nur ein Stück. Gib her. Dann gib mir wenigstens die Salami da drauf. Ja. Ach komm, jetzt wo ich die Pizza angerührt hab, willst du die nicht mehr essen, ne? Ich hab doch nur die Salami runtergenommen. Du gibst nur ein Ruhr. Warum? Gib nur ein Ruhr. Warum? Beruhig dich, Anna. Nein, ich will nicht ruhig sein. Du musst deine innere Mitte finden. Ich hab meine innere Mitte gefunden. Ne, das glaub ich aber nicht. Doch, an meinem Bauch. Boah. Hey, hoffle, beruhig. Und, hast du Laserschwelter? Ne, der ist nicht mehr im Dienst. Ich? Ich war bei die Leutnants, die Chefchefs. Ja komm, wir finden bestimmt irgendeinen, der was zu sagen hat. Ja. Ja, weißt du schon, der hat gesagt, ich muss morgen fahren. Warte, Ria ruft da. Ja, Ria. Hallo, Taxikunde bei Würfelpark. Und ich würde auch außer Dienst gehen. Also, wenn du möchtest, kannst du dann gleich die Leitstelle übernehmen. Okay, danke. Bitteschön. Ich übernimm dann. Ja. Hau rein. Ich kann, warte, App. Frag mal, wo sie den Telefon droppt. Ja, warte, ich übernimm hier. Ich hab übernommen. Und wir haben einen Kunden am Würfelpark. Na dann. Top. Die Betty gilt. Ja. Wir haben einfach die Donuts gegessen und so. Entschuldigung. Was? Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken. Warum? So denn? Boah, EMF 5. Oh, das ist ein Zauberer. Oh. Gern, der ist ein Scheiß gegen ihn. Irgendeine blonde Frau. Mein Konto stand da. Küsschen, mit Küsschen. Mal Zeugen. Bye, bye. Bye. Wie geht es dir auf dem Fahrrad? Boah, ist das weit. Oh mein Gott. Wie fährt der denn? Der hat einem von dem Sheriff sein Auto gerammt. Mann, musst du immer am Weg rufen. Mann, musst du immer am Weg rufen. Was fotografierst denn du? Hä, wer interessiert es für dich? Fotografiert das Auto. Welches Auto denn? Das ist ein Kopfauto. Ja. Der ist gerade vorher noch reingefahren. Ja, hab ich gesehen. Deshalb mach ich Fotos. Oh, Twinkie ist schon dritten. Tschüss. Ja, das sind knapp. Twinkie, warte. Twinkie. Warte. Guck dir mal diesen Bausen an. Heilige Mutter. Am Würfelpark. Sitzt ihr alle bequem? Ja. Ja. Seid ihr alle angeschnallt? Auto hat vielleicht einen kleinen. Warte mal, jemand hat die Lampe mitgenommen. Bestimmt der Klimmelspilz. Ja, der macht die eben wieder heile, glaube ich. Pinse, kennst du den Klimmelspilz? Nein. Nein? Oh mein Gott. Rechts vor links. Hattest du aber recht. Das stimmt. Chunk, nimm doch ruhig den Gepätschern. Und aufschau. Oh, guck mal da. Oh mein Gott. Oh, das Auto ist immer noch da. Oh no. Ich muss verchecken. Aber wir haben Kunde. Klaut er jetzt, Winky? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Dem hat jemand die Pysode schon gemopst. Echt jetzt? Ja. So was asoziales. Schade, sonst hätte ich sie jetzt gesaved. Ich weiß nicht, da ist glaube ich unser Kunde. Hallo, haben Sie ein Taxi gerufen? Nee, ich habe kein Taxi gerufen, aber vielleicht steht da vorne. Danke. Oh, der hatte Bock. Oh, ich glaube, die haben auf die Taxi gerufen? Ja, wir haben Taxi gerufen. Wir können nur einen mitnehmen. Bleib einfach hier stehen, wir wollen nicht danach. Okay, danke. Echt? Oh, okay. Oder so hingehen. Einmal zum Goldfarbeiter, bitte. Tja, wo musst du nachher hin? Ich will zum Wald. Wehe, Wald? Also Schmelze, Schmelze meine ich. Was für ein Wald? Wo ist die Schmelze? Ja, Wald. Was ist denn? Das ist ja wie wenn du bei einer Insel saßt. Ich rufe dich gleich zurück, ja? Wie schlimmer ist der Mann hier wegen dem Wald. Ach hier, ich habe schon, ich habe schon. Wo ist die Schmelze? Pinser. Ja? Schmelze, GPS. Ähm, ich weiß, wo die ist. Ja, dann mach Navi. Der Fahrgast möchte da hin. Ach so. Ja, bitte. Äh, ich habe schon. Oh, der war, der riecht saftig. Ja. Ja. Aber weißt du, wo ich gerade herkomme? Der andere Weg zum Wald. Ich weiß nicht, ob du aufs Weg seid. Nein, es kommt von deiner Geiselnahme. Warum das denn? Nein, keine Ahnung. Es stand bei der Goldschmelze, kam raus und da stand ein schwarzer Jukula und mir wurde eine Waffe ins Gesicht gehalten. Was ist denn ein Jukula? Nein, das ist so ein gummisches Auto. Das fahren irgendwie alle Gangster. Ist das nicht ein Chokoriegel, der Kinder-Jukula? Äh, der Jukula? Nee, du meinst, fuck, was meinst du? Kinder-Country? Oh, pass auf. Oh, komm mal, meinst du ein Auto schauf? Oh mein Gott. Alles easy. Und du bist Goldschmied? Ja, also ich habe das heute das erste Mal probiert. Und? Du gehst, du kannst einfach da hingehen und Gold schmelzen? Naja, ich habe mich so an so einen Bach gestellt. Mir wurde erzählt, dass da relativ gutes Gold vorkommen ist. Und da habe ich halt gedacht, okay, probieren, was ich mal bin. Da bin ich so hingegangen, habe so mit meinem gummischen Sieg da gestanden, ein bisschen hin und her geschüttelt. Ja. Da hatte ich so ein paar kleine Nuggets hier, wo sind mein Elkepfehl. Wie viel Kilo hast du gefarmt? Wie gefarmt? Also ich, ich, was meinst du? Sag mal so. Ich habe, ich habe letztens einen gefragt, wie man Beton gemacht. Dann hat er zu mir gesagt, mit einer Spitzsacke. Scheiße. Hier ist das? Ja, hier rein. Oh, pass auf, da ist ein Jugula. Da steht ein Jugula. Boah, weißt du jetzt, was ein Jugula heißt? Sieht doch aus wie ein Schokoriegel. Ja, so ein bisschen. Das macht einmal 70.000 Dollar. Nee, kommen Sie her, daher, kommen Sie her. So, Grüße. Hallo. Ach so. War hier gerade eine Geiselname? Na, nee, ich war der Einzige mit dem Kumpel, der hier abholt wurde. Also hier erlebt man kreise Sachen. So, das wäre dann einmal 990 Dollar, aber Trinkgeld ist wichtig. Das müssten wir auch mal Goldschuld werden. Aber ich schmuck. Oh, das wäre wirklich nicht gemütlich gewesen. Aber das ist halt so eine Aussage, wie wenn du sagst, ich muss an das Meer. Wir sind auf einer Insel. Wie Idiot. Also bist du Goldschmied? Ja, ich habe gedacht, ich probiere das mal aus. Habe ich mir 15 Kilo. Nein, ich bin mal kurz zum Bach und habe immer 21 Kilo Gold besorgt. Und jetzt gehe ich das einfach schmelzen. Mann, so einen Job hätte ich auch gern, Alter. Oh, da war echt was los, ne? Ja, war ganz viel was los. Oh, scheiße. Ich habe tatsächlich jemanden gefragt, wie man Beton oder so macht. Der hat wirklich gesagt, ja, Spitzsache. Ja, der Mann kriege ich schon, oder? Ja, mit plus 5 Schärfe drauf. Ja. Da ist der Kunde. Da vorne läuft er. Hallo, da sind wir wieder. Hallo, steigen Sie ein. Nein. Pan, dann vorne ist er im Palmen. Wo müssen Sie hin, Sir? Zum Wald, bitte. Ja, welchen? Oben, in Paleto? Hm, das ist im Osten der Insel, aber oben, ja. Osten. Osten. Aber welcher Wald? Keine Ahnung, Mann. Ich suche einfach ein. Weißt du, wo, Pinsel? Ja, ungefähr. Dürfte ich fragen, was Sie im Wald wollen? Da bin ich vorhin abgeholt worden, sagen wir mal so. Okay. Da steht mein Auto. Okay. Sind Sie Holzfäller? Hm, bin aktuell Holzarbeiter, ja. Was verdient man da so? Nachdem ich welchen Mittelmann arbeite, 6.000 bis 10.000 die Stunde. Boah, das ist aber gut bezahlt. Das ist eine absolute Hubschrauge. 6.000, boah, das ist aber so viel. 1.000 Dollar? Also ich verdiene aktuell 6.000 ungefähr die Stunde, aber wenn man die richtigen Mittel hat, dann kann man bis zu 10.000 verdienen, ja. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ist dies der Wald, den Sie meinen? Hier ist überall Wald, links. Ja. Ja, hallo. Justin? Hallo. Wie heißt der? Justin. Baby, 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 oh. Ich hab dieselbe Frise. Ich glaub, ähm, ich glaub, oh, keine Frage. Justin. Downtown Cab Los Santos, Peanut am Apparat. Hi, ich bräuchte ein Taxi, ich stehe bei euch am Taxigelände. Ja, dauert aber einen kleinen Moment, oder Moment, ich guck mal kurz. Ja, dauert einen kleinen Moment, wir müssen nämlich hier in einem Fahrgast in den Wald fahren. Naja, alles gut, weiß Bescheid. Danke dir. Okay, bis gleich. Bis gleich. Boah, der hat ja gute Laune. Das ist denn mein Guter. Junge, links von dir ist ein Wald. Ey. Hallo? Ich meine schon den Wald oben, äh, wo das Auto steht. Warst du im Handschuhfahrer? Ja, ich weiß ja nicht, wo dein Auto steht. Brain Lake. Ne Pencil, hast du GPS eingetragen? Ja, ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, dass es nur dieser Wald sein kann. Warte mal, du, ich guck mal hier auf den Stadtplan. Es gibt so viele Fälder hier. Ach, hier, da, ich weiß wo. Ich weiß, das ist doch hier. Da oben am Wald. Ja. Ja, Mann, der Waldmann. Der Wald, klar. Der Waldmann. Dass ich da nicht drauf kann. Wenn jemand sagt, es muss zum Wald, dann kann es nur der sein. Wir müssen bei der Getreidemühle rechts abbiegen. Ich sag Bescheid. Weil hier links, guck mal, der Leute, der Wunsch. Halt die Klappe, ich sag Bescheid. Ich weiß jetzt, welchen Wald er meint. Ich rieche euch mal alle ein bisschen ab. Tu die Muschel weg, Pencil. Jawohl. Schwö, ich schmeiß die gleich aus dem Fenster. Wie nett. Das ist eine leckere Muschel. Ja, ich hab auch vorne eine gehabt. Du? Ja. Na, die geht sich die immer auf den Nippel. Zwei Stücke. Hallo. Und dann macht die mir immer die Meerjungfrau. Mach Ruhe nun. Das ist unser Ding. Du bist halt so aggressiv zu mir. Das geht andere gar nichts an. Ich bin nicht aggressiv zu dir. Du sollst lieb sein und mich lieb haben. Ich, ja, ja, Speckbäckchen, das bin ich allerdings. Was zum Teufel, war das ein Ufo? Oh. Da kam uns was Rotes. Ach, egal. Okay. Oh, nee. Also, wir müssen jetzt gleich rechts abbiegen. Gleich rechts abbiegen. Ja, das hier rechts ist die Getreidemühle. Ui. Wow. Oh. Ist der Kunde noch da? Hier rechts abbiegen. Dann den Straßenverlauf folgen. Ist der Kunde noch da? Ja. Ich habe schon. Ach so, ist ja langweilig. Wo soll er denn hinlaufen in der Fahrt? Ja, ich. Manche springen raus, weil die so doof sind. Du springst gleich raus. Hallo, vielleicht ist der neu. Und vielleicht ist der aufgeregt oder so. Was muss man im Wald machen? Holzfäller. Ihr saß, oh mein Gott. Oh, wie fährt der? Im Wald braucht man eine Motorsäge, damit kann man Bäume fällen und mit dem fährt man dann zum Sägewerb. Mit den Bäumen? Und dann verteilst du Bretter. Da verarbeitet man diese Bretter und verkauft. Wie viele Bäume passen in den Rucksack? Also bist du in der Gang? Nochmal? Also bist du in der Gang? Geradeaus, Twinkie. Warte. Äh, ich bin in keiner Gang, nein. Aber du verteilst Bretter. Äh, ich verkauf diese Bretter dann bei der Schreinerei unten in der Stadt, ja. Ach, die kann man verkaufen? Ja. Was willst du sonst mit Brettern? Ja, verteilen. Ja, au. Kannst du uns jedem ein Brett geben? Nein, nein, nicht bitte. Ich hab aktuell keine Bretter dabei. Doch, ich schleppte den ganzen da mit mir rum, bis ich's dann für den Gag auspacken kann. Und einfach hinschmeißen. Das hier ist übrigens der Wald. Ja. Oh, zeig ich zum Zubel da. Hier sind überall die Möge. Downtown Cap Peanock am Apparat. Ja, guten Abend. Hallo. Und da gleich links steht mein Warten. Ähm, habt ihr zufällig Zeit, zu Lowly Gentleman zu kommen? Oh, guck mal, da ist ein Kumpel. Und dann einmal zur Verwahrstelle? Ja, aber dauert einen kleinen Moment. Wir haben noch einen Kunden in der Waldschlange. Ja, ist okay. Ist okay. Ich warte. Und dann einmal 2000... Ja. Okay, komm vorbei. Also von Lowly Gentleman zur Verwahrstelle. Ja, unos problemas, por favor. Ja, sehr gut, gut, gut. Okay, singo, singo. Bis gleich, hatte. Ja, bis gleich. Hallo. Er hat noch... Bitte, einmal ein bisschen... Ja, Pimpel. Wenn ich mir überlege... Ich danke. Einen schönen Abend noch wieder. Ähm, da der mit... Hä, hast du meinen... Da hat er auf den Arsch geguckt. Da hat er auf den Arsch geguckt. Was? Da hat er auf den... Egal, wir haben zwei Kunden. Drück auf die Tube, Ernie. Drück auf die Tube, Ernie. Was hast du gesagt, Pinsel? Ähm, was? Du wolltest irgendwas sagen. Ich wolle sagen, der verdient in einer Stunde 6000. Das mache ich mit einer Taxi fahrt. Manchmal... Warum verdienen wir so wenig? Weil ich betrüge... Hallo, wer ist da dran? Wer ist dran? Wir müssen einmal zum Taxi-Hauptquartier. Twinkie. Taxi-Hauptquartier. Oh, doch. Söder. Ähm... Wie scheißt du? Okay. Wo genau bist du? Willst du nicht was Besonderes sein? Viel zu schön, um zu vergessen. Gott sei Dank, kann ich sehen. Man kann dich nicht in Worte messen. Jawohl. Es reicht dir nicht zu verletzen, so bis Herzen zu fest. Aber dauernd. Geht so gut, Speckeschen. Ja, du hast mir wehgetan. In mein Leben. Warum? Bleib an der Tür. Ich habe mich immer angeschaut. Ach, jetzt kommen wir nicht so. Wann habe ich dich denn angeschrien? Fuck, zwei Sekunden. Hi. Wir haben noch einen Kunden am Pink Cage. Ja, wir haben jetzt eine Taxi-Hauptquartier, dann bei Lonely Gentleman und dann ein Pink Cage. Sollen wir vielleicht ein paar weitervermitteln? An wen? Das ist keinem Dienst. Willi? Ah, der ist im Hof, der ist offen. Twinkie, Twinkie, Twinkie. Also, zum Hauptquartier. Ich habe geguckt, das ist keinem Dienst. Was? Oh mein Gott. Wie fährt? Ich drücke auf den Lost-Puller. Hey, mach mich nicht nah. Mach den Motor nicht nah. Ja, ja. Du Luftpumpe. Ach, cool. Die verdienen alle viel mehr Geld, als ihr. Was ist das für eine Marktwirtschaft hier? Wir rackern uns hier voll ab und die gehen Holz sägen, Alter. Und der eine wird Goldschmied. Der andere macht Zement, Alter, mit einer Picke. Der steht bestimmt fünf Minuten am Fluss für 17 Kilo. Scheiße, wir hätten den fragen müssen, wo der ist. Dieser Fluss. Ich weiß, wo der ist. Der hat bestimmt D-Max geguckt. Bestimmt wieder so eine Doku. Goldrauschel in Alaska. Ich habe da immer die Monsterjägel geschaut. Boah, kennt ihr Goldrauschel in Alaska? Ja, klaro. Leider haben wir das im Hotel nicht. Aber wir ziehen heute um. Wir schlafen heute im Haus, ne? Ja, richtig. Aber glaub nicht, dass ich das mit dir angucke. Was? Das habe ich schon durch. Ne, das habe ich schon durch. Das schauen wir nicht. Aber ich will Goldrauschel in Alaska gucken. Boah, ich kenne das schon in- und auswendig. Mein Vater hat das immer geguckt. Dein Vater juckt mit nicht. Mich aber. Dann gucken wir das mit den Versteigerungen. Okay. Das mit dem, wo die sich immer streiten um diese komischen Einkaufsdinge. Ja, aber wir schauen auch die Monsterhunter, okay? Ja, und die Piraten-Doku von Netflix. Ja, genau. Ich bin Peanut Blackbeard. Ich bin Blackbeard. Das haben wir doch schon gesagt. Das stimmt, dein Bart ist schwarz. Ja. Real Monkey, danke schön für die W7-5. Cooling Modes, by the way. Und danke, QB, für den Primer 14. Zum Wiedern-Kunde. Downtown Cap Taxi-Peanuts am Apparat. Ach, du Scheiße. Guten Tag, Lars Kaiser hier. Ich bräuchte nur ein Taxi, der mich zum Wald fährt. Ja, aber wo sind Sie denn? Ich bin am PD. Ja, dauert aber einen kleinen Moment, ja? Ja, keine Sorge. Okay, bis gleich. Bis gleich. Also hier Hauptquartier jetzt? Ja. Davor irgendwo? Ist schon abgehauen? Oder da vorne, da vorne, hup mal. Oh. Hallo, ihr Taxi ist da. Du kannst aufhören zu rupen. Hup weiter. Nein. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Wo ist denn das Gehende, ja? Wo müssen Sie gerne hin? Wo willst du hin? Warte, 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 warte. Okay. Tu, betrinki, Würfelpack. Würfelpack. Zwei Kilometer von hier. Zwei Kilometer von hier. Oh, ich weiß das schön aus, eigentlich. Ja, ja. So, es geht los. Tatsächlich aufgerundet. Bitte anschnallen. Bitte anschnallen. So, danach haben wir den am PD. Der will zum Wald. Auch. Nun wieder. Ja. Geht im Wald irgendeine Party ab? Keine Ahnung, anscheinend verdient man viel Geld am Wald. Will der denn zum selben Wald? Ja, zum selben. Wo geht da hier nur ein Wald? Ja, offensichtlich. Ja, das ist ja auch die einzige Stelle. Ja, weil der ist die überhaupt groß definiert. Der fährt mir auf der Tür, der Mongo. Sorry. Kannst du das nicht Mongo sagen? Warum? Weil das ist Diskriminierung oder so. Das sagt man nicht. Echt? Tömelein. Diskriminierung ist das erst, wenn du das zu ehemiligen im Gesicht reinsagst. Ja, aber man benutzt das auch nicht als Schimpfwort. Genau. Okay, dann sag mir eins, was ich besser sage. Idiot. Oh, ich bin der. Ich wüsste da einiges. Wir haben unser Ziel erreicht. Aber hier ist mein Knallkopf. Knallkopf geht auch. Jetzt ist einmal nichts los. Na, ihr. Hier will ich schon mal hin. Doch, da vorne sitzen Leute. Da hinten sitzt einer. Der ist so schön. Twinket ist schlicht. Ist schlicht. Tschüss, Emelika. Schlaf gut. Das ist Gärtnenskundung. Wissen Sie? Twinket ist nur am Betteln. Eins zu fünf? Ja. Okay. Sag sie. Hey. Was ist mit dem einen Typ? Welchen? Den wir gefingert haben. Was ist mit dem? Bitte schön. Ich hab den mal versucht anzurufen, aber der geht nicht ran. Oh. Wenn wir den nochmal erwischen, ne? Ja. Tschüsschen. Dann verkloppen wir den aber. Aber schack. So, wir müssen jetzt zur Polizei-PD-Stelle. Ja. Und dann Pinkage und Loli, Herr Süßes. Ach, schau noch, ne, boah. Nehmen wir erst den, dann PD, der ist am nächsten. Okay. Und dann wieder im Wald. Und dann wieder im Wald. Und dann den von Pinkage. Weil der aus Loli-Gentlemen hat es ja nicht, dass es hat er Zeit. Aber Pinkage ist da näher. Nein. Doch. Nein. Pinkage ist direkt gerade da lebt. Ja, aber der hat die weiteste Strecke. Der will im Wald. Ja. Zu den Hobbitzen. Aber deswegen musst du die Mann, die, wo schnell gehen zuerst? Ja. Putzai. Will der im Wald? Putzai. So im Wald müssen wir da. Oh Gott. Schon wieder. Wieder mal. Was wollen die alle im Wald? Ich weiß es nicht. Da vorne wäre bestimmt. Downtown Cap. Aua. Aua. Downtown Cap. Taxi. Taxi. Aua. Hallo. Hatte jemand ein Taxi bestellt? Ach da. Hallo. Oh stimmt, der sieht eher aus. So. Hier ist mir jemand. Sie waren zum Wald, richtig? Genau. Sind sie auch Baumfäller? Ja. Welchen Wald, Sir? Wir wissen welchen Wald. Wir haben da gerade jemanden schon hingefahren. Aber ich würde es hier enthören. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bitte anschneiden. Es geht los. Druck auf die Tube, honey. Druck auf die Tube. Hallo, Sir? Ja. Herr Samann, ich war aus der Jugend. Boah, das wollte ich ja. Oh, langweilig. Also. Du Pinsel, sei nicht so unhöflich. Genau. Aber manchmal möchte ich dir ärgern. Ich... Au. Du musst ihm was rauskitzeln. Was willst du denn rauskitzeln, wenn du sagst langweilig? Genau. Okay, nächstes Mal warte ich mit dem Satz. Also. Den Satz solltest du erst sagen, wenn er ausgesprochen hat. Ja. Okay, dann leg ich mal los. Oder einfach mittendrin. Einfach so richtig random so, mir ist es langweilig oder so. Also ich bin als ich klein war, zu Halloween mal als Raffaello gegangen. Als Raffaello? Als die Süßigkeit? Ja genau. Und auch der danach, als Ferreiro küsse. Ich bin als Twinkie gegangen. Ja. Das war sehr amüsant. Ich habe mein Löcher durchgeschenkt und habe gesagt, ich bin ein Geist. Ah, okay. Du hast dir eine Decke auf den Kopf geworfen. Ja, eine Wolldecke. Hattest du Löcher da drin? Ja. Und ich habe gesagt, ich bin ein Geist, aber die Decke war lila. Also warst du ein Napperskind? Das ist ein Napperskind. Oh, wow. Ich habe, also ich glaube, die haben Napperskinder gehabt. Die haben immer geärgert. Warum? Wenn mein Ball rübergeflogen ist, haben die nie zurückgegeben. Kennst du Nappa? Ja, klar. Ist der von Dragon Ball? Nee. Doch. Nee, eine Glatze. Nappa ist dieser komische Alkoholiker. Das ist ein Napperskind. Nee, der ist von Dragon Ball. Da hat er recht, Nappers von Dragon Ball, ja. Ja, dankeschön. Welche heißen Nappers von Dragon Ball? Der Freund von Vegeta. Ja, genau. Ein großer, muskulöser Glatzkopf. Hat Son Goku eigentlich mit Superinstinkt den Dings besiegt beim Turnier? Ja. Ja. Aber nur mit Freezer zusammen. In Dreierkombination. Aber nur mit Freezer. Und mit C-17. Ja, genau. Mit C-17. Wie, die dürfen zu dritt gegen den kämpfen? Ja, das war ja Universum gegen Universum. Und ein Universum konnte mit einem Universum zusammen kämpfen. Das war scheißegal. Spoileralarm. Genau. Wolltest du einen da gucken? Herr Maharsch. Wisst ihr, was ich bei Dragon Ball so doof finde? Weiß ich. Was denn? Dass immer, es gibt immer jemanden Stärkeren und die Macht ist unendlich, dass es schon, dass es schon so richtig doof wird. Ja, gut, das stimmt. So ein Goku ist so stark, der könnte mit einem Winpern zucken die ganze Welt zerstören. Es steht gar nicht mehr in Relation. Ja, stimmt schon. Und ein Super- Super Saiyan 215. Wie heißt du mal, der Omni, der Ceno heißt der. Ja, Ceno. Und der macht mit einem Knips die ganzen Galaxien tot. Und warum gibt es zwei? Was? Weil das eine aus dem anderen ohne der Szenen genommen ist. Ja. Richtig. Richtig, damit er was zum Spielen hat. Genau. Oh mein Gott. Hey, das ist unser Kumpel von Grad. Boah, der hat aber eine Kettensäge in der Hand. Sieht aus, da sieht er sich ein Schrubben im Wald. Oh, ein Ausweichen, bitte. So, das macht dann einmal. Das ist doch kein Kettensäge. 2310 Dollar. Die hört man nicht. Wenn wir jetzt hingehen, der macht, der Brom. Oder der macht, oh, schlägt mal, oh, schlägt mal. 241. Und so. Was? Danke. Super. Ihr bitte. Halt mal eine Karte drauf. Bitte sehr. Danke. Finkie fotografiere mal den Arbeiter da vorne. Ciao. Ciao. Eigentlich müssten wir den Sheriff rufen, ne? Warum? Macht Nader. Arbeiten. Erst mal die Holzstämme in den Fahrzeug werfen. Oh, schon wieder Telefon. Ich gehe nicht dran. Wir haben zu viele Kunden. Obwohl, soll ich drangehen? Du musst rangehen. Ja, hallo. Ich wollte nochmal anrufen, ob sie mich vergessen haben. Nee, wer sind sie gerade? Lowly. Lowly Gentleman. Wir haben ganz viel zu tun gerade. Und nur ein Taxi. Ich bin ja alles an meinem Lügen. Ah, scheiße. Das Taxi kommt jetzt. Ja, alles gut. Und wer hat sich beschwert? Ja. Wir hätten irgendwie... Okay, wir müssen doch erst nach Lowly Gentleman. Wir hätten irgendwie mehr Autos, wenn wir nicht zu dritt. Ja, das ist nochmal ein bisschen zu dritt. Ja, das ist... Eigentlich stimmt das, ne? Ja, das ist... Aber ich will nicht fahren. Ich will auch nicht. Oh, die Oma ist schon außer Betrieb. Ach, wir kriegen das doch auch so gut gemanagt. Ja, die müssen halt Zeit mitbringen. Ob sie jetzt am Feld stehen oder... Aber ich bräuchte auch bald mal eine kurze Handschuhfachpause. Ja, okay. Ja. Dann springe ich ein. Komm, Deiner. Was? Ja, ich komme im Auto. Du bist im Handschuhfach? Ja, ich habe mal ein Küßer reingelunzt. Also wo ist Lowly Gentleman? Und... Pinsel? Ähm... Ist das der... Ach, scheiße. Ist das der... Erhotik-Schub? Will ich? Soll ich fahren? Ne, ne, alles gut. Warte, ich muss das nur noch eintragen. Achso. Vergesse das manchmal einfach. Fuck you then! Wie machst du das, die Stimme so verstellen? Ich? Ja. Ich? Das ist einfach... Einfach... Einfach einfach. Einfach einfach einfacher ist. So tanken müssten wir auch mal. Oh, hier ist ja zufällig eine. Ich tank nicht. Warum? Tanke, Uffi, vielen lieben Dank für den We-Sub im 46. Monat und küsse ich zurück. Du bist nicht. Du bist viel zu nah an der Tankstelle. Ach, komm. So. Dann hier... Zack, einfach reinhalten. Du musst eigentlich so... Na, wie geil. Was willst du? Nichts. Nichts, Trinky, alles gut. Besser. Weißt du, was ich sagen wollte? Nein. Okay, willst du besser? Aber Trinky, was du das? Ja, irgendwie schon. Aber die sieht so süß aus in ihrem gelben T-Shirt. Das ist meine kleine Oma. Yo. Ja. Oh, guck mal. Ihr Tattoo. Ja. Im Mondlicht sieht man sie. Nein, die hat das doch nur verschminkt. Jetzt ist Make-up abgegangen. Ach, ja stimmt. Ja, dann hör auf, wie am Arm zu lecken. Alle, dass ich kriminell bin. Aber das ist unser Freundschafts-Tattoo. Ja, das ist meine neue Jugendsünde. Jugendsünde? Ja. Bruder, du bist 40. Bruder? Nein, 20, Bruder. Boom, boy. King, King, Motherfuck. Warte mal, du bist 23? Ja. Wie alt bist du? Muss ich aber nur was mal rosa ist. Guck, ich bin 30. Ja, ich bin mal größer. Ja, es war schiefgelaufen, ne? Warum schon wieder? Ich geh nicht dran. Danke. Doch sag, sie sollen sich Freunde suchen. Wir können grad nicht. Ich geh nicht dran. Du bist 24? Ich bin 23. Boah, ich bin 18 Jahre älter als du. Ja, und du bist schon, du kannst schon echt froh sein mit mir. Das stimmt. Warum lachst du jetzt, Pinsel? Ich hab jetzt erst ein Gag verstanden. Das hab ich jetzt eben schon getan. Als wir im Taxi standen, weißt du? Nee. Von heute Morgen. Weißt du jetzt, wo Lonely Gentleman's ist? Ja. Ja, hast du im Lavi eingegeben? Na klar. Was hat denn angetäuscht? Sind die Zidane? Sind die Zidane? Sind die Mini Zidane? Oh, mein Kopf, der pusht wieder an der rechte Schelllappe. Nein, heute ist ruhig. Heute ist alles entspannt. Alles entspannt. Oh, Subi, keine Sorge. Und Schüsse aus. Du bist falsch gefahren. Oh, ach so. Nein, du kannst dich nicht drehen. Nein, oh. Doch, kann man. Mr. Slavico, danke schön für Prime 6. Merci. Oh Mann, meine Gehirnlappen im Auge. Erstmal ruhig und am Montag können wir wieder Vollgas geben. Ich will ruhig. Das ist anstrengend. Du sagst es. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geht's euch gut? Überhaupt gut. Mir ist nichts passiert. Ich bin angeschneit. Jetzt. Oh je. Hab ich mich erschrocken, du. Ja, ja. Ich stell mich besser an. Du siehst. Das hier ist Lonely Gentleman. Ja. Wo fährst du hin? Ich weiß nicht. Da vorne, da vorne rechts. Da vorne. Oh Gott, das ist... Hallo. Hallo, hallo, hallo. Braucht ihr zwei Plätze? Na, warte. Aber musst du noch irgendwo hin? Wer ist, wer ist drin ist? Der möchte gern zur Verfahrstelle, der Pfarrer. Zur Verfahrstelle? Ja. Okay. Hola. Hallo. Hallo. Hallo, Mirko. Ich hab hoffentlich nicht zu lange gewartet. Ach, alles gut. Wir machen nämlich gerade Fahrtraining-Ausbildung mit Twinkie. Ja. Bitte anschnallen. Oh mein... Ja, ich merk's. Kotztüten hab ich, wenn sie eine brauchen. Klingt gut. Oh mein Gott, komm mal. Ei. Ich konnte sauter mich erinnern. Oh je. Hab mich gerade zum Glück angeschnallt. Ich glaub, ich kann... Ich bin da auch angeschnallt. Ich glaube, ich bin da auch angeschnallt. Oh, fährt das Ding noch? Geht's euch gut? Ich konnte das Lenkrad nicht lenken irgendwie. Ich hab mal ne kurste Frage. Ja. Wenn man gegen Holzdings fährt, ist die Frage, fährt das Ding noch? Aber wenn's ne Metallstange ist, dann fahren wir weiter. Ja. Mit Metallstange. Logisch. Na, die Lampen am Rand. Habt ihr euch verletzt? Na dann. Ja, fahr mal an. Guck mal, wenn's euch gut geht. Ansonsten Krankenwagen rufen. Also ich bin angestattet. Alles gut. Ich hab ja auch. Ich hab ja auch. Okay, Freunde. Die andere Frage ist, Speckbärchen, schau mal vorne. Wo? Hallo. Alles gut bei euch? Ja. Frau Schnee, ich komm raus. Was habt ihr gemacht? Kommt zu wo? Die Tür mal er dir in den Oberschenkel in drei. Oh nein. Drei. Drei. Eins. Ja. Oh, ist glücker. Sieht... Hi, Ronnie. Sieht okay aus. Sieht okay aus? Der Motor ist noch da. Der Motor ist noch da. Motor oben zu. Du, dass weh ich dir. Motor. Oh mein Gott, pass auf. Die Straße war offen. Ist gut. Prost. Ich konnte nicht lenken. Ja, es ist okay. Okay. Wieso konntest du nicht lenken? Keine Ahnung, das hat sich festgestellt. Du warst also stuck oder wie? Ja, ich werd ziemlich stuck. Okay. Ich versteh. Braucht ihr nen Medic oder so? Alles gut. Wir waren alle angeschnallt. Okay, peace. Alle angeschnallt. Sonst irgendwie? Abschlepper, irgendwas? Alles gut. Es ist alles alleine. Du arbeitest beim Abschlepper, oder? Nee. Nee. Du willst nur Geld verdienen. Mein Ehe... Nee. Aha. Da liegt der Geschmack. Ach, Peanut Butter, was machst du Schönes? Wir fahren Taxi. Wir sind am Arbeiten. Genau. Wir haben Kunden. Wir haben Kunden. Ja klar, arbeite ich. Hat der Taxi nicht ne Schieflage? Nee, deine Mutter sitzt ja nicht drin. Sie liegt am Koffer. Du musst früher aufstehen und mich ärgern zu ärgern können, du Arschloch. Nee, ich möchte dich nicht ärgern. Ich find vermissen, wenn du so schlimm hast. Warte, jetzt aber du hast gerade dein Handy. Nein, warte, ich schick dir mal kurz ein Bild. Erkennst du die? Ja, genau deine Mama. Du bist Arschloch. Ja. Ist alles okay. Immer rufen mich Leute, dann beleidigen mich. Was für ein Wigster. Ja. Zieh die Karre wieder nach links? Nee, diesmal noch nicht. Siehst du noch auf der Bank im Pink Cage? Meinst du, der ist noch da? Ernsthaft? Was? Dein Leben ist verwelkt. Wie lange wolltest du auf uns fahren? Der scheint echt keine Freunde zu haben. Ah, okay. Dann warte, wir sind bald da. So, der Herr. Wir sind angekommen. Hi. Super, super, super. Trink ich rechne dich nicht auf. Die arme Frau steht die ganze Zeit am Pink Cage auf der Bank. Das macht dann einmal 990 Dollar. Trink hätte es allerdings fliehen. Nee, ist okay. Ist okay. Okay. Ich könnte auch holen auf 1000. Auf 1000. Wow, wie großzügig. Wow. Übertreiben sie bloß nicht. So, oh man, oh man, oh man. So. So, okay. Bitteschön. Was? Bist du müde, Pinsel? Nee, hier ist kein Sauerstoff drin, weil alle Fenster kaputt sind. Bye, bye. Ja, au. So. So. So, wir müssen zum Pink Cage. Mal ganz ruhig. Mal ganz ruhig. Mal ganz ruhig. Mach fertig jetzt. Jetzt beruhig dich erstmal. Ich mach dir den Navi. Hat er dir 10 Dollar Trinkgeld gegeben? 10 Dollar Trinkgeld. Heißt du dich bedankt? Ich hab, ich hab Geilzeits auf den Scheck geste, auf das Ding geschrieben. Auf die Rechnung? Ja. Weißt du, was ich manchmal, was ich manchmal mach? Was denn? Dann geben die meistens noch mehr. Was? Hab vergessen, was? Lass mich überlegen. Warte, was? Ich schreib auch immer Sachen da drauf. Warte, 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 warte. Wie meld dich mal bei mir und so. Ja, der Witz ist kaputt, toll. Wer ist kaputt? Mein Witz ist kaputt. Der Taxi. Ach, Taxi ist topfit. Ja. Muss nur ein bisschen ausgebeult werden. Aber du fährst schon viel besser. Danke. Danke. Ja, ich finde auch... Und der von PinkHedge hat dich jetzt angerufen, Pinsel? Nö, du sitzt auf der Bank. Das ist... Ach, du wirst wissen. Mann, du kennst die... Wen kenn ich? Der Mann geht sehr gut. Na sieh, der Mann. Ja, na sieh, der Mann? Ach, der Herr Jutta. Ach, den müssen wir abholen. Dann können wir den eigentlich mal zusammenpfeifen mit 10.000. Oh mein Gott. Guck mal, der Herr Jutta wird schon angequatscht. Der will uns den Kunde klauen. Hallo Ronny. Hallo. Ach, hallo Peanut, hallo Twinkie. Ich hab ein Hühnchen mit dir zu pflücken, ne Herr Jutta? Was, warum? Was hab ich schon gemacht? Steig ein in die gute Stube. Was hab ich schon gemacht? Was kosten hat 10.000 Dollar Eintritt der beim Crash Derby? Jahrzehnten. Weißt du, wie viele Kosten da entstehen? Was heißt du, wie teuer 10.000 sind? Verwahrstelle. Das wird teuer, ne? 10.000 kann das machen. Ja, natürlich. Na, wissen Sie, wie teuer tanken ist? Mach, dreh mal den Preis, Runa. Ja. Wie sollen denn normale Bürger wie wir damit machen? Genau. Gehen wir arbeiten? Ja. Wir arbeiten gerade. Wir arbeiten gerade. Damit wir uns das leisten können. Flachwixer. Hey. Ja. Ja, weißt du, ich hab allein schon über 5.000 Dollar pro Auto kosten. Was hast du denn? Sorry. Ich hab allein 5.000 Dollar pro Auto kosten. Die dann stehen. Ja, genau. Ja, ist so. Mit der Reparatur und Sprit. Ach, du bist ein Betrüger. Bin ich gar nicht. Ein Betrüger. Klar. Ja. Ich muss ja auch was verdienen. Ich muss ja auch Geld in die Karre nehmen. Ja, dann die Arbeiten. Das ist meine Arbeit, du sagst du nicht. Ja, das ist doch keine Arbeit. Natürlich. Nein. Kann doch jeder. Oh mein Gott. Stab, stab, stab. Das ist bestimmt offen. Ach ja. Da gehen wir nicht dran. Nein, da gehen wir nicht dran. Wir gucken nur, ob's dem Mann gut geht. Aua. Oh Gott. Hallo, ist alles okay? Da sitzt keiner drin, oder? Ja. Ich hab bestimmt vergessen die Handbremse anzuziehen. Nur mal kurz gucken. Das ist eine Mühle, Schwester Kusch. Die pennen ja alle. Das ist absolute Wucherei, was du machst. Das stimmt gar nicht. Stimmt wohl. Nee. Der hat mich schwer. Mir wurde sogar ins Herz gelegt euch noch mehr. Oh, was? Der parkt hier? Das ist so krass. Oh mein Gott. Ich bin falsch gefahren. Wir müssen hoch. Nix neues. Obwohl, wir können auch hier lang. Oh mein Gott. Diese Routenberechnung hier. Das verweilt mich komplett. Ja. Ja. Also drehe mal den Preis runter. Ich drehe gar nichts runter. Ja. Drehe den Preis runter, hab ich gesagt. Nee. Dann gibst du aber gleich extra extra Trinkgeld. Wir kaufen uns den einen Aspo und dann crashen wir in deinem Wandel. Wenn du dir die 10.000 für den Aspo leisten kannst, dann kannst du auch die 10.000 Dollar für die Teilnehmer leisten. Nö, dann muss ich ja nur einmal investieren. Nö, dann fährst du einfach nicht mit. Was willst du eigentlich tun, alter Mann? Ich bin kein alter Mann. Ich bin alte Frau. Nö, nein. Doch. Frag den aber nicht. Der hab ich Schlobohne gesehen. Oh bitte, lass mich raus. Der hab ich Schlobohne gesehen. Ja, dann würd ich auch sagen, alter Mann. Leck mich. Ich bezahl gar nichts. Los, gib Trinkgeld. Bleib mich mal. Ich muss los. Ich schlag den zusammen, ne? Ich schlag den zusammen. Sag mal. Stell dich da vorne auf. Auf was, ne? Ich schlag dich zu. Geh weg. Bleib stehen. Du brennst hier nicht die Zeche. Wo ist der hin? Warte, steigt ein Leute. Wir waren einfach zur Polizei. Geh weg. Los, du musst zahlen. Hey, bist du... Zahlen! Nein, ich muss da gar nichts. Hilfe. Ich werd geschlagen. Zahlen. Oh Gott. Ich werd geschlagen. Hilfe. Oh Gott. Du zahlst das. Ich entwickle Kräfte, die ich vor nie gespürt hab. Komm her. Zahl das. Ich hab ne Ausdauersatz auf dir. Warum bist du so sch... Oh mein Gott. Warum bist du so sch... Alter. Ich bin schneller als ich. Däh. 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 Warum bist du schneller als ich? Hallo. Komm her. Äh. Hilfe. Spel den Weg ab. Oh Gott. Schieß weg ab. Hilfe. Ich werd überfallen. Nein. Du kannst nicht abhauen. Au. Aua. Zack, kriegst nen Gong. Zack, kriegst nen Gong. Nein, 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 nein. Bamm. Oh Gott, das war die Scheibe. Jetzt komm her. Ich hol dich. Hau ab du Psycho. Ich entwickle Kräfte, die ich noch nie zuvor gespürt hab. Hau ab du Psycho. Du n' der Falle. Äh. Oh mein Gott. Hieeeh. Komm her. Wie viel... Komm her. Lass mich in Ruhe. Mach dich hier oben kaputt. Bam. Bam. Huh. Bam. Komm her. Komm her, du... Bam. Komm her, du Schokoladentafel. Ich hau dir die Fresse an. Au. Au, scheiße. Ja, das tut weh, ne? Das ist unfair. Ja. Mich wegrennen. Ich kann noch ne ganze Stunde so weitermachen. Bamm. Wundert mich ein bisschen bei dir. Bam. Bam. Aua. Ha... Bleib stehen. Ehrlich nicht. Bleib doch selber stehen. Ehrlich nicht. Kampf der Giganten. Der einzige Gigant bist du. Oh Gott. Da hast du einen Clemen gehabt. Ich kann nicht... Bam. Ah, nein. Doch, bleib stehen. Verpiss dich jetzt. Bleib stehen. Bam. Aua. Du musst ja auch nochmal am Boden gehen. Du musst am Boden gehen. Du musst am Boden gehen. Du. Wo bist du? Da. Bamm. Aua. 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 Ich mach nicht mehr lang. Aua. Bamm. Aua. Hilfe. Ich brauch Aua. Du. Ja, aber. Haben die schon anzurufen. Ein Scheiß-Trag werde ich tun. Aua. 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 Ruf den Arzt. Ja. Bamm. Aua. Bamm. Jetzt kommt der Voraussstelle hinterher. Aua. Da muss einer nicht rassen. Bamm. Aua. Bamm. 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 Hallo. Bamm. Hallo. Hallo. Achso. im hinterhof ok alles klar da war ich bescheid ja das warst du wolltest mich schlagen du wolltest mich da runter schubsen kann sie mir helfen mein rücken wobei was ich machen mein gott wie kommst du damit im dicken ich was so ist ja du hast ein paar ein bisschen kratzer weil ich jetzt nicht so schlimm und hallo übrigens aber ich würde trotzdem mal durchschicken lassen ich erinnere mich heute noch daran wo du gesagt hast du nicht aber am abzug eine schnur weil der finger nicht da durchpasst ich muss los oder dein komischer freund tschüss das ist ein boom boom einmal die mangel zu erleben schreibt müde und lauten die du von dir gibt es gut irgendwann immer die putz sei eh nicht eh nicht niemals ich hasse den mädchen so sehr ja ihr seid wohl müde wir haben schon wieder fast elf uhr alter wo geht die zeit hin man ja thema ist bestimmt gilt was pommes an der besagt mit deiner freundin ne freundin von tima der erzählt immer von dir das thema hat mir heute den glück wo es eine infusion geliehen ist mein character ganz dunkel wie ninja stimmt jay fährst du kein super mario mehr hau rein halbgut das thema ist nicht so lustig ich heiße am ge pro medd x 22 jahre roto viel klan läuft nach vorne Wenn ich mit dir abhängen müsste, würde ich auch schon schlafen. Das ist die Zeit, bis man wieder quasi laufen kann. Jetzt ist man quasi verletzt auf dem Boden. Und je nachdem, was passiert ist, bist du entweder ohnmächtig, also musst du ohnmächtig spielen. Also du darfst nicht reden. Wenn du nur so, ich sag mal, leichte Verletzungen hast wie jetzt. Hallo. Aufwachen. Wie der? Ich bin in der Schule. Aufwachen. Hallo. Hallo. Wo bin ich? Ja, auf ein Dach. Ach ja. Was ist denn passiert? Ich bin eingeschlafen. Der Herr Jutta hat mich verkloppt. Frau Jutta. Aua. Ja. Warum hat die Frau Jutta sie verkloppt? Weil wir haben die mit dem Taxi hergefahren und der wollte nicht bezahlen und ist weggerannt. Die Jutta. Ja. Dann bin ich hinterher geflitzt und musste viel Energie aufbringen. Oh, ich geb ihm mal ein Glühfletz. Dann hat er mir eine Fresse gehauen. Oh, danke. Habst du ein Bonbon? Nee, leider nicht. Schade. Lutscher? Auch nicht. Schoki? Auch nicht. So weit hab ich nicht dabei. Ich hab Gemüse dabei. Bleh. 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 Wo will ich hin? So mal, dann gehen wir mal hier runter. Okay. Ich hab nur ein Zinnfresse bekommen. Guck mal. Jetzt hab ich blaue Augen. Wie ein Engel. Oh. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, runterzuklettern. Das ist schon hoch, ne? Oh mein Gott. Doktor? Ui. Oh. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Tada. Wunderbar. Boah, hast du das gesehen? Da muss ich dir jetzt immer leider eine Rechnung. Was sagst du zu meinen Tattoos? Wie ein Tattoos? Mein Tattoos. Aha. So, dann muss ich aber jetzt nach Rechnung aufstellen. Ja, sieht schlimm aus, mein Auge. Ja, du hast ein schönes blaues Auge, ne? Danke. Muss ich nur kühlen? Nur kühlen. Okay. Das macht 2.400 Dollar. Ja. Kann ich mir Ihren Namen merken, weil ich mach Anzeige gegen den Herr Jutta? Dass ich der Prinze sagen kann, wer mich behandelt hat? Ja, können Sie. Darf ich Ihren Namen wissen dann? Der Herr Lord. Der Herr Lord? Mhm. Lord wie König? Nein, Lord wie deiner Titel. Ach so, Lord. Okay, Herr Lord. So, einmal bitte mit grün bestätigen. Das wird teuer. Vielen Dankeschön. Bitte schön, aber... So, jetzt hört will der Ronny denn von mir. Das ist der Pinsel, ist nicht Ronny. So, noch eine Wache. Oh, ich hab voll aufs Maul bekommen. Ich höre, der mich rauscht. Ich wollte die Oma verborgen. Geh mal von der Tür. Warum? Chugga, war mal Twinkie. Ja. Warum hast du mir nicht geholfen? Ich bin schnitt. Ich wurde von der Oma verkloppt, die MMA-Falter war. Ja, das ist wirklich peinlich. Und bei der Polizei geht kein Schwanz ans Handy. Ich mach... Ja, ich fahr da gleich schön Anzeige machen, ne? Oh, jetzt klingelt es. Ich ruf den Chef mal an. Ja, hallo, hier ist die Twinkie. Wir haben ein Problem hier. Ja. Ähm... Ja, das Ding ist... Ja? Chef, wir haben ein Problem. Ihr wurdet von einem Taxigast abgezogen? Ja. Hat mir Twinkie eben schon erzählt. Ja. Ja, das ist der Herr Jutta. Herr Jutta? Ja. Ich bin hinterher gerannt und wollte ihm verklopfen, oder die. Du kannst rennen? Ja, ich hab Kräfte entwickelt, die freundlich vorhin nicht. Was ging mit Geld? Oh, ach so, ja klar. Geld kann man essen kaufen. Ähm, ja. Was machen wir jetzt? Zur Polizei gehen. Anzeige machen. Anzeige machen gegen Herr Jutta. Okay. Ich mach das dann, ne? Kriegt ihr das hin? Ohne Probleme? Ja, ja. Wieso? Hat er dich geschlagen? Ja, klar. Ja, Herr Jutta. Hör mal, der hat Kräfte wie ein Mann. Der hat mich komplett auseinandergenommen. Das wundert mich. Kann ich gar nicht verstehen. Ja. Also war das wirklich Jutta von... Jutta, Jutta hier mit blau-grünen Haaren und, ne? Jutta. Diese Kirchba. Diese was? Kirchba. Kirchba. Wie das war? Kirchba. Dieser Kassel. Ach so. Ja, die war das also. Hure. Was? Ja, ich geh Anzeige machen. Körperverletzungsklage und Taxi-Beraubung. Ja, okay, mach das. Okay, okay. Ja, wenn du Hilfe brauchst, rufen wir an. Bist du ja... Okay. Hau rein, Knigga. Jo, tschu. Brachianen Kampfsportkunde. Wieso muss ich mehr bezahlen? Pinsebus Twinkie-Tardy. Pinsebus Twinkie-Preis. Das hieß nicht der Freundesrabattpreis. Nein, das ist nicht Freundesrabattpreis. 2350, ich hab 2000 bezahlt, als sie mir die Kugel aus Marm gezogen haben. Das kann nicht. Ja, Specknütchen. Also die Polizei. Was? Also die Polizei. Ich kann dich nie verstehen. Hast du einen Sheriff erreicht? Ja, der... Was hast du mich gefragt? Wir schicken grad ne Streife her. Ich warte vorne an der Straße. Okay. Ich will klaufen dahinten. Ja, da rum. Bist klar. Der Chef hat gesagt, wir sollen Anzeige machen. Ja, ja, ja. Ich werde die Ehre unserer Firma wiederherstellen. Ich besock mir ne Knarre. Specknütchen. Du konntest ihn nicht mal mit ner Rohrzange fahren. Der Typ konnte Karate. Der hat ein Flickflack gemacht und mir ins Gesicht getreten. Das war kein Mensch. Das ist ein Cyborg gewesen. Der Herr Jutta. An dem wurde alles operiert. Auch die mentale Kraft. Naja, ich hab denen auf jeden Fall gesagt, dass es angeblich Oma Jutta war. Ne, das war der Herr Jutta. Ne, ich mein angeblich Oma. Wie Oma? Na, weil er doch vorgibt, dass es seine Oma ist. Ja, Oma Jutta. Obwohl es offensichtlich ein Opa ist. Ich könnte schwören, dass er für zwei Sekunden in der Luft geschwebt hat. Der hat Psycho-Knie-Sache, der drauf. Alles. Das ist der Typ von Metal Gear Solid. Wo bleibt ihr denn? Der Endrohr, wo man den Controller wechseln musste. Der überkrasse Typ. Nein, die Speicherkarte. Ja. Wo bleibt ihr denn? Die Speicherkarte. Müssen wir warten. Was für ein Speicherkarte? Ne, die Controller wechseln. Die Speicherkarte. Nein, du musst das Controller auf den Platz zwei machen. Nein, du musst das... Psycho-Mandis hieß der. Ja, du musstest die Speicherkarte rausholen. Nein, musstest du nicht. Du musstest den Controller auf den zweiten Stellplatz reintun. Dann konnte der deine Gedanken nicht mehr lesen. Ich habe die Speicherkarte rausgeholt. Du hast das Spiel nie gespielt, Pinsel. Das stimmt nicht. Snake, 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 Snake. Aber das ist spät. Ich schwöre es dir, dieser Jutta konnte... Der war ihm zur Stohlenheit. Hat mir ein Heep gemacht. Kidney Shot. Dann hat er seine Kombo auf mich gemacht. Meinst du, das war ein Typ? Ja, ich glaube schon. Oder ein Guardian. Wir machen Anzeige. Ich will Schmerzensgeld. Aber wir sehen dich. Ich lege auf, okay? Ja, bitte. Pinsel. Deine Oma ist scheiße. Ja. Wir werden die Beweisleine Freundschaft... Wir werden uns rächen. Wir werden uns rächen. Wenn wir die Lazy-Schwette haben, kriegst du eins von mir. Und dann vermöbeln wir die. Eine wunderschöne Jungfrau. Oh ja, oh. Ja, hallo. Hier ist Vicky. Müssen wir warten? Worauf? Ja, auf die Polizei. Hallo. Ich wollte nur Bescheid sagen. Wir hatten einen kleinen Vorfall. Einen Vorfall. Opa Jutta, der ist... Der ist geflüchtet nach einer Taxifahrt. Ja, und sagt Verletzungsklage. Ja, geflüchtet. Also wir haben sie zur Verwahrstelle gebracht mit dem Taxi. Und sie hat nicht bezahlt. Und mein Mann den Pina zusammengeschlagen. Ja, leider stimmt das. Ja, jetzt warten wir auf die Polizei. Ich wollte nur Bescheid sagen eigentlich. Ja, kein Dingchen. Der hat mich brutal zusammengehauen. Ja, tschüsschen mit Küsschen. Aber wenn die alle gewinnen. Liebe Grüße vom Chef. Vom Chef? Ja, vom Hans-Peter-Chef. Ah, ich hab den Kliniker schon Bescheid gesagt. Ja, dem hab ich auch Bescheid gesagt. Ja, super. Wann kommt denn die dumme Chef? Ich weiß nicht. Puh, ich werd diesen suchen und Betteln aus dem Hinterhalt angreifen. Ja, sonst steigt doch ein dann von mir einfach zu dir. Okay. Kann ja nicht sein, dass sie so lange brauchen. Der ist weggend schon über alle Berge. Aber... Du musst mir was aus deinem Auto leiden. Watt denn? Etwas... Etwas, ähm... Gefährliches. Ich würd sagen... Du hast mir... Ich würd sagen... Morgen ist unsere Zeit für Rache. ...und Messer geklaut. Hab ich gar nicht. Doch, hast du. Hab ich nicht. Du hast es rausgeholt. Ich hab den wieder reingetan, den Messer. Aber du hast in deinem roten Auto auch einen. Das ist von Twinkie, der. Oh, und das Messer? Das haben wir geschenkt bekommen von diesem Fahrgast. Ja. Von diesem Parkleetypen. Ich wollt nur sagen, ist nicht schlimm, aber egal. Du hast das bestimmt aus unserem Auto geklaut, der. Nein, ich hab das nur da dringend gesehen. Ich hab meine Tasche reingelegt. Warte, ich hab ne Idee. Wir schicken die Assis los. Die sollen den suchen. Ja, morgen. Morgen bei der Veranstaltung. Genau, fahr mal hier irgendwo hin. Aber nicht zu den Penner da vorne. Lass mal hier rumfahren. Hier rum? Sind die wirklich um Hilfe bitten? Später müssen wir dem voll viel zahlen oder so. Wir lassen ihn verkloppen. Fahren wir es schon meine Gangsterfreunde? Welche Gangsterfreunde? Die sind hier hinten. Wo wir hinfahren? Zum Tyrone. Ja, darf ich auch hin? Ja, komm, wir fahren da hin. B.U.M. Lass zum Tyrone fahren. Ich hab keine Ahnung, wer das ist und woher hin. Der Tyrone? Hier. Pass auf. Lass mich ausreden, okay? Natürlich, natürlich, sicher. Der Tyrone fährt auch Taxi. Das ist unser Freund. Ja. Aber eigentlich heißt er Ranjit. Ranjit. Ach so Ranjit. Sag das mal sofort. Und der ist ein echter Gangster. Der ist einer von der übelsten Sorte. Der hilft uns. Der muss die Ehre der Firma verteidigen. Hier. Wir fahren jetzt hin. Die Jutta hat bei mir auch vollkommenes Taxi-Verbot. Oh mein Gott, oh mein Gott, Hilfe! Was ist passiert? Oh Gott. Wir müssen Fotos machen, aber wir müssen auch zu Bomben. Was soll ich ja Bomben? Nein, ich hab zwei gute Fotos gemacht. Ja, die müssen wir noch abgeben. Bis morgen. Ja, Freitagmorgen. Nur zwei? Ja, wir haben nicht... Oh, da wird geschossen. Wir haben nicht jemand dran gedacht. Nein, wir haben nicht so viele Einsätze gesehen. Stimmt. Schub. Was ist denn das geradeaus für ein Laden? Karpis. Karpi, Schub. Karpi-Kleide. Ah, müssen. Hier ist ein Parkplatz, Pinsel. Pinsel. Links, in die Straße. Pinsel, kennst du die gut? Ja. Ja. Du musst sehen, wir sind wie Homeboys. Oh Gott, das ist aber ganz schön Zwileide hier. Oh, das ist bestimmt die Winkelgasse. Oh, ja. Oh, ja. Und dann rechts. Rechts, warte, wir pieken vorsichtig. Oh, ja. Da links sind meine Freunde. Fahr nur nicht rein. Oh, so nicht reinfahren. Oh, okay. Hack hier kurz. Du kennst die aber, Pinsel. Yo, wir sind Homeys. Hallo. Grüße. Hallo. Hallo. Könntest du mir helfen? Du musst uns helfen. Ihr habt doch den Tyrone bei euch, oder? Ist der Tyrone zu Hause? Der Tyrone ist zu Hause. Ja, aber der ist noch am Schlafen. Hallo. Der Tyrone muss uns helfen. Was ist denn los? Wir brauchen, wir müssen euch anheuern. Was ist los? Was ist denn los? Was weinst du denn jetzt? Es war schrecklich. Beruhigt euch erstmal. Was ist denn mit euch? Der Tyrone arbeitet auch beim Taxi. Ja. Und ich wurde überweil. Was ist denn los, Alter? Danke mehr. Okay, okay, okay. Beruhigt. Wir beruhigen uns erst mal. Darum weint der jetzt. Weiß ich nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, einfach mitgemacht. Wir wurden gerade brutal überfallen und wurden frechen. Okay. Was fangen wir? Maddox, was ist denn die Fresse jetzt? Maddox. Vom Herrn Jutta. Der hat mich zusammengeschlagen. Warte, Jutta, grüne Haare? Ja. Und ich bin wegen der vom Dach geblumst aufs Auto. Und sie hat die Rechnung nicht bezahlt. Und hat die Rechnung nicht bezahlt. Und jetzt verlieren wir uns. Mama, spinnst du eigentlich? Hast du die Zivilisten geschlagen? Du Hängetitte? Irgendwas zu essen. Ey, Mutter, ich schwör's dir. Ich zieh deine Titten lang, ne? Entschuldigung. Oh Gott. Was raus muss, was raus, Alter. Ja, die sind hier und heulen gerade. Ich heule mal zur Beruhigung. Also, bitte 13 Crinkies. Ach, ihr wolltet sich kaputt hauen? Gucken, was ich soll. Gar nicht, was. Das ist ne Lüge. Also, die wollten meine Mutter kaputt hauen. Gar nicht. Nicht, stimmt nicht. Und wenn, dann hätte sie's verdient. Ich bin Peanuts. Der Fettsack mit dem... Du bist gar nicht... Was ist für die Beruhigung? Hey, was soll das? Was für die Beruhigung? Danke, aber dir hat Fettsack gesagt. Okay, okay, okay. Einen Moment, einen Moment, ja. Wer hat dir Fettsack gesagt? Die Aysha. Das ist Aysha. Pass auf. Snoop? Ja? Kommst du mal kurz? Oh Gott, sag. Jetzt lüge die am Telefon. Jetzt kriegen wir noch mehr. Komm mal her, ihr drei. Komm mal, komm mal. Oh Mann, Alter. Wie auch mit Hinweiter, Alter. Hallo. Hier. Ich hab euch was zugesteckt. Ich hab keine Tränen mehr. Mein Kopf ist schon weh. Schau mal, hier hast du ein Feuerzeug. Zündet das Mann, was ich dir gegeben habe. Hast du gehört? Der hat gelogen am Teil von Skimmi. Noch mehr Ärger. Nein, das ist für meine Freunde. Hier ist mein Gangsterhund. Ach so. Ja, aber die hat doch schon ein Messer ausgepackt. Ich bin eigentlich so cool. Die hat ein Messer in Hand. Doch nicht. Die hat gerade ein Messer in Hand gehabt. Ja. Gönnt euch mal, das beruhigt euch. Wie gesagt, hier habt ihr Feuerzeug. Schau mal, das ist ein Messer in Hand. Schau mal, das ist ein Messer in Hand. Alter, komm mal eins durch. Ich kenne mal. Mennungs. Guck mal, Mennungs raus hier. Oh Mann. Was ist denn hier? Wir haben den gar nicht verkloppt. Der ist einfach abgehauen. Ja, der ist einfach abgehauen. Er hat nicht mal bei mir bezahlt. Genau. Ach so heilige Scheiße. Und ich bin hinterhergerannt. Weißt du, wie anstrengend das war? Und dann hat er mich verkloppt. Und mich hat sie vom Dach geschmissen. Alter. Wie heißt denn du eigentlich? Ich? Alter. Ich bin Trinky. Das ist mein Tötchen. Ja. Die Bebrechen. Seid ihr zusammen? Ja, beureitet. Beureitet. Sag mal, die hat eine tiefere Stimme als der Gehalte ist, Alter. Au, also. Au, also. Boah, das ist, als würde ich in mein Spiegelbild gucken. Nur nicht, dass... Nur, dass du nicht so viel geschminkt bist. Warum lachst du, du Scheißhäßlund? Ich fette euch gleich beide. Frau, willst du jetzt hier eine Bombe oder was? Siehst du aus wie 180 Kilo oder was? Hey. Lach die Twinky in Ruhe. Das sind schmackhaft 200 Kilo, mit denen du niemals umgehen könntest, Freund. Möchte ich auch nicht, ey. Das muss mich mehr für dich nicht ertragen. Genau, du Brathindchen. Ich sag dir, das sind Kurven, ey. Gibt's da, Twinky, gibt's da. Du stehst für einen Knöschel, Aisha. Okay, jetzt, ich... Also, so ein Rippchen wie du, das kann man mir nicht mithalten. Ja, das möchte ich auch nicht, glaube ich. Ich möchte nicht meine Cheeseburger unter meinen Tippen verstauen. Oh, das bestimmt der Herr Jutta. 5.000. Tschüss. Wie bitte? Nee, warte mal. Meine Rechnung beim Arzt war 2.400. Meine 2.600. Also sind das 5.000. Taxifahrt. Du hast die Taxifahrt-Pause. 2.100. Oh, fuck. Also, damit ihr euch mal ein bisschen beruhigt, zündet euch jetzt mal das an, was ich euch gegeben habe. Da kommt ihr ein bisschen runter. Ich brauche eine Pumpkin. Oder eine SMG, damit ich von rechts pushen kann. Wie viel so zahlst du? Push die, push die. Alter. Ich brauche was von dir, Alter. Und drauf willst du. Da kann man nichts anderes machen, außer fliegen. Den. Den. Dein Liebling ist hier. Hier. Dankeschön. Bitte, bitte. Wie cool ist das? Siri. Sind das Pesos? Was? Ich habe einen Umschlag. Das schwankt aber ganz schön. Ach, wir sind reich. Wir sind reich. Wir sind reich. Entschuldigung. Wir sind reich. Ich habe einen Umschlag bekommen. For which? Ja, dann lass uns schnell abfahren, bevor die sich anders überlegen. Dankeschön. Alles gut. Mach's gut, ne? Ja. Komm, wir müssen den Wein reich. Oh Gott. Oh mein Gott. Tinky. Tinky, du sagst genau, dass du mich das anlässt. Hey, hey, hallo. Ach du heilige Scheiße. Das Auto lagert sich gar nach links. Wann halt die Klappe, du laufende Aschenbecher. Ess noch ein paar Chips. Komm mal, ich fette sich. Ess noch ein paar Chips. Dann kriegst du kannst du auch mit dir auf den Berg reden. Mit dir geht keiner auf den Berg. Mit dir geht keiner auf den Berg. Ach du, wir müssen hier raus. Boah, ey. Ja, ja. Geh dir eine Kippe drehen. Was? Ich gebe dir gleich was anderes. Du hast gelbe Finger vom Tabak. Fuck you. Beach. Ich hasse die. Die ist dumm. Die ist echt gemein. Habt ihr ihre gelben Finger gesehen vom Tabak? Die hat zu Hause ein Glas Aschenbecher. Ich habe einen Umschlag bekommen mit 10.000 Dollar. Okay. Echt? Das ist doch mal super. Ich habe schon... Ich habe zu wenig geweint. Wir gehen trotzdem zum Sheriff, ne? Ja, klaro. Was ist denn jetzt eigentlich passiert? Machen die jetzt was gegen die? Was? Nein, das ist doch die Mama von der... Von dem laufenden Aschenbecher. Hast du nicht gehört? Die hat doch ein Messer gezogen. Die wollte uns filetieren. Zum Glück sind wir kein Fische-Fisch. Wie viel ist 10.000 geteilt durch drei? Keine Ahnung. Oh, mich ruft jemand an. Downtown Cap Taxi? Pri... Pri... Priviet. Priviet. Ii ist der Konoshof hier. Da war ich, Priviet. Wo ist das? Gesundheit? Hallo? Wir bräuchten ein Taxi hier hoch. Wir bräuchten ein Taxi zu Sandyshose Airport. Sandyshose Airport. Okay. Da. Da. Ja, wo? Da. Send-Schurz. Da. Send-Schurz. Ja, da. Da auf der Stadtkarte. Da auf der Stadtkarte. Da. Ich zeig mir den Finger drauf. Sehr gut. Genau, da ist richtig. Wolltest du geteilt sein, oder was solltest du? Wir können das klären, wenn du hier bist. Okay, bis gleich. Wir sind auf... Wie viele Plätze brauchen Sie? Zwei. Oh, das wird... Und mein Kollege braucht auch zwei Plätze. Okay, dann müssen wir mit zwei Taxis kommen. Okay. Nein, es reichen zwei Plätze, das ist okay. Ja, aber wir haben nur einen frei. Dann... Dann kommt ich halt mit zwölf Taxis. Okay, bis gleich. Bis gleich. Hade. Ähm, Send-Schurz Flughafen, aber brauchen zwei Plätze. Das heißt, wir müssen noch ein Taxi holen. Oder ich fahre mit Privatauto hinterher. Wollten wir nicht noch zur Polizei? Ja, aber wir haben jetzt Gäste. Wir können da noch zur Polizei. Der Schmerz muss auch erst mal verheilen. Und wir müssen Geld weg. Ja, aber es ist doch besser, wenn die den Schmerz sehen. Den Schmerz sehen, die man in den Augen hat. Wir brauchen zwei Taxis. Großraum Taxi holt euch. Kann wir im Großraum Taxi fahren? Ähm, ich glaube, das können wir nicht ausparken. Dann brauchen wir den Chef. Der ist bestimmt da. Auto steht da. Oh, oh. Mich ruft Aisha an. Lack, die so keine Welle machen. Ja. Ich rufe Cousins. Hallo? Aua. Aua. Twinkie. Weißt, was hast du gesagt? Warum müssen meine Zähne brechen? Was? Die sollen die Klappe halten. Sag mal lieber eine rote Hand drehen. Ich rufe den Chef an, okay? Ja. Meine Mädchen freuen uns hinlässt. Was geht der Bruchleistung? Tschölo. Okay. Ja, Pina? Chef, wir brauchen ein Großraum Taxi. Ein Großraum Taxi? Warte. Ja. Ja, im Schlüsselkasten sollte eigentlich ein Schlüssel für Big Cap sein. Okay, ich guck mal kurz. Danke. Ja. Wir wurden überfallen. Ihr wurdet überfallen. Ja, wir wurden überfallen. Von wem? Von dem Opa Jutta, oder wie der heißt. Ach so, ihr habt schon erzählt. Ja. Grüne Haare? Ja, genau. Hässliches Gesicht und ein Mäuse-Tippen. Warum soll die Jutta euch überfallen? Weiß nicht. Wir haben die zur Verwahrstelle gefahren, dann ist die weggerannt. Und ich bin hinterhergerannt und dann hat er mich verkloppt. Strange. Wir machen aber Anzeige. Wie heißt das Taxi? Big Cap. Ja, da. Okay. Dürfen wir das fahren? Ja, könnt ihr fahren. Okay. Wenn ihr mehr als drei Kunden dabei habt, dann berechnet ihr das Doppelte. Also Doppelte Kilometer im Eintrang. Alles klar. Sind aber nur zwei Kunden. Okay, weiß Bescheid. Okay, Chef. Tschüss. Tschüss. Wir dürfen in den Großraumtaxi fahren. Ich hab Schlüssel. Twinkie. Twinkie. Ja. Ich hab Schlüssel vom Großraumtaxi. Ja, aber ich muss doch den Schlüssel noch reinholen. Der ist meiner. Den musst du mir geben. Ach so. Natürlich. Ich schmeiß kurz das Geld in die Dingsapparate. So. Bitte schön. Einfahren. Du, 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 du. Du, 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 du. So, ich find's ganz schick so. Wer will? Willst du das Großraumtaxi fahren? Twinkie. Ja, ich hab das noch nie gefahren. Ich hab nämlich auch Auer. Ja. Oh nee, dann muss ich ja das andere fahren. Nein, wir fahren mit Großraumtaxi. Ach so, ja, macht Sinn. Du Knallerkoppen. Auf geht's, ab geht's. Was hat die jetzt gesagt? Abkürzung. Die laufende Kippe. Pinsel. Will dir die wehtun jetzt? Pinsel. Was? Will dir die wehtun jetzt, der Glas Aschenbecher? Ich weiß nicht, ich hab gesagt, ich bin im Tunnel. Filippo, pack bitte die große Auto aus, bitte. So. Der heißt Filippo Twinkie. Filippo Kleinstein. Lass mich eben kurz in den Autor gehen. Filippo. Ah. Scheiße, mach mal den Schrank zu. Das ist auch nicht. Der heißt Big Chuck. Big Cup. Ja, ich weiß. Der müsste dir doch den Schloss zeigen davon. Ja, Big Boss haben wir hier. Was ist denn das? Big Chuck. Ach nie. Men's not hot. Big Cup. Ja, ich weiß, aber ich seh's hier nicht. Big Cup. Men's not hot. Ketchup. No sauce. Big Cup. Big Cup. Big Cup. Scheiße, nix Big Cup, da. Ja, sorry, dog. Und jetzt? Ja, das ist nicht ärgerlich. Auf Schäferl. Geh ich mal schnell pullern? Ja, geh. Was hältst du von Kaka? Ansonsten holt er mich später ab. Ich beeil mich. Ja, oder so. Mir egal. Ja, Peanut. Ja, kein Stress. Ich brauch fünf bis sieben Minuten. Entschuldige. Der Taxi. Wo ist das Größte vom Taxi? Den Bus meinst du? Der ist drüben beim Casinoparkplatz. Der passt bei uns nicht in die Garage. Okay. Dann laufen wir rüber. Geh. Ja. Sing aus. Tschüss. Wir müssen rüber. Tschüss, wir müssen rüber laufen. Wo hin rüber? Zum Casino. Ja, dann lass uns das Auto nehmen. Dann nehmen wir das. How sweet that is that we love for you. For you. For you. Little child of love someone. Boah, ist das denn wie ein Engel. Twinkie, wo hin? Hast du den Schlüssel noch? Naja, aber unser Auto steht doch auch hier, oder nicht? Ja, aber du hast doch, das war doch vom Pinsel da. Nein, ich mein unser Auto. Aber das Privatauto. Ja, damit können wir eben rüberfahren. Mein Gott, rede ich in Heliensprache, oder was? Ey, ich krieg's kotzen schon. Was soll das? Gott. Ach komm, reg dich nicht auf, Politeiten. Ich hab jemanden auf, Politeiten. Kann mir jemanden auf, Politeiten bekommen, ne. Oh. Oh. Komm. Boah. Willkommen in der Ghetto! In der Klippe! Junge denn ich lebe im Ghetto! Los Santos und Tempelhof! Es ist Twinkie und Peanut! Hebt alle die Hände hoch! Ja, ja! Ja! Du bist der Checker vom Mekka! Da vorne müssen wir hin! Okay, dann fahren wir hier! Ja, perfekt! Wartest du hier? Ja, wie? Ja, ich hol das Taxi! Ach so! Ja, dann sag mir doch, dass der Typ da steht! Ja, wann? Was hörst du denn noch? Da hinten ist es! Wart, ich muss den Schlüssel geben! Ja, ja damit! Da! Danke! 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 Oh mein Gott, ey! Oh mein Gott, ey! Oh! Ich wurde zusammengeschlagen und überfallen! Ja! Was für ein Scheißtag! Was für ein Scheißtag! Du bist so langsam, ne? Nee, nix erst! Alles libt hier! Puh! Mann! Mann! Och, jetzt willst du nicht mal vorne sitzen! Ja! Warte, ich komm nach vorne! Ach komm! Du weißt doch! Du bist mein Pulling-Teilchen! Wow! Aber hinten sitzen wollen, damit du mich nicht mehr hörst, ne? Doch, ich hör gerne! Aber hier ist ne Sprechanlage, du Wichser! Ich piss mich! Ach! Mir ist schwindelig! Wichs! Ha! 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 Wichs! Ja, wir kommen! Wir mussten groß rum Taxi besorgen! Musst du das Taxi jetzt kaufen oder? Was? Nein, wir mussten nur die andere Straße sein, das ist sehr weit. Sehr weit, oder? Wir sind auf dem Weg, wir sind schon auf der schnellen Straße. Sind wir nicht? Okay, dann warten wir hier noch. Bis gleich! Okay, Sennishores Flugplatz! Da! Ja, da! Auf der Stadtkarte! Bis gleich! Zwei Minuten! Bis gleich! Mach das Licht an! Oh! Kannst du das mal eben beim Navi eingeben? Ja! Sennishores Flughafen! Boah! Das muss ja hier sein! Das ist ja nicht schwer! Ja, hier! Da! Ich glaub, das sind russische Angegarchen, die wir abholen! Krokodiljäger! Krokodiljäger! Na großartig! Ich wollte schon immer mal treffen! Ich wollte schon immer mal treffen! Du siehst so süß, als wenn du neben mir liegst! Ein Blick und ich weiß, ich bin der, den du liebst! Aber ich sitze! Ja, das kann man nicht so gut erkennen wegen deinem Bauch! Ach so! Okay! Alles klar! Sag doch einfach, ich bin dir zu fett geworden! Aber ich sag dir was, die Jugend ist auf meiner Seite! Na das wollte ich doch gar nicht sagen! Ja, ja! Unklar! Du siehst so süß, wenn du konzentriert Auto fährst! Ja, ne? Vor allem deine Augen, wo du immer hinguckst! Ja, überall! 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 Man, ich bin halt schnell abgelenkt! Okay! Und so packt man übrigens das Lenkrad nicht, ne? Wieso? Man nimmt das außen! Und nicht in! Ja! Ich mach wie ich am besten kann, okay? Okay! Weißt du, das ist ein Auto nach meinem Geschmack, ne? Hier komm ich auch gut mit der Lenkung klar! Ja! Die ist nicht so! Die ist nicht so! Weißt du? Was denn? Intensiv? Nein! Ist der wohl Lenkung? Ja, seid einfach, ne? Weil einfach, einfach, einfacher ist! Einfach! Okay! So, hier wären wir schon! Da steht doch ein Bus! Oh mein Gott! Was denn das? Das ist ein Flugzeug! Oh, der Privatjet! Ach du Scheiße! Da will ich jetzt aber einiges an Geld sehen doch! Den gleichen Dank hatte ich auch! Downtown Cap Cruise Room Taxi! Hallo! Äh, 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 äh! Sie haben Taxi gerufen! Das ist ein komischer Bus! Nein, das ist ein Großraum Taxi! Aber warum? Okay! Will ich wissen, warum? Weil wir hatten gerade nur einen Platz frei! In unserem normalen Taxi! Klar! Ja! Und dann haben wir das Großraum Taxi geholt! Damit alle Leute reinsteinen können! Ja, aber... Kannst du mal schauen? Kannst du mal schauen? Ich glaub, dein Freundin hat einen elektrischen Armfall! Nee, nee, die hupen mit dem Bauch! Die ist... Guck einfach durch Scheibe! Kuckus! Steigen Sie ein! Wir haben nicht ewig Zeit! Können nur andere Kunden! Äh, äh, äh... Jurika wangst! Okay! Jurika wangst! Das ist meine Frau Twinkie! Okay! Ja, Pinsel! Wir sind auf dem Weg! Kein Schreis! Ich war mit dem Taxi! Ich war mit dem Taxi! Was sind das für Namen? Oh, Pinsel! Wir kommen gleich! Wir fahren gerade mit einem Großraum! Soll ich mit dem Taxi wahren? Ja, okay! Wir kommen dahin dann! Kein Schreis! Okay! Bis gleich! Bye-bye! Ja, komm! Steig ein! Ich bin angerufen! Sitzt ihr bequem? Da! Wo da? Da! Ja, wie da? Ja, wir werden ja auch Kaffee trinken! Versauen sie eigentlich die Sitze! Genau! Wo wollt ihr hin? Nein, nicht da! Hier! Im Auto! Wo wollt ihr hin? Oka! Juri, wo wollen wir hin? Wo wollt ihr hin? Ich hab keine Ahnung, wo wir hin wollen! Wie? Ihr müsst doch... Wie seid denn die... Was ist denn das für ein Fluchgerät hier? Das ist schon der Taxi! Dann riech ich gleich mal mit's rauern an der Ruhe und dann rufe ich dich nochmal an! Gib mal Schlüssel! Warum nimm dir das nicht? Bis später! Mann! Was? Ich hab keine Ahnung, wo wir hin wollen! Irgendwo gehen! Wir... Wir wollten halt nur nicht! Fahrt einfach mal los, dass wir da ein bisschen... Wo hin kommen! Okay, dann fahren wir zum Taxi-Hauptquartier und von dauerlich füllen wir euch irgendwo holen! Wo geht's? Immer diese reichen Schnösel! Kommen wir mit dem Flugzeug hin, aber wir fangen jetzt mal zum Taxi und den Pinseln! Ja, ja, ich muss das ja auch alles erstmal berechnen, ne? Ja, kein Problem! Einfach Taxi-Meter laufen lassen! Einfach laufen! Ja, wenn das so einfach hier wird! Hier wird nicht hingepisst! Ich hab ne Windel... Warte, warte, Slava! Ich hab noch ne Windel für dich! Ah, das ist gut! Oh, hab ich doch nicht mehr! So, das werden dann schlummer! Twinkie-Pullin-Tatschen, möchtest du ein Zebra-Bar-Schokoriegel? Ja! Können sie jetzt russisch... Klappe da hin! Halt die Klappe! Die denkt mal, die reichsten können Zoom-Kommandieren! Ja... Da wurde die gefahren mit! Die bringen gut rum! Wir brauchen so Taxifahrer bei uns auf der Insel! Wollt ihr denn anstellen bei uns auf der Insel? Sag mal, durch die Lautsprecheranlage soll die Klappe halten! Bitte halten sie während der Fahrt die Klappe! Danke! Danke! Wo ist hier eine Klappe, Juri? Ich hab keine Ahnung! Boah! Juri, was soll das? Mach mal hier die Belüftung an, dass es das nach hinten zieht! Ja, okay, warte! Haben wir eigentlich Turbo verbaut hier im Taxi? Nee, gibt keinen Turbo! Oh ja, guck mal, der Bixer nimmt uns so den Arbeit weg! Fuck you there! Now fuck you there! We, we, we-We, we-we, was ist das noch mal hin? Wir wünschen eine wunderschöne gute Fahrt. Auf der rechten Seite sehen Sie das. Also zu einem Hospital, aber wir befinden uns gerade auf dem Weg zum Taxi abgeholt. Na, der durchs Lava. Ja, Slafre, guck mal, da wurden ganz viele Assoziale gehört, der Taxifahrer gesagt. Piss dich! Hab ich das gut gemacht, Twinkie? Ja, war ganz super. Okay. Ja, und sonst, wie geht's in der Fahrt und so? Alles okay bei ihm? Versteht er nicht, das will ich dir nicht hören. Och nee, jei. Es trennen uns 15 Zentimeter Beton. Hinterfahren Sie während der Fahrt, nicht mit dem Fahrer. Danke. Okay, Herr Beifahrer, können Sie mit uns reden? Blub. Jury, Jury, ich habe noch einen Fett. Was? Ich habe noch einen Fett, das war so geführt. Warte, warte, wieso haben wir, warte, ich mach mal unser Funkgerät, gerne. Vielleicht gehen wir mit dir. Hallo? Taxifahle, Kallokallo? Boah, jetzt quatscht es uns über den Funkgerät. Wer kennt denn die Frequen? Oh, ich las gleich aus. Händen Sie bitte den Fresser halten. Danke. Boah. Wer hat denn die Funkgerät gekannt? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, ja, vorsichtig, sei ja, vorsichtig. Pass auf, pass los auf. Oh mein Gott. Meinst du, die geben uns den Schlüssel von diesem Metalldrache? Nee, aber... Ja, Stefan, wo wollen wir denn jetzt überhaupt hingehen? Wenn wir es teuer genug machen, dann sagen die vielleicht, oh je, das können wir nicht zahlen. Was können wir denn bei Taxi-Kaufkortieren? Und dann sagen, gehen Sie uns Ihren Privatjet. Kannst du bitte schauen. Die wollen unseren Chef auch kloppen, hast du gehört? Ja. Ich muss einfach wie letztes Mal, einfach um ein Auto gegenfahren. Wo ist der Pinnenseil? Er ist vor einem Taxi bestimmt. Da ist er. Und noch jemand. Hallo, ich habe ein Fahrt jetzt aufgegangen. Ja, gleich an. Hallo. Wir haben russische Archäologen oder sowas. Einsteigen. Ich steige hier ein. Aber wir wissen nicht, wohin wir... Wo fahren wir denn hin? Ich hätte gern einfach gehen einmal zu meinem Auto. Halt die Klappe. Ja, wo ist Ihr Auto? Zur Pause. Herr Hopps, wo ist mein Auto nochmal? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hast du es hingeparkt? Ähm, das hat sie doch gesagt, ich soll rechtsrandfahren, weil ich ein Taxi bestellt habe. Ah, das steht auf der anderen Seite. Genau, bitte hör mal da hin. Auf der anderen Seite. Von der Straße. Der darfst sein. Der Herr Hopps hat gesagt, ich habe den bestellt hier. Ne, nicht das Auto. Ja, hier. Ja. Wie viel macht das? 2.000. Okay. Okay. Erstellen Sie mir nicht mehr. Das macht 3.000 Dollar. Ja, nehm ich. Ja, gut, ne. War ja auch höchster Standard. Gut, das mache ich mir auch, weil ich für das Geld kriege die auch. Oh, 3.000. Woanders bekommst du nicht solche Arbex. Können wir jetzt weiterfahren, wir haben nicht ewig Zeit. Schoog, ne. Was ist denn mit dir da hin? Danke, vielen Dank. Hast du einen Zeitdruck? Nein, oder? Hast du einen Zeitdruck? Warte. Du kannst immer durch Funke fragen, wo die jetzt hinwollen? Ja, warte. Da, um uns hören. Wo kannst du denn gehen? Ja stimmt, es wird hier einfach zugeparkt. Fahre einfach, fahre einfach, fahre einfach! Ja, wo wollen wir hin? Wo sollen wir hinfahren? Wo müsst ihr hin? Mir platzt gleich die Bauchnabelschnur! Wo wollt ihr hin? Frag doch diese Fahrgarten mit dieser rosa... Das ist ein Taxifahrer! Ich arbeite hier! Der guckt, dass ihr nicht gegen die Sitze tritt! Der passt auf! Aber wir kommen nicht aus dem Ghetto! Und der sieht gar nicht, wenn ich hier hinten gegen den Sitz trete! Woher hast du einen Tee? Das ist Kaffee! Ist ja denselbe, schmeckt beides scheiße! Wo wollt ihr denn hin, die Herren? Tuka, sag es! Das Problem ist, wir müssen irgendwie so eine halbe Stunde bis Stunde rumkriegen, bis unser nächster Termin angeht! Ja, dann machen wir jetzt einen Tudurchluss, Santos! Ja, danke! Das ist gut! Das kostet aber! Ich sag's euch! Wie viel kostet? Das geht in die Millionen! Was? Nein! Ein bisschen was! Weiß nicht! Pinsel? Was? Was kostet eine... Busschen mit der Telefon... Busschen mit der Telefon... Busschen mit der... Keine Zeit! Ähm, weiß nicht! Wie toll ist das Pinsel? Der Steig kommt drauf! Das kommt drauf an! Ja, aber auf was kommt's an? Entweder rechnest du die Kilometer zusammen, oder je einigst höre ich auf einen Preis! Ja... Boah! Weiß nicht! Preis machen wir nicht! Was kostet normalerweise die Tour? Ich glaub... Weiß nicht! Keiner... Boah, ich frage Chef! Wenn ich jetzt... Sechs... Der weiß halt auch nicht! Nein! Sag dem für die Russen, dann weiß der für wen! Rush B! Okay, ich rufe den Chef an! Wartet kurz! Hallo, hübsche Chef! Ja! Ich bin doch da! Chef! Chef! Ja, was denn? Wir haben... Wir haben so ganz reiche Russen im Großraumtags! Die wollen Stadt rumfahren! Wie toll ist das? Die kamen mit dem Flugzeug! Sag, die können das bezahlen, was sie bezahlen möchten! Okay! Ich hab die viel bezahlen! Also die Stadt rumfahren fürs Taxi 10k! Pro Person? Meinetwegen! Und der Rest ist halt Riegel dann! Und ich soll dir sagen, das ist für die Russen! Ich glaub, das ist die Mafia! Ja! Okay! Okay! Dann meinst du Bescheid! Ne, fahr mal zum Taxi! Oder kommst du her? Ne, ich komm mal eben her! Dann verhandeln, Bruder! Ja! Ja, genau! Okay, bin noch da! Okay, bis gleich! Ne, bis gleich! Ähm... Chef kommt, Verhandlung... Folgt! Was, Jeff kommt? Ich dachte, der ganze Chef! Ich dachte, der ganze Chef, nicht Jeff! Nein, Chef! Oh Mann! Können wir so lange herumfahren, bis der Chef kommt? Der ist sofort hier! Aber ihr seid aber auch seltsam! Warum? Aus Gründen! Aber der hat ja 47! Was? Nein, ich komm nicht aus Gründen! Das zwei! Ich komm aus hier in Norvosibirsk! Ich komm aus hier in Norvosibirsk! Ach so! Ist das in Tschernrussland? Da! Aber da laufen Zombies rum! So stellenweise! Wir sind alle auf Krokodil! Vielleicht bin ich nicht ein Zombie! Ich bin... Ich bin da... Ich bin da weiter! Mein Handy klingelt! Oh nein! Pensel! Ja! Nimm du mir bitte Telefon jetzt! Grüße! Привет! Ja, Chef! Klar, du da! Ja, aber wir müssen noch viel Zeit rumkriegen! Ein bisschen, ne? Wieso? Wieso Zeit rumkriegen? Ja, wir haben gleich noch einen Termin! Da haben wir halbe Stunde Luft! Also, wenn wir noch was rumkriegen... Also, an Zeit! Das ist jetzt! Nein, nein! Einiges, ja! Herr Fischkomm, komm ran! Könntest du aufhören? Manich Handzug halten? Das mag ich nicht so! Es ist zu beleuen! Willst du... Willst du... Willst du... Da wollen wir uns in der Gnüttel haben! Ja, da wollen wir uns in der Szenen! Das ist los von das Publikum! Da wollen wir uns gleich! Und Tiki, let's go! Wollen wir heute raus holen? Äh, wann wir heute raus holen? Nein, noch nicht! Tschüss, Schlappi! Und Loveway, Dankeschön! Tausend Witz! Und danach müssen wir gar gucken! Monster Wolf, Dankeschön für den Primesabonantik! Es hat zeitlich Spaß! Syros, Dankeschön für den Primesabonantik! Und Marci, Dankeschön für den Primesabonantik! Und Marci, Dankeschön für den Primesabonantik! Komm, äh, 0 Uhr... Zwischen 0 Uhr 5 und 0 Uhr 10! Er ändert sich! Also, je nachdem wann er durch ist! Danke! Hier Twinkie vor meinem Taxi! Was geht's? All Cops are Bastards! Hey, hey, hey! Zum Pack aus Sandy Shots! Das geht nicht! Komm, komm, komm bald! Dann kommen wir denn hoch! Wo? Ähm... Ähm... Sandy Shots Park aus? Sandy Shots Park aus, ja! Okay! Ist ein Taxi! Okay, wir kommen... Wir kommen jetzt mit großer... Raum Taxi! Ja, okay! Hey Twinkie, die Grünfläche! Was? Welche Grünfläche? Was ist denn das zum Auto? Jetzt aufgelegt! Gut! Welche, die du dir nicht leisten kannst! Fahr weiter! Was hat er gesagt? Mach den Korb zu! Was? Er hat gesagt... Wer redet denn da auch? So redet man aber nicht über seine Mama! Er hat dir gesagt, bitte fahren wir beim Kopf! Ich möchte mit dem reden! Bitte, dreh doch mal um! Oder war das 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 asozialen Ghetto, was ihr vorhin gesagt habt? Nee, das ist ganz anders! Ja, okay! Da wurden wir vorhin überfallen! Ihr wurdet überfallen? Ja! Warum sitze ich jetzt auch nicht hier drin? Das ist ne gute Frage! Fag ich mich auch gerade! Aus Gründen! Ja, mach mal Einnahmen für dich! Auf der linken Seite sehen wir das Weinwunschild! Das ist so richtig! Da oben wird öffnen Bumpf! Wir sind schon vorbei! Halt die Klappe pinseln! Ich mach hier bin der Reiseguide! Ja! Dann kommt hier links der Wald, da arbeiten die Holzarbeiter! Sechs bis zehntausend die Stunde haben wir uns wohl sagen lassen! Das machen wir mit einer fahren! Hier rechts ist das Abflussrohr von der Toilette von Twinkie und mir! Oh, das ist aber schon gigantisch! Und da ist das nur ein Teil vom Jurassic Park Film! Da war der Velocirap da drin! Und da ist ja nicht leer Werk! Was für ne Scheiße hast du gesagt? Das ist toll! Das ist ein Taxi, Twinkie! Was kann ich tun? Das finde ich auch wirklich gut! Ronny? Das finde ich auch wirklich gut! Was für ne Scheiße hast du gerade erzählt? Das ist ein Klärwerk! Du ein Goldschmerzer! Ja, da arbeitet der Klobuchs! Das kann ein bisschen dauern! Wir sind scheinbar gerade die Einzigen im Dienst! Ja, ok! Wir sind gerade auf dem Weg mit einem großen Taxi, das relativ langsam ist, auf dem Weg nach Sandyshop und holen da einen Kunden! Dich doch noch nirgends immer! Ja, lass denn die Scheiße! Nein, lass mein Churchill in Ruhe! Ok, Pina, tut mir leid! Sonst gibts was ins Fresskreis! Dann hast du einen Törtchen! Ich hab' den Törtchen! Ich hab' den Törtchen! Kann ich auch ein Törtchen kappeln? Oh, meine Ohren! Ich sitz' zwischen allem! Ist das in Ordnung für Sie? Ronny? Ja? Hey! Hallo! Ich kann dies mit Stress hier nicht handeln! Ich will ne Gehaltserhöhung! Ja, ok! Dann sehen wir uns gleich! Siehst du hinter mir, Herr Fischkopf? Ich bin zu voll, mich umzudrehen! Ja, legen Sie bitte auf! Ich fahr' gerade! Ja, ich sitz' hinter dir! Ok, tschüsschen mit Küsschen! Was für ein Fischkopf? Hallo? Ja! Palmen ist Plastik! Herr Meos Bensi! Wollen wir zusammen singen? Wir müssen jetzt noch einen langen Fahrgast abholen! Noch einen? Ja, ja! Bei der Goldschmiedse! Oh ja! Der Goldschmied schon wieder! Ja! Kann man den überfallen? Lohnt sich das? Nein, wir überfallen nicht! Wenn du ihn überfallen... Wir sind ein sauberes, legales Unternehmen! Ja! Downtown Cap, Taxi und Kokarill! Bitte empfehlen Sie uns weiter! Ja! Da! Nix da! Da! Wo? Lern unsere Sprache! Da! Wo? Hallo? Hallo! Hallo, hallo! Hallo, hallo! Wollen wir jetzt versingen? Nein! Warum? Es wäre es wenn Sie alle dort einfach mal die Fröser halten! Danke! Danke! Bitte! Kann man ein Stimme in deinen Kopf? Hey Chef! Aber guck mal, wir fahren wieder ein Flugzeug vorbei. Seit wann haben wir Funkgeräte im Taxi. Wie ist die Funkgeräte? Der russische Herr hat uns gerade angefunkt hier. Funkcheck, Funkcheck. Siehst du? Da, Jake bestrandet. Wow. Alter Armer, Pommes hier. Startler. Peanut Ansicht, so. Wo ist der Kunde? Hallo, Downtown Capitaxi ist da. Bitte steigen Sie ein. Ja. Soll ich Ihnen helfen beim Ansteigen? Welcher Platz ist denn noch frei? Nehmen Sie einfach an. Ich glaube, die haben kein Problem damit, wenn die auf dem Schoß sitzen. Was? Kommst du zu mir, Bobby Girl? Oh, hallo. Mein Scherz, was ziehe ich? Hallo der Herr, holen Sie mir bitte zu, sonst schlag ich Ihnen die Scheibe. Auf Ihrem Sitz liegt ein Tablet. Wenn Sie ein bisschen im Internet surfen wollen, dann tun Sie das gerne. Weißte, der kriegt sein Tablet und wir nicht. Alles klar. Ich hab nicht mal Kaffee in der Hand. Ja, das ist die OP. Deshalb zahlen Sie auch 10.000 Euro. Auswesentliche, wo wollen Sie überhaupt hin? Ja, wo wollen Sie hin? Äh, zu dem Parkhaus bei CircleCast, bitte. Oh, jetzt sind Sie hier gekannt. Können wir jetzt endlich los? Sie können nicht ewig sein. Na, das, ja. Ich will mich aber auch nicht vordrängeln, ne? Wenn ihr noch so viele andere... Es ist zu spät, jetzt hast du dich schon vordrängelt. Fuck. Du sitzt ganz vorne. Ich glaube, wir kommen gar nicht mehr weg. Doch, doch, ich bin Profi. Nächster Halt, können wir dann nach Platz. Oh, so weit. Wo sind die Quadweichsten? Wo ist der Feuerball? Lass mal Ifrit auspacken. So, wir fahren jetzt zu der Garage von CircleCast. Wir fliegen immer wieder hier. Jetzt gleich auf der rechten Seite können Sie... Können Sie einen... Was ist das überhaupt? Die Dragon Ball. Das ist das Ere-Spiel, wo wir gewonnen haben. Nein, nicht das hier. Ja, doch, das ist richtig. Das ist die des High-Loot. Ihr rechts jetzt gleich mal. Da vorne. Was ist das? Yellow Jack. Yellow Jack. Da gibt es Essen, aber auf Jelp nur einen halben Stern. Leider. Weil der braucht wurde kein Wunder. Ja. Wo kann man denn gut essen hier? Ich empfehle den Bürgeladen Koldis. Ja, da sind wir Stammkunden. Oder Barbecue-Lunch im Paleto im Norden von der Insel. Da ständig so auf Barbecue, das ist immer so rauchig. Oder in der Winkelgasse. Da gibt es auch mit Happy End. Das ist aber das, was für dich mit Happy End. Neun, drei, vierter und so. Zum silbernen Hagrid kann ich empfehlen. Ja, okay. Kommt dann so ein bärtlicher Mann wie ein Wookie oder so? Ja, ja. Der knetet sich richtig durch. Oh, das ist gut. Juri, können wir da schnell hinfahren? Anlauf statt Gleit gehen. Ich muss mich gleich ein bisschen sammeln. Macht ruhig Yoga hinten. Da stehen Sie wieder im Kreis rechts. Haben wir in Elika einen Hamster dabei? Wer war das? Wer ist da drin? Hat jemand den Hamster dabei? Das war Hase Peter. Hase Peter? Packen Sie bitte Ihren Hamster weg. Du bist dann noch ein bisschen leise schwer. Tu den Hamster in deine Jacke zurück. Oh, okay. Aber schön langsam. Soll ich mal googeln? Nein. Ich habe auch kein Kaffee. Hast du deine Leckmuschel dabei? Ja. Mach mal ein Kunststück mit dir. Sag mal, Ronny, wie viel Wodka packst du in dein Nudelsalat? Mein Gott. Was? Wie viel Wodka du in dein Nudelsalat packst? So viel. Das ist zu wenig. Eindeutig zu wenig. Wir haben übrigens Vollmond. Wieso wirst du Werwolf dann? Wo ist der Mond? Wir haben sicher einen Mond, du Idiot. Ja, tut mir leid. Das ist gleich. Ansichtssache. Ja, ja. Ja, ja. Sind doch nur vier Sterne am Himmel. Guck doch aus dem Fenster. Da sind Sterne am Himmel. Guck doch aus dem richtigen Fenster. Boah, die Karre ist echt lahm, ne? Ja. Der Chef muss mein Turbo verbauen. Oder wir wippen alle einfach nach vorne. Hier ist das Casino. Du bist schmutz. Ach, das hat mir schon nach. Piss dich aus meinem Kopf. Da sind wir losgefahren. Richtig, richtig. Schalpes, klär das mal. Ich hab' aufgepasst. Ich hab' ja kein Tablet. Das kriegt du dir hervor und weil der was Besseres ist. Wollen sie's machen? Nein, jetzt nicht, weil du hast es in der Hand gehabt. Du hast da vorne drauf geguckt. Ich will das nicht haben. Zu unserer Linken unter der Brücke stehen übrigens immer Autos zum Knacken. Oh, mein Gott, ich hab' schlechte Erfahrungen gemacht. Oh Gott, ich auch. Was ist mit Knacken? Ja. Naja, die sind ähm Ich sag's mal so. Was passiert, hallo? Schnappbar. Pinky, schließt das Auto kurz. Nein. Was passiert dir? EMF auf 5. Was passiert hier? Hör auf damit, Hansepeter. Oh mein Gott. Ich rass dir gleich auf. Das war eine falsche Klappe auf dem Schlüssel. Das war eine Spende an den Klimmetspild. An den was? An den Klimmetspild. Was ist das denn? Der kommt immer mit so einem Wagen und hat Musik. Du, 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 du. Dann sammelt der alte Waschmaschine ein. Das ist der Klimmetspild. Alter, der Lache klingt wie ein Turbolader. Nein. Das ist ein Turbolader. Hat da gerade einer gepupst? Entschuldigung. Entschuldigung. Schreie. Feiner. Boah, halbe Paar Walker, Twinkie. Ja, oder? Wie ein Benzin. Aber ihr habt einen Führerschein, oder? Ja, vom Flughafen. Ja, natürlich. Gibt es ja Kotzbeutel? Vom Flughafen. Ja. Hier links wollte der Herr hin, ne? Hier links. Das ist doch jetzt die Klasse, oder nicht? Ja. Oh mein Gott. Du, da war die Hauswart aber ganz nah. Ah, und die Sache. Ja, hier. Dann vorbei, können wir sein. Können sie mich rausschmeißen, ja? Ja, hier. Ja, okay. Oh, Twinkie. Twinkie, tanze. Links. Oh so. Links vor allem. Danke auch. Bremse, immer. So viel Spaß noch. Das klingt wirklich wie ein Turbolader. So. Oh. So, das dauert jetzt im Moment. Bumm, 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 bumm. So, das kann ich Ihnen genau sagen. Das wären 2.090 Dollar, aber Trinkel des Blitz. Bumm, brauchen sie drei. Drei, das ist wirklich großzügig, das wäre nicht nötig. Schleich dich im Nacken, wenn ich einsteige. War noch eine nette Fahrt. Ja, nicht wahr. Du hast das gar nicht gehört. Wurz war fast über den Hausten gebrettert, aber... Klar, ich höre das. Oh, ihre Mutterhaube fehlt. Hey, Dinge passieren. Hey, Hans-Pieter, raus hier. So. Komm her, Bim. Bitte schön. Was ist denn für ein Move? Move gleich schön, ja? Bitte schön. Ich danke. Einen schönen Abend. Tschüsschen. Ja, tschüsschen mit tschüsschen. Tschüss. Bye, ich habe Glück, time. Viel, viel Glück, ne? Viel Spaß noch. Ciao, ciao. Und lassen die Hans-Pieter stehen. Oh, Hansi-Pieter. Aber gib ich mal. Oh. Oh. So. Ich krieg mich ja auf, die Flachwixer. So, wohin jetzt? Ich dachte, wir machen nur rundfertige. Jetzt müssen wir zu Gold, Gold, Dings. Achso, wir müssen noch nie. Ja, wir machen hier Massenanfertigung. Wir müssen wohin? Ich mach den auch, aber immer nur mit einem Taxi. Okay, wir müssen Goldschmelze. Die war hier. Ja, das müssen wir auch nur einen Taxi. Jetzt aber gut. Nee, dann ist ein dickes Taxi. Ja. Wo war denn die Goldschmelze nochmal? Mann. Alles muss man hier selber machen. Warum hat Peanut denn die Leute ständig? Boah. Mann, auf dem Stadtplan sieht die Goldschmelze aus wie ein Kokspäckchen. Was soll dat? Sag mal, kennst du dich jetzt aus? Nein. Wir hätten den Stadtplan hier gebastelt. Meine Freunde, es geht los. Bitte anschnallen. Okay. Alles klar. Hi, Tau. Wollen wir jetzt singen? Nein. Laura, Tussi. Nein, das haben wir schon gesungen. Das scheiße. Dann, was ist mit? Ich hab was. Oh, Fotos, Fotos. Warte. Das hier nennt man die berüchtigten Vollassies. Nein, das sind keine Assies. Die wohnen nicht im Ghetto. Hi. Das sind... Hallo. Das sind... Das sind... Tolle Menschen. Die wohnen in Chinatown. Guten Tag. Willkommen. Willkommen. Ist das... Hallo? 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 Das ist Istanbul. Hallo? Nein, nein, nein. Nein, nein. Nicht Einstein. Warum nicht? So, wir müssen auch schon weiter. Wir haben Kunden. Genau. Dann nehmt ihr mit. Kommt ihr mit. Geil. Kommt ihr mit? Ja. Wo geht's hin? Wo ist unser heiße Peter? Hä, ich bin nicht Pauli. Das kostet aber, ne? Ja. Ja, Peanuts. Hey, was hast du gegen mich? Hä, gar nichts, was ich gegen... Hey, ich hab gesagt Peanuts. Ja, das ist mein Name. Du hast... Ich muss pissen. Du pisst nicht in unserem Bus. Genau. Dann steigst du hier jetzt aus. Aus mit dir. Das war ja eine Längefahrt. Sag nicht, dass du einen Handschuh hast. Ja, Barclay. Nee, nicht mehr. Du warst ein Bus. Das ist kein Bus. Sollen wir dich abholen? Das ist ein Taxi. Taxi. Ey, wie? Abholen? Ja, wir kommen zum Pedi. Bis gleich. Oh, doch. Guck mal. Wir müssen aber erst zum Goldschmiedeln. Nee, du wartet. Wir kommen zum Pedi jetzt. Nein, erst zum Goldschmiedeln. Hast du den Koksbäck schon auf der Karte, oder wie? Ja, fang erst mal zum Goldschmiedeln. Ah, ich verstehe. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Bye. Links ist ein Tanzclub. Hier rechts ist ein Donatclub. Hier links ist ein Krankenhaus. Ach, deswegen sind die alle dick im Sohnclub. Ja. Und hier links wohnen Asoziale. Ja, du bist doch im Auto. Und hier rechts. Ich hab mich ja selbst Selfie gemacht. Ich glaub, wir haben Hans-Peter gerade auf dem Weg verloren. Hier rechts wohnen auch Asoziale. Wir haben Hans-Peter verloren auf dem Weg. Nein, der ist ausgestiegen. Der ist ausgestiegen. Der ist selber schuld. Wir fahren zum Koksbäckchen. Und wir fahren zum Koksbäckchen. Der hat ausgetauscht gegen einen Mäu. Ja, und der ist auch irgendwie verschwunden, glaub ich. Ja. Oh, okay. Der ist schon beim Koksbäckchen. Du hast die Sanzi-Sache. Aber... Gansi-Straße. Licht aus. Licht aus. Ach, du heilige Scheiße. Downtown Cap Taxi, Taxi ist da. Hallo. Guten Tag. Privet. Ja, hallo, haben Sie ein Taxi bestellt? Ja, mein Taxi bestellt. Gerne einsteigen. Gernsteigen Sie bitte ein. Das geht jetzt auch um Großraum. Ja, gerne. Oh, der ist aber voll. Ja, nicht wahr? Ja, kann man auch hin. Das ist hier nicht mehr voll. Ja? Die Dame, Sie wissen doch bestimmt, wie man in einem Auto einsteigt. Ja, natürlich weiß ich das. Ja, ganz geschmeidig eigentlich. Mh, ist der lecker. Fassen Sie es hin? Oh, ich glaube, ich habe auch ein Schnitzelbrötchen. Mh, lecker. Gucken Sie mal, da ist so ein leuchtender M-Knopf. Da müssen Sie draufdrücken. Nein, die Tür. Wie, ich, ich, ähm, hallo? Auf das goldene M. M wie McDonald's. M wie McDonald's. Auf den Knopf müssen Sie drücken. Komm doch einfach auf jeden Sitz hier rein. Nein, was ist denn hier los jetzt? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Wer? Schlafparalyse. Oh nein, sie hat eine Paralyse. Schlafparalyse. Scheiße. Wie scheiße. Kannst du mich mal schubsen oder so? Okay. Schubs mich mal. Oh, jetzt. Oh, danke. So, steigen Sie jetzt bitte ein. Drücken Sie hier auf diesen leuchtenden M-Knopf. Ja. Das ist ein L. Das ist kein L. Doch. Nein. Wie will es schon das gesehen haben? Ich finde, dass das kein rumgedrehtes W ist. Nein. Mensch. Hallo. Sag mal. Bist du Michael Jackson oder was? Was soll denn das Mumu hier? Sam, was machst du? Dirty Dayana. Was hast du auf dem Schrausschlüssel? Das gefällt mir nicht. Sag mal. Au. Was ist mit dir? Ich kann die. Du machst auch so erst die Milchschreibe vor das Müsli, ne? Äh. Was machst du? Bist du Breakdancer? Soll man dir helfen? Ja. Ich geh auch mal gucken, wann der durch ist. Brauchst du ein Medic? Ei, ei, ei. Ich glaub, du musst mal nachhelfen. Wingardium Leviosa. Was heißt die für Kräfte? Was? Was? Was heißt die für Kräfte? Na, du heißt nicht Harry Popper. Hallo. Na, wenn die hier hin und heben. Das fällt dir nicht da rein. Oh, oh. Sag mal, kick's bei dir, oder was? Hallo? Du stellst dich ja an die Tür. Der Herr, sie sollten mal was singen. Ihre Stimme ist sehr kraftig. Oh, die Augen auch. So, kannst du mir das nochmal zeigen? Boah, da ist mein großer Knopf. Da steht M drauf. M wie Motherfucker. Boah, weißt du was? Ja, das Auto ist zu, aber egal. Steig einfach hier vorne ein. Steig einfach vorne ein. Ja. Das Auto ist zu. Das ist nicht zu. Doch. Doch, jetzt ist es offen. Ah, schön. Nein. Okay. Bleib einfach vorne sitzen. Platz mit der Bauchnabel. Hallo? Bitte nicht so aggressiv. Jetzt müssen die anderen auch noch einsteigen. Bitte, Achtung, Achtung, ich bin an den Tränen. Ich bin an den Tränen. Warum haben wir deine Freundin im Kofferraum? Äh. Wir müssen zum PD. Lass du meine Freundin aus dem Kofferraum, dann lass ich deine aus dem Keller. Ja, ja, kennen wir alle schon. Oh, da läuft der Obdachlose. Wo? Guck mal da vorne. Da vorne. Wir können losfahren. Wir können losfahren. Wir können losfahren. Rückwärts. Rückwärts. Losfahren. Schnell fahr los. Fahr los. Fahr los. Fahr doch. Ich hab Angst vor Pennern. Fahr doch. Hä? Ich sitz hier schon die ganze Zeit. Da ist ein... Da sind alle drin, Twinkie. Let's go. Oh, ich will jetzt von dieser Scheiß sagen, ob ich sie eher gejoggt. Ja, dann schenke ich mit aus. Peter, das glaubst du mir selber nicht. In deinen Kinderkreisen wollen wir nicht. Kilometer bin ich gejoggt. So, wir müssen zum Polizeirevier. McDonalds. Richtig. Ba, 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 ba. We love to entertain you. Restaurant zum goldenen Doppelbogen. Zum goldenen Möwe. Nein, goldener Doppelbogen. Oder zum goldenen Echo Frisch. Wegen seinen Augenbrauen. Das ist ein voll dicker Rapper. Dicker Rapper? Ja, es kommt aus Detroit Represent. Chichi, chichi, chichi. Boah, nice. Warte mal, wer redet denn da? Den haben wir jetzt eigentlich... Den habt ihr jetzt eingesackt? Nicht Twinkie. Wir haben den Herren und die Dame vorne eingesackt. Hallo. Grüße her. Die kommt von der Goldschmiede. Ich bin da. Hallo. Ich bin da. Ich bin da. Da ist aber ne Goldschmiede. Da verkaufen die... Da stellen die den Stuff her, der mit dem Teleshopping-Kanal läuft. Pfff. Guck mal, ich schau dir ab. Da links ist ein Auto. Das Auto steht da schon fünf Tage. Du musst hier laufen. Na mal, trink doch mal was, Typ. Ja, du musst was trinken. Du musst was trinken und krrrrrr. Ich schluck mal, ich schluck mal so. Oh, ja. Ja, schluck du, nur da. Was hast du gesagt? Juhu. Was hast du... Oh. Juhu. Warte, hier ist es zu. Das ist ganz gut. Du wirst, wie viel erleben. Du musst, wie, viel stehen. Es kommt der Talk, an den du dein Ziel behaust. Ein Gangster wird dich begleiten, der beste Freund aller Zeiten, in seinem Team, in allen Abenteuern stehen. Wo fährt die Twinkie hin? Wir müssen zum Sheriff-Departement. Ja, da kannst du vergessen, da kommen wir nicht hoch. Niemals. Ich glaube, Twinkie und Peter müssen aufsteigen. Schiebt mal. Oder der Chef investiert mal in einen Turbolader. Ich dachte, du bist der Turbolader. Ich dachte, du bist der Turbolader. Ich habe ihn doch schon im Mobil. Wir sind ein Taxi-Unternehmen ohne Funkgeräte. Oh mein Gott. Oh, bei dir läuft es, Bruder. Ja, aber rückwärts. Hey, Stolten. Oh mein Gott. Tink hier an, Schnalle. Oh mein Gott. Also der Entrieb hat nichts gebracht. Ja, sonst lasst uns hier rausgelaufen. Nein, nein, es gibt noch einen anderen Geheimweg. Ja, durch die Winkelgasse. Ja, der Geheimweg. Ja, der Geheimweg. Vingaldium Leviosa. Neun Dreiviertel. Oder wie? Du musst immer nur was trinken, dann ist das Team seriös. Ich habe den ja auch gekocht. Ich glaube, der Reifen quietscht. Nicht die extra Punkte mitnehmen. Ich dachte, das ist ein Taxi. Ist das Barkley? Das war dankeschön. Barkley, komm. Wir zahlen. Wir zahlen. Sag rein, die zahlen. Ach nee, nicht der. Der ist ein Abstocker. Ich habe mein Hund, der ist Barkley. Das ist ein Anwalt. Der wählt bestimmt auch, wenn du ihm Geld gibst. Lassen Sie mich mal schauen. Dann würde sie das einmal 1210 machen. Allerdings ist Trinkgeld erpflichtend. Ey, Ronny. Ja? Ach nee, egal. Dich hat der letzte seiner abgestochen, ne? Ja. Er hat einen Anwalt gebraucht. Vielen Dank. Und? Er hat ihn so gut verklagt, dass er jetzt gesagt hat, den Noah der und mich raus. Ich danke. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend. Dankeschön. Ebenso. Bye, have a good old time. Danke, Ronny. Danke. Na klar, wie immer. Du kriegst von mir trotzdem keinen einzigen Taten. Okay, alles klar. Der funktioniert nicht. Niemals. Wo kannst du jetzt hingehen? So, wo wollt ihr hin? Mit deinem coolen Kaffee. Unendlich keiner, noch viel weiter. Guck mal, wie er sich fühlt bei ihm Kaffee geschnackt. Okay, ab zum Eros-Center. Was ist denn das? Eros-Center. Was ist denn das Eros-Center? Nicht Error. Das ist ein Süßigkeiten-Laden. Ja. Da schon. Da wird richtig abgeschmackt. Wo ist der? Da kriegst du Fisch. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich kenn mich hier nicht aus. So, Freunde, hier haben wir ein paar Häuser. Wollt ihr die High Society sehen oder das Ghetto? Der High Society. Das Hälter ist geradeaus. Der Rockerclub. Der Weiberrockerclub. Der Weiberrockerclub. Das ist ein Weiberrockerclub. Lutz, Lutz, Lutz. Wo wollt ihr unser neues Haus sehen? Das ist wirklich schnuckelig. Ja, wollt ihr unser Haus sehen? Ihr wollt ihr sehen? Ich wohne auch. Ihr wollt das Haus sehen? Ja. Ja, warum nicht? Warte mal, warte mal. Warte mal. Warte mal. Gibt das mal so nah wie ein. Was denn? Ach, unser Haus. Unser Häuschen, komm, wir prallen ein bisschen, wenn wir schon nicht so viel haben. Wenn du jetzt rechts fährst. Warte, jetzt müssen wir prallen hier oder weh? Wenn du jetzt rechts fährst, kommen wir am Nasenhaus vorbei. Funfact zu unserem Haus. Die beim Department of Justice haben gesagt, dass das... Nein, danke. Ist das für den Führer? Sie haben uns gesagt, dass je nachdem, wie die Lage des Hauses ist und ob das begehbar ist, je nachdem ist das auch teurer. Und da haben wir zum ersten Mal in unserem Leben von einem Haus gehört, was nicht begehbar ist. Warum schalten wir uns ein Haus, wo man rein kann? Aber da, wo man rein kann, ist teurer. Instrument macht man übrigens mit einer Spitzsacke. Sehr geil. Alter, hier war auch... Geschichten aus dem Polaner Garten. Einen Führerschein kriegst du am Flughafen. Du kriegst einen Führerschein, ja, hast du am Flughafen bekommen, geil. Ja, tatsächlich hatte ich keinen. Dann hab ich den Sheriff angerufen. Ich war dabei. Ja, aber für die anderen Gäste. Die Fahrschule macht doch komplett miese. Keiner brauche eine Fahrschule. Also das hier ist die High Society. Hier wurden die Reichen und die Schönen. Wir gönnen uns zu, wir sind reich und schön. Und da vorne ist unser Haus, der Link. Wir sind reich und schön. Hier links ist unser Haus. Warte, ist das nicht das Haus, was in der UF-Web zum Verkauf drinsteht? Nein, das gehört uns. Ob wir böse auf dich sind? Das gehört uns. Wir sind böse. Weil du nicht gescheitst hast. Also Peter wird dir noch voll auf die Möpse boxen. Nein, das ist einfach nur eine beleuchtete Schablone. Niemand soll sehen, dass es da drin aussieht wie Schweine. Das ist Fensterfolie. Ja. Hinten steht doch Carpe Diem drauf. Und London, Paris und so haben wir eine Küche. So, und hier sind auch ein paar Häuser? Oh Gott. Nee. Ich finde, ich glaube, wir haben nur schon. Hier haben wir ein paar Häuser. Wir werden uns rächen. Wohnen hier Promis? Nein. Ja, ich. Hier haben wir auch ein paar Häuser. Wieso bist du denn ein Promi, Hans-Peter? Irgendwo hier wohnt auch Chucky-Chan. Hier haben wir auch ein paar Häuser. Ich bin im Großraumtaxi. Ich verstehe kein Wort, weil du sagst, entschuldigt du dich schon? Da oben sind auch Häuser. Die hören uns nicht zu. Ich. Und hier sind Häuser. Ich habe aufgelegt. Ja, super. Und hier sind Häuser. Und hier sind Häuser. Na ja, vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Pass auf. Ja, pass auf. Oh mein Gott. Eines Tages werde ich mich recht. Riecht sich hier wieder eingeschissen oder was riecht hier so? Oh. Oh, Ronny. Entschuldigung. So, hier sind noch mehr Häuser. Also, Peter, ich habe übrigens einen Song für dich geschrieben. Hau mal raus. Buckley hat auch einen Song. Nö. Doch. Ach, halte, nee, ich war, nee, nee, nee. Das ist jetzt nicht witzig, Bishop. Das musste, nee. Das ist jetzt langweilig, ich bin Sketo-Fahren. Das ist, der Gig wird uns nicht ankommen. Lass es einfach gut sein. Äh, meiner auch nicht, aber was soll ich? Äh, was ist denn hier los? Was denn wo? Ähm. Was ist das Auto-Haus? Oh mein Gott. Warum... Too fast, too furious, act the bull. Warum stehen die Circle Cars-Karren in dem Luxushändler drin? Ja, weil hier ein Auto-Haus ist. Ja, aber warum stehen die Circle Cars-Autos hier drin? Ich rufe die Bullen. Vielleicht haben die erst den gekauft. Luxushändler. Die haben den Luxushändler gekauft. Ich höre keine Ahnung, was er bei uns erst vorgekasse. So, wir fahren jetzt ins Ghetto. Rattatatau. Yeah. Ja. Ja. Ich werde mir die Tage vorsehen. Okay. Ich rapp da mal, du. Da sieht man das Lied. Hey, man hörst du auf, schießdach zu hoch. Ach, du Scheiß. Genau. Hier ist raus. Mach die Pfeife auf, Junge. Hier steht, be aware, do not smoke in this area. Richtig, richtig. Kannst du lesen, Ronny? Nee, dann steht er vorne, am Augen. Nee, ich kann nicht lesen, das steht da. Oh mein Gott. Das war knapp. Oh nee. In meine Hose. Ja, heute scheint sehr ruhig zu sein. Ja, heute ist nichts los. Gut. Wieder irgendwo ein Festival, wo wir nicht eingeladen sind. Unicorn hat auf. Was? Ja, ja. Der alte Bummschuppen. Ah, wir müssen Ronny's noch mal nur Essen bringen da. Tim. Die Zahl... Nee, die muss erst mal noch bezahlen. Meine... Hä? Meine Mutter hat Szene. Ja. Die hat Szene? Denn Deutsch. Wir sind Abschlepper. Ja, komm, schrei halt. Fuck. Fucking jerk. Also hier sind wir jetzt im Ghetto. Schutzwesten liegen unterm Sitz. Bitte anziehen. Oh. So, meine Freunde. No risk, no fun. Es geht los. Oh, bitte, 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 bitte. Nicht. Bitte nicht. Pass auf, nicht. Bitte keinen Kreis. Bitte keinen Kreis. Bitte keinen Kreis. Bitte keinen Kreis. Auf. 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 Off. Auf. 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 nachdem und so daran wer es ist kann aber auch ein polizist sein denn ich weiß dass die umgezogen sind das ist immer noch dass die hier los da stehen boxen machen noch eine abriss party technon police nur so hier ist ein park wo es kuchen gibt aber geht er nicht in das vielmehr so ein gesangsverein der rechts liegt eine leiche hinter uns da liegt jemand ja hier ist das ist die schwarze Hallo? Hallo? Sind Sie tot? Der Geld nicht. Ja. Für extra Geld darfst du ihn anpassen. Laka Bibi, wie geht's? Ich weiß, was zu dem passiert ist. Da hat irgendwelche ESM-Spielchen gemacht. Nein, der Prett war so kalt. Was ist das denn? Der hat Dreck im Gesicht. Alter Faller. So Kopfschmerzen. Jo, du bist ein Kopfschmerz. Hier gibt's nichts zu sehen, Officer. Der Herr ist nur tot. Der ist sauberer Pfandschreier. Der ist ein Krankenwagen. Hey, guck mal, da liegt ein... Warte hin. Hallo, Herr Glatzer. Ich hab übrigens Zeugenaussage abgegeben für dich. Das ist so sehr. Kein Problem. Wieso legst du dich denn auf so einen Stuhl? Was habt ihr alle mit diesen Stühlen? Es ist immer noch besetzt. Es ist nach wie vor besetzt. Wie? Warte Hand. Es ist besetzt. Ich glaub schon. Es ist immer noch besetzt. Geht so. Hi. Oh, du Scheiße. Hi. Wunderschöner. Was kann ich für sie tun? Sie nehmen jetzt erstmal die Brechstange da aus der Hand. Boah, du bist eine Sekunde hier und gehst mir schon auf den Sack, ne? Ja. Ich will zählen. Parkhaus 3. Frag mich doch erstmal, was ich mit deinem Ding vorhab. Bevor du mir auf den Sack gehst. Nein, ich danke aber nicht. Wurde schon ein Arzt gerufen? Nein, wir sind komplett inkompetent genauso wie du. Eine nach dem anderen bitte. Verschwinde. Dann geht's hier nichts an. Doch, wenn einer hier am Boden liegt, dann geht das mir... Wo liegt denn hier einer? Ja. Ja, jetzt nicht mehr. Ja, jetzt nicht mehr. Na, die Schiff? Wir können ihn ja einfach fragen, daher brauchen sie einen Arzt oder geht's ihm gut? Ja, also ich glaub, das wäre gut, wenn der Arzt rüber guckt. Wir haben einen Gas. Bitte einsteigen. Ja, die war das, der vorne wegfährt. Einen guten Gas. Dann rufen wir doch einen Arzt an, das ist gar kein Problem. Ja, dann ignoriert es Gott einfach jeder. Ja, aber wenn er das überhaupt anrufen kann mit seinem Taser in der Hand, ist so eine Gefahrenzone hier. Musst du aufpassen. Na gut, geht keiner ran. Rundi, fährst du wieder Turbus? Ja, komm, komm mit. Einsteigen bitte, einsteigen. Ich hab meine Karte hier grad stehen. Lass dich stehen. Gut, also... Ich muss ihn noch was erledigen. Ich muss dir echt mal ansassen, wo du bist, ja? Nein, hier wollte ich nicht sitzen, hier betrunken. Wenn Sie einen Anwalt brauchen, rufen Sie Jonathan Backen an. Werd Sie gesund, wiedersehen. Ich... oh mein Gott, schön. Oh. Ah, Pender, wir haben Kunde. Wir haben einen Kunde. Oh. Einsteigen jetzt hier. Ich bin so stark, aber ich habe einen Kunde. Ach, der ist super, habe ich ganz vergessen. Heute noch. Fehlt noch jemand? Ne, ich glaube, wir sind alle. Ne. Nimm mal den Sie hier. Sie sind 17 Koppers, haben alles im Griff. Okay, auf Wies, auf Wies. Boah, ich kann... Seit diesem Vorfall im Taxi... Oh Gott, hier kann ich die nicht mehr leiden. Kopp's an sich? Ich kann sein. Da liegt ein Bewusstloser, und das Erste, was der sagt, ist... Könntest du mal bitte die Brechstange aus annehmen? Warum musst du jetzt Knausbert erwähnen? Das macht mir richtig schlechte Laune. Das sind 50 Leute, Pity, die haben bestimmt Waffen dabei, die sind auf dem Gelände, die müssen wir das tun. Knausbert hat gestern extra einen Abschlepper gerufen, ich bin einfach weggefahren. Naja, hat bis jetzt nichts gemacht, diese kleine Pussy. Finkie, wo fahren wir? Parkausterei, wir fahren zu Parkausterei. Ja, die haben falsch geparkt hier vor der Heilfahrt. Heisenpetersen, wir haben schon Bad. Weißt du, alle Waffen hier im Auto sind einziehen, denn das ist hier Staatsgelände. Wie, sie haben falsch geparkt, lass dich mal die S&G holen. Juri? Das ist ja wirklich Knausbert, ey. Hörst du auch nur Mimimi hier im Auto? Irgendwie, ja. Das ist ein Burscher. Ja, meine, wie ihr Mimiminen würdet, wenn euer Auto wegen Burscher eingezogen wird. Ja, wartet mal, bis ihr wegen Knausbert am Krankenhaus ist. Wer ist Knausbert? Ja, die haben sie einmal eingezogen. Knausbert ist, äh, der Mensch gewordene Terminator bei NPD. Ja, hab ich versucht. Dann hätt ich auch den Baller wert. Ja, hab ich versucht, den Bock gehabt. Stimmt. Ich hatte so das Bedürfnis, dem einen rüberzuziehen. Ballerbild. Ja, warum kannst du nicht gemacht? Waren zu viele Leute anwesend. Ja, dann wär in Klaas gelandet, mir wär der Taxiunternehmen entzogen worden und ich wär wahrscheinlich gestaunt. Das lassen wir nicht zu, Chef. Dafür steh ich. Dafür kämpfe ich. Du verstehst mit deinem Namen, ja? Ja. Die nehmen uns in unseren Job nicht weg. Oh, ist voll Hip-Haller. Sonst renovieren wir Häuser. Geil. Mit Brettern oder Blechen? Beides. Du weißt sowohl als und. 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 Ja, richtig. Taxifahren ist meine Leidenschaft. Meine auch. Aber mein Chef droht mir immer. Mein Chef droht mir immer. Mein Chef droht mir auch nicht ohne Grund. Kündigung. Ja, du bist bis auf ein Taxi gefahren. Nein, aber ich hatte keinen Kunden. Und du ziehst die Kunden ab hin. Ich hatte keinen Kunden. Ich hatte keinen Kunden, als ich wieder rummog. Sie ist gut, ne? Weiß? Nein, war Spaß, Chef. Ich wollte, dass er keinen Laps sieht. Nein. Da ging's dringend. Ich sag nur, dass die mich anrufen sollen, wenn sie ein Taxi wollen. Geben meine Privatnummer. Ist das auch ein Geld okay? Downtown Camp. Ihr Taxi ist da. Herzlichen Glückwunsch. Ihr Taxi ist da. Ihr Taxi. Hallo. Steigen Sie ein. Wenn's geht heute noch. Das heißt nicht Farmer. Das heißt Agrarwirt. Ja, das ist immer schwer zu erklären, wie die Tür aufgeht, ne? Keiner sieht den Knopf. Das umgedrehte W. Auf dem Knopf mit dem umgedrehten W.